Naja Hallo YouTube Ab hier schneiden Willkommen zurück zu Tales of Arise Ja Ark ist auch frech 171 GB Sag mal sind die bescheuert Fucking Ark Ja Ja die sagen's So wir haben ne schicke neue Rüstung bekommen das hier ist unser Main Character der heißt Albert Hey Sarah was geht Wir hatten meine Maske auf Jetzt haben wir nur noch die halbe Maske auf Wir haben uns ein bisschen an unseren Namen erinnert Wir haben zwei Länder befreit Das eine vor Straight Up Slavery Und das andere haben wir Von Kompletter Unterdrückung auch befreit Wo die alle sich selbst ausspioniert haben Und selbst ausgerettet haben Und verhaftet haben und shit Wir haben nen Charakter unterwegs verloren Leider ist jemand von uns gegangen Aber hey schaut euch mal die hübsche Gegend hier an Haltet die Klappe da oben Und jetzt geht's einfach ab ins nächste Haltet die Schnauze Und jetzt geht's einfach ab ins nächste Gebiet Die Rüstung kann man auch irgendwo die Farbe ändern Aber ich hab keine Ahnung wo Hm Ich hab übrigens gelernt man kann definitiv Nur mit den Special Attacks Die Dings abbrechen Ja Die Animationen abbrechen Also das ist etwas wo ich vollkommen recht hatte Mit Das war doch ein guter Story Recap Oder Habt ihr sonst noch Fragen chat Brain Buffer Absolut Ja Ja Ich hab mir ein Kampf Tutorial angeguckt Und ich hoffe ich verstehe das Gameplay jetzt besser Also hoffe ich wirklich Legitim Aber Hoffentlich wird es auch nicht so schwer wieder And we have Hoodle And the power of law with us Yeah Law ist auch so cool Ich bin so froh dass wir ihn jetzt mittlerweile in der Party haben Das sind interessante Schweine Wo ist Skill Ey wir haben doch gerade es angefangen Noch ist nicht viel Skill zu sehen Ja Was soll ich denn zeigen Ich glaub der ist gepanzert oder Ja ich glaube schon Wo lieber ein bisschen was Ne Ein bisschen was Ne Ein bisschen tot Hä Look at the pretty place Achso ja Jemand ist gestorben aus unserer Party Aber hey Hier ist die Gegend voll hübsch Also alles nicht so schlimm Man gewinnt manches Und man verliert manches Ganz normal Alles okay Aua Und ich bin auch am überlegen Man hat ja bisher zwei verschiedene Arten gehabt Wie hier die Leute irgendwie in den einzelnen Ländern unterdrückt und ausgenutzt werden Aber ich frage mich was hier das Ding ist Ich habe keine Ahnung was das Element ist Gleichfalls so ein bisschen Ist es neblig oder soll es nur so aussehen Hat es was mit Wind zu tun Wärme kann es ja nicht sein Ich habe keinen Schimmer Und ich weiß auch nicht wie ich mir vorstellen soll Was die hier machen Weil Ja genau die Unterdrückung halt Weil Weil äh Was könnte denn super schlimm ist hier sein Warte mal ich kam von hier Ups Ich bin in die falsche Richtung Ich bin genau in die falsche Richtung gegangen Aber das ist okay Hab ich nur mal ein bisschen Combat Training gehabt Ja genau über die Brücke bin ich nicht mehr gegangen Let's go Ja 171 Gigabyte ist einfach viel zu viel für so ein Spiel Wo? Generell nur auf der Map ne Passt auf dass ihr das äh Das Schuhu irgendwo hört Weil die Gegend ist groß Oh fuck Poison The food Warum sollten die das Essen vergiften Die werden doch hier nicht alle umgebracht Hä Chat Sleepy Und Skid Tolle Gegend Nein Ja das stimmt Ich denk auch an die Go Plane Ja das stimmt Ja das stimmt Ja das stimmt Ja, ich sieh. Oh. Was, wenn die einfach irgendeine super hübsche Gegend erstellt haben, voll das Utopia, und damit die Leute gefügig machen? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Beim Game Pass sind, glaube ich, alle DLCs mit eingerechnet worden. Bei Ark. Oh, warte, Katzin. Ark ist ja trotzdem viel zu groß. Wir sind viel zu viele Sugel. Vielleicht sollten wir sie meiden. Nee, ich würde sagen, wir bekämpfen sie. Damit machen wir müde Muskeln munter und vertreiben die trübe Stimmung, die ich gerade habe. Yeah. Was ist das hier für eine Stimmung? Yeah. Außerdem wissen wir alle, dass meine einzige Qualität diese Fäuste sind. Ich muss in Bestform bleiben, damit ich niemanden im Stich lasse. Okay, wenn du meinst. Packen wir es an. Ist ihm nicht wahr mit der Rüstung? Kampfserienbonus. Hatten wir das nicht sogar in Berseria mal? Oder vertue ich mich? Nach Kämpfen sammelst du abhängig von deinen Kampfpunkten einen Bonus. Der Gesamtbonus wird unter der Karte angezeigt. Steigt der, erhältst du mehr Erfahrungspunkte. Findest du bessere Objekte und triffst häufiger auf seltene Gegner. Der Bonus nimmt mit der Zeit ab. Ja, irgendwie Berseria hatte, glaube ich, auch was Ähnliches, ne? Na, Ark ist größer als 60 Gigabyte. Oder es war auf jeden Fall größer als 60 Gigabyte. Und für das, was das Spiel ist, ist es viel zu groß. Oh. So, wir klären jetzt die ganze Ebene, habe ich gehört, ha? Irgendwelche Objections, Chat? Übrigens, ich habe gehört, man soll Gegner versuchen, am besten in die Luft zu schleudern und dann dort in der Luft am besten so lange versuchen, wie es nur geht, Dinge zu halten. Also Kombos zu halten. Kann ich nicht mehr Ultimate machen? Dankeschön. Je länger ich mir den Game Pass ansehe, desto unwahrscheinlich er wird, dass du das durchziehst. Ist das so lang? Ich meine, ich habe selbst noch nicht geguckt, aber wenn das so viel ist, ist es vielleicht ein bisschen zu viel. Es gibt immer noch genug zu beseitigen. Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde. Noch eine Runde. Warte mal. Es geht einfach einmal weiter. Okay. Alleine der hat 42 Spiele. Ja, das ist weniger, als was wir gestern hatten, eigentlich. Also es geht. Wir hatten gestern mehr. Ja, wir hatten gestern fast 60 Spiele oder sowas, ne? 58 oder so, glaube ich, waren es auf dem SNES. Was definitiv eine ganz schöne Menge ist. Naja, ich weiß nicht. Angeblich war ich ja letzte Woche auch hart unterlevelt. Also sollte ich wahrscheinlich alles hier machen, ne? Man, du hattest recht. Ich bin froh, dass wir alle diesen Sugeln in Garaus gemacht haben. Das war es echt wert. Yeah, töten. Ja, oder? Selbst bei den Sugeln, bei denen man Schwierigkeiten hat. Und wenn man nur weiterkämpft, schafft man das irgendwann. Klären die uns gerade Level? Das war ne, das war ne Quest. Naja, ich hab Geld bekommen. Nice. Oh, neun Skill, ähm, Skillkreis. Also, dass du dann Kategorien mit je fünf Spielen oder so zusammen tust. Äh, na. Das macht den ganzen Sinn kaputt. Weiß nicht, wie du das meinst, aber, also ich, vielleicht verstehe ich dich falsch, aber das klingt ein bisschen so, als würde der ganze Sinn damit verfehlt werden. So, was ich auch gelernt habe ist, dass ich mehr Arzt auch bei meinen Leuten brauche, vor allem Elemental Stuff. Also gucke ich jetzt gerade eben nach, ob irgendwo Elemental Stuff dabei ist. Oder sowas wie Sachen in die Luft, äh, werfen, ja, Bodenangriff. Zum Beispiel sowas. Voll wichtig. Wenn wir jetzt Luftgegner haben, braucht Lor genau solche Elementals. Da war auch was mit Wind, ne? Ja, gönn dir, Mann. Wolle wir trotzdem sterben? Hey. Ah, da ist die Angriffsserie, direkt unter der Karte. Ja, deswegen war das Spiel dann so schwer für dich. Oh. Aua. Kannst mich heilen? Dankeschön. Ich meine damit, wenn es beispielsweise nur sechs Spiele bei C gibt. Ach so, ja, dann natürlich gehe ich weiter. Warum sollte ich das dann nicht machen? Ich mache doch nicht einen 10-Minuten-Stream. Oh, wir haben ein Spiel bei X. Also Feierabend. Gute Nacht, Chat. Bye-bye. Nein, das war weniger. Nein, 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 Elemental Arts sind broken. Elemental Arts sind extrem stark und mein Fehler waren tatsächlich, dass ich keine Elemental Arts hatte. Nämlich die machen ganz, ganz, ganz viel aus hier. Das war ein ganz großer Punkt, den ich im Tutorial gelernt habe. Äh, ich sollte die einfach immer holen und immer wechseln und immer gucken, weil Elemental Arts extrem hilfreich sind. So. Ich hoffe, ich verpasse die Eule nicht. Äh, Y, einfach mal alle Yakuza-Spiele spielen? Wahrscheinlich, ja. Ey, der hat gerade gesprochen, Mann! Oh. Und ich sollte mich wahrscheinlich hier ein bisschen durchbringen. Wir brauchen einen Thema-Chat, ja? Was für ein Spiel beginnt mit X? Xenoblade? By the way, krasses, krasse, krasse Ultimate, dude. Wer in Xenoblade, das beginnt mit X, aber sonst? Hm. Welche Spiele kennt ihr sonst noch mit X? Und jetzt sind nicht alle Xenogier-Spiele, also Xenospiele. Äh, XCOM. Xenoverse ist halt ein Xenospiel, deswegen, das Leben. Aber stimmt, XCOM gab's auch. Gibt's das im Game Pass? Okay, chill. Mit dieser Serie sollte ich auch so viel XP bekommen, denn wird der Spiel nie wieder schwer für mich. Oh. Aber so wie ich die Gegner hier fertig mache, im Gegensatz zu den anderen, hab ich das Gefühl, das Tutorial hat mir extrem geholfen. Gibt es ein Spiel aus der Tears of the Kingdom, auf das ihr euch freut? Äh, aktuell nicht. Also mir fällt gar nichts Interessantes ein, was aktuell kommen soll, wenn ich ehrlich bin. Also wirklich nicht. Gibt's eben was Interessantes, was die nächste Zeit rauskommt, Chad, außer Final Fantasy XVI? Ich mein, das wär noch etwas, aber das ist, äh, noch ein paar Monate hin. Aber sonst gerade, sind wir ein bisschen leer, was Spielankündigungen angeht, ne? Oder Spiele-Releases in Zukunft. Bei O gibt es Umori. Gutes Umori. War ein fantastisches Spiel. Spiele, die Fully nicht spielen würde? Ich mein, es gibt viele Spiele, ne? Mare Party 3 auf NSO ist angekündigt? Oder ist es einfach Wunschtraum? Kann das sein, dass die ja unendlich spawnen? Ich glaub, die spawnen ein bisschen lange, ne? Umori? Hm. Wann machst du da immer Monarch S bei? Ich will mir keine PS5 für Final Fantasy XVI kaufen. Dann tue ich es nicht. Ist tatsächlich angekündigt. Achso, okay, dann. Dann, dann, nice. Dann, nice. Master Detective Archives, Raincoat. Oh, das war... What the fuck ist dieser Drache? Chad? Chad? Wo, 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 war ein bisschen großer Drache? What? Wolli, dead? Na, 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 na. Aber ich hab doch, ich hab doch nicht alles hier gespeichert, was ich heute gemacht hab. Da müssen, glaub ich, erst mal die Ads raushauen, hä? Hey, Kray, was geht denn, na? Ich hab ja gestern bei Kegis Sikiru Stream nachgeschaut und er hat beim Levelgrind alle Katamari-Videos angemacht. Kann sein, dass du bei ihm auch ne Frage gestellt hast? Ja. Was hab ich damals? Ich weiß nicht mal mehr was, aber ich hab ihm ne Frage gestellt. Das weiß ich noch. Ja, äh, ich hoffe, wir sterben hier nicht. Es könnte ein bisschen dauern. Aua. Das war viel Schaden. Kann das andere Wildschwein-Ding bitte mal weggehen? Gott, Ads in diesem Spiel. Zusätzliche Gegner sind das Schlimmste. Du musst sterben, Mann! Kennt euch ja schon lange. War das nicht 2015 oder so? Äh, ja, irgendwie sowas. Das ist halt, bevor wir uns kennengelernt haben. Ich hab auch bald... Ah, fuck. Ich hab einen Trank des Lebens, aber ich hab halt keine HP mehr. Hey, Jules, was geht, na? Alles gut bei dir? Hallo heute, ein bisschen spät dran, ne? Aber naja, immerhin. Du wirst sterben, der Drache ist eklig. Oh nein! Ich kann das nicht abbrechen, ne? Äh, doch, ich konnte es abbrechen. Auch ohne Rinwell. Ich hab den ersten Balken fast weg und es gibt keine Ads mehr. Das ist immer ein Etwas, oder? Ich hab ein bisschen Orangengelee, das kann ich mir gönnen. Au. Fuck my life. Was mach ich denn? Beim Drachen gingen alle meine Items drauf. Ich hab ja nie Items. Das ist ja ein Riesenproblem auch von mir. So, noch mal Orangengelee gönnen und jetzt nicht mehr sterben. Einfach gar nicht mehr sterben. Atomic Hearts ist auch im Game Pass. Oh, echt? Was ist das, Quartz? Der schlägt so schnell zu. Oh. Bye. Lost, Huchat. Ich bin so tot, hä? Kann ich fliehen? Ich versuch mal. Flucht? Geht das? Oh, ich muss die ganze Flucht, äh, Leiste da abwarten, hä? Äh. Klaps. Ich will geflohen, okay. Warum war jetzt dieser Drache da? Weil ich diese lange, äh, Siegesserie hatte. Narrative Choice Game Life, äh, like Life is Strange. Okay. Aber Chat kann mir helfen, Decisions zu machen. Wenn Chat sich sowas überhaupt anguckt. Ich meine, selbst Life is Strange wurde hier nicht geguckt, also. Ich weiß nicht, ob das was für ein Stream ist. Ich könnte hier hochgehen. Soll ich mich da umschauen? Das ist eine Sidequest für später. Okay. Bei dem Encounter oben kommt der Drache immer. Das ist ja gemein. Konnte ich ja gar nicht darauf vorbereitet sein. Ich hab die Eule immer noch nicht gefunden. Also weiß ich nicht, ob ich in das andere Gebiet will. Zehn Minuten, äh, reichen mir schon, um das hier zu sehen. Achso. Ich meine, immerhin kann ich campen. Das Gebiet ist doch so riesig. Okay, Chat. Nein, nein, ist es weiter. Zeit fürs Campen? Setzt euch ans Lagerfeuer? Singt das Lagerfeuerlied? Das ist wahr. Aber die Kälte hast du nicht gespürt. Wenn das Sinn macht. Ein Welt, die ich nicht bemerken konnte. Und ich wundere, ob das für Shion ist. Hm. Ja, gut. Einmal rasten mit... Äh, wir können ja auch mit jemandem Zeit verbringen, ne? Immer nur die Pilze, ey. Vom Drachen habe ich hier erzählt, nur nicht gesagt, wo der kommt. Ah. The taste and aroma will blow everyone away. Yeah. Genau, Sayoki. Äh, mit wem verbringen wir Zeit, Chat? Da ist keine Sprechblase dahinter, also wahrscheinlich haben wir... Ich weiß immer noch nicht, ob ich regelmäßig mit jemandem Zeit verbringen muss, bis ich dann ein Gespräch habe. Oder ob der Skid nur an manchen Situationen kommt, aber ich weiß es nicht. Äh. schlafen. Und dann mit jemandem sollten wir Zeit verbringen, um das weiterzumachen, oder? Oh, dann mache ich einfach, dann machen wir Law. Gut, dann Law. Ja, geht doch. Ja, dass du draufgehauen, Mann, hast du ihm die Hand gebrochen? The Game Pass hat Goat Simulator. Oh nein. Simulator ist so ein bescheuertes Spiel. By the way, ich habe ein bisschen Kohle, ich kann einkaufen. Let's go. So, was hast du cooles für mich? Waffeschmieden. Äh, ich kann was besseres kaufen, auf jeden Fall. Das ist, das ist ein Upgrade. Gönnen wir uns. Und jetzt bin ich fast wieder broke, ne? Wahrscheinlich sollte ich Law noch aufbuffen, weil der macht halt auch super viel Schaden. Aber jetzt sind wir broke. Oh. Ist der Monster Trash? Ich weiß nicht, was Monster Trash ist. Lore Moment. Ja, wo ist die ganze Lore heute hier? Ey, wahrscheinlich habe ich jetzt doch, oh, wir sind eigentlich fast da. Aber wo ist die Eule? Da ist die Eule. Ne, das ist nicht die Eule, das sind Gegner. Jetzt habe ich die Eule noch nicht gehört habe. Junk that you get from defeating monsters. Ja, aber ich weiß halt nicht, was Junk ist. Die Baphon Side Quest. Was? Ich liebe God Simulator, to be honest. Ich habe es auf PC und PS4 zu 100% gespielt. Gerade die DLCs sind richtig gut. Echt? Das ist nicht nur einfach so, ah, guck mal, es ist funny, weil es ist so janky. Haha. Ich dachte, das ist alles, was das Spiel zu bieten hat. Yo, wollt ihr ein paar Zitronen? Oh, ich liebe Zitronen. Habt ihr mal eine Zitrone so pur gegessen? Ganz schön sauer. Ich habe einfach 1000 Gold bekommen, was? Was? Hier lag einfach 1000 Gold, was? Nee, Schickhaken. Werd ihr jetzt nicht bei jedem Item Chat fragen, oh, kann ich das verkaufen? Kann ich das verkaufen? Kann ich das verkaufen? Ganz überraschend, viele Easter Eggs und Shit mit dem Spiel machen, also auch Rätsel und so. Echt? Alles, was ich von dem Spiel immer gesehen habe, war so, das Spiel ist voll glitchy, aber das sind keine echten Glitches, so ist das Spiel. Challenge, die man mit dem Achievement und so hat, sind wirklich schwere dabei. Okay. Geht sie gut? Gönnen wir dir mal Heilung. Wir sind Heulung. Sprichst du aus Erfahrung? Hä, womit denn? Das Spiel macht das für mich? Na. Achso, mit der Zitrone. Ja, ich habe schon mal so ein bisschen versucht, eine Zitrone zu... nicht eine ganze, sondern es gibt ja immer diese Scheiben. Die finde ich eigentlich ganz lecker, weil man die so ein bisschen langsam nascht. Also nicht eine ganze, nur so eine Scheibe. Ist schon ganz nice. Zitonen sind halt lecker. Ich verspreche, ich springe von keiner Brücke mehr. Excuse me? Was hast du für Hobbys? Hat er das gerade gesagt? Oh. Ja, hier hat jemand die Wäsche gemacht. Nicht dreckig machen. Es wirkt halt so idyllisch hier, ne? Viel zu falsch eigentlich. Irgendwas muss doch das sein. Und ich reiße die Schale einer Zitrone ab und isse sie in einem Zug. Hm. Na, Quatsch. Kann ich hier rein? Nö. Und ich habe immer noch nicht die Eule gefunden. Next time do at least a flip. Okay, nächstes Mal gibt es einen Flip von der Brücke. Jetzt habe ich hier die Schnelle Reise und warte mal. Hier geht es rein. Da ist mein Ziel. Da geht es auch lang. Da geht es ein. Das ist so riesig, das Gebiet. Eingelegte Zitronen. Und wie, wie schmecken denn eingelegte? It's a baby cow. Oh, die Kuh leuchtet. Natürlich bekomme ich Milch. Nicht stören, der wird sonst sauer. Und das, ist das wieder ein Angel? Das ist ein Angelsteg. Hier sind wir auch runtergesprungen, ne? Obwohl, ich weiß das gar nicht. Es gibt so viele Stege. Getting Milk? Hm. Ich finde das immer ganz witzig, wenn Fantasy-Spiele so leichte Abwandlungen von unseren Tieren haben, wie hier einfach Hasenohren für Schweine. Ist zwar nicht so, als ob es Sinn ergibt, aber lässt die Welt ein bisschen fantasievoller wirken, oder nicht? Schweinchen? Hm. Schade, da komme ich nicht hoch. Dem geht's gut, oder? Der macht nur ein Päuschen. Das ist okay. Ich will ja nicht stören, der hat gerade Ruhepause. Bunny Pig? Hm. Ich will unbedingt den dritten spielen, der kommt aber erst in sechs Monaten und 18 Tagen auf Steam. das dauert noch ein bisschen. Siesta? Ein bisschen Siesta machen. Muss man sich auch mal gönnen, ne? Es ist alles viel zu idyllisch. Irgendwas ist sus. Oder haben wir hier den Konflikt? Oh nein, ich weiß, wen wir bekommen. Wir bekommen die Rothaarige hier, oder? Das passt viel besser zu der Optik, glaube ich, hier. Und ignoriert die Farm für Food? Ha? Welche Farm? Ich war doch dort auf der Farm, gerade. Ist es wissend oder wissend? Ja, die werden es auch sprechen. Der Buggy. Die machen auch nichts. So chill? Hm. Welfare? Was ist denn passiert? Ja. Ich kriege auch Ja, das ist voll sass, ne? Oder, es ist halt das Konfliktding. Hier geht's den Leuten gut und wenn wir den Lord killen für unser Ziel, machen wir die Situation für die Leute hier schlechter. Statt besser. Aber das könnte es ja auch sein. Lord Dödelim, warum das denn? Äh, da wo du raus wolltest, aber dann doch zur Stadt umgedreht bist. Achso, ja, ich wollte ja erstmal zum Hauptziel, weil ich ja nicht weiß, ob ich nicht vielleicht in die anderen Gebiete später nochmal hin muss. Manchmal ist das ja so. Und wir haben den Skid natürlich. Not gonna lie, ich würde es echt interessant finden, wenn es hier keine Twists wie Hypnose gäbe. Na, es muss nicht Hypnose sein, was du manchmal hast in Storytelling oder so. Du hast hier diese Idylle und den Leuten geht's gut. Die Leuten geht's gut, also supporten die den Lord, weil der sorgt ja dafür, dass es den Leuten hier gut geht. Aber eigentlich ist das so, dass viele Leute hier nichts wissen, was eigentlich dann im Untergrund oder so passiert. Stellt euch vor, ja, wir haben hier so viele, ähm, Gullis und sowas, weil unten, äh, im Untergrund wird richtig harte Arbeit, äh, verrichtet. Aber das weiß niemand, weil alle ganz schnell schasch gemacht werden damit. Das könnte es ja auch geben. Das ist ja nicht untypisch, ne? Also ist das nur eine hübsche Fassade. I believe in the good. Das kann natürlich sein, muss es aber natürlich nicht. Oder, ja, quasi wie Midgard, das ist. The people walking in the streets look so calm and happy. I guess it really is true, they don't treat Danans as slaves here. Did they actually somehow achieve a quality here? And if they did, why? To what end? Why? Something here doesn't feel right. Even though they sure want to act like it does. What is going through that Lord Dohalims mind, I wonder? Hm, aber ich find's gut, dass die Party das halt auch Sass. So wie die Sklaven unter der Erde in Mariejois. Ja, aber da weiß halt jeder, dass es Sass ist, ne? Also was heißt Sass? Da weiß jeder, dass, äh, überall Sklaven sind. Hier scheint's ja so zu sein, als ob's den Leuten, die hier oben leben, wirklich gut geht. Hm. Nutzt Atmung glücklicher Bürger? Was? Oh. Meinst du, das ist die Energie, die hier gebraucht wird? Die brauchen Windenergie oder so. Und es geht um die Atmung der Bürger. Und wenn die Bürger glücklich sind, dann... Oh. Ja, das würde Sinn ergeben. Das gefällt mir. Ja, okay. Ah, ich erinnere mich an euch. Kann ich euch helfen? Äh, achso, nö. Ich dachte, ich muss mit dem reden. Der grüne Punkt ist also doch nicht so wichtig. Will ich mit den ganzen Sternleuten hier sprechen? Vermute ich mal, ne? Ja. Hey, Wache, solltest du nicht arbeiten? Ich weiß ja nicht, wie's im Reich ist, aus dem du kommst, aber hier in Menantia ist alles friedlich. Es ist völlig ausgeschlossen, dass etwas Schlimmes passiert. Ja, stimmt. Dank dem Lord ist das Leben hier für uns alle angenehmer. Ja, siehst du, es gibt nun, äh, nicht nur uns. Da sind auch noch die Wachen. Ah, es geht nichts kaputt, wenn ich, äh, etwas faulenze. Trotzdem, dass es in der Stadt so friedlich ist, liegt daran, dass ihr renäischen Soldaten hier seid. Alle kleinen Kinder himmeln euch an. Also zerstört ihre Illusion nicht, ja? Du könntest echt in der Wüste Sand verkaufen. Na schön, das ist mein letzter Drink. Hm. Lassen Sie sich was von denen sagen? Okay. So, to defeat Dola, we need to make everyone very, very sad. Hm. Spiel mit den Kindern? Ich hab keine Ahnung, Schikaken. Deine Rüstung ist der Hammer. Großer, darf ich sie mal anprobieren? Ha, 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 ha. Unsere Rüstung ist auf jeden Fall etwas, was auch einen denär wie du tragen könnte. Du musst nur noch etwas hineinwachsen. Dann geb ich mir große Mühe, auch stark und groß zu werden. Versprochen. Das fühlt sich so out of place an. Irgendwie, man kann sich nicht denken, weil wir alles schon... Es ist halt einfach, weil es ist diese, diese, diese... Der Kontrast. Weil wir davor halt nur so negative Erfahrungen mit allem hatten und alles schlecht war. Es ist so schwer, das hier einfach zu glauben. Einfach, einfach anzunehmen und zu sagen, ja, ja, das sieht schon so richtig aus. Das wirkt korrekt. Eule? Eule? Katze. Ich hab das gehört. Haltet die Augen offen. Hau, ha, ha. Hab dich! Einen Heiligenschein. Aul. Ein Nimbus. Stimmt, so kann man die auch nennen, ne? Oh, das, äh, ich wollte gar nicht mit dir reden. Im Wald? Was? Ich spiel grad nebenbei Battle Network 100%. Es ist so grindy. Oh, ist das so? Ich schätze, ihr seid alle Reisenden. Es ist so wunderbar, dass ihr alle hier seid. Es stört dich also nicht, dass wir zusammen sind? Auch wenn wir eine Renärin bei uns haben? Hm. Überrascht dich das? Wahrscheinlich sieht man sowas nicht jeden Tag auf Dana, aber hier in Wisskind, oder Wissind, gehört das zum täglichen Leben. Hey, wenn wir zum Palast wollen, müssen wir dann in diese Richtung weitergehen? Ja, genau. Wenn ihr mich fragt, solltet ihr vielleicht lieber zum Übungsgelände gehen, denn das scheint eher euer Metier zu sein. Übungsgelände? Ist das ein Code für eine Art Arena, in der man als Sport völlig Fremde bekämpft und sich gegenseitig tötet? Nein. Auf keinen Fall. So verschrecklich es findet dort nicht statt. Das Übungsgelände ist das, wonach es klingt. Es stimmt aber, dass dort vor vielen Jahren Sklaven gegeneinander kämpfen mussten. Ebenso wie die bösartigen Sugel. Hm. Nee, RPGs zu 100% sind nie einfach, das stimmt. Geh in den Wald und hol neue Outfits. Ja, da war irgendwo Eule, ne? Aber als unser jetziger Lord, Lord Dohalim, an die Macht kam, setzte er sich als... Achso, der Eulenwald. Wie kann ich da eigentlich nochmal direkt hin? Setzte er sich als seiner ersten Tat in diesem schrecklichen Schauspiel ein Ende. Du meinst also, dass ein Renäischer Lord das veranlasst hat? Das Gelände wurde dann neu eingerichtet und als geeigneter Ort zum Üben wieder eröffnet. Und als solcher ist er heutzutage auch bekannt. Er wurde hauptsächlich für die Wachen von Elde Menantia konzipiert, steht da bei jedem offen, der dort üben will. Jedem? Selbst Denon? Sure. Natürlich. Hier ist die Arena viel zu anstrengend. Aber wenn ihr eure Fähigkeiten verbessern wollt, solltet ihr dort mal vorbeischauen. Denon? Ja, im Englischen sagen die immer Denon. Renon und Denon. Die Denon. Ey, Quillen, na? Was geht? Wie geht's? Wie steht's? Ich hoffe, alles gut bei dir. Hm. Hm. Schnellreise, sagt ihr? Aber wie mache ich die Schnellreise? Oh, by the way, Strategie. Ähm. Warte mal, wo war das? Strategie Details ändern. Genau. Ah, jemand ist K.O. Nee, nee, nee. KP eines Verbündeten heilen. Heilungsarzt. Ich könnte erst einmal, Moment. Die hier nach oben packen. Dann Trank des Lebens und dann Heilungsarzt benutzen. Genau. So, das ist etwas, was ich ja auch in dem Tipp gesehen... Hey. Hey. Das ist voll falsch. Was soll das denn? So will ich das haben. So, perfekt. Das ist auch etwas, ähm... Das habe ich in diesem Tipp-Video gesehen. Und es klingt eigentlich sehr sinnvoll, dass man das so umstellt. Erstmal Items verbrauchen und dann HP nutzen. Habe ich jetzt in der Blade Chronicles 3 DLC durch? Story-mäßig? Ja, nice. Oh, Kaffee fast leer. Es gibt manche Spiele, in denen Schnellreise unnötig schwer freizuschalten ist. Ähm... Nein, ich will das speichern. So. Okay, individuelle Strategie. Dann schauen wir mal ganz kurz. Äh... Ah, da rüber. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Guess who's back? Yo, Suri, willkommen zurück. Irgendwas geht, Mann. Wie ließ du stets? Ich hoffe, du hattest Spaß auf der Buchmesse. Hm. Okay. Habt ihr was Neues für mich? Ich hab auf jeden Fall ein Achievement bekommen. Ich liebe diese Katzlin. Ja, die Eulen einfach. Oh. Viel zu viel ausgegeben. Yeah, nice. Adelsblüte. Altmodische Kleidung aus Lenniges. Dank ihrem bunten Blumenbemalung ist sie bei jungen, renäischen Frauen sehr beliebt. Oh, Adelspurpo. Altmodische Kleiderrüstung aus Lenniges. Oh. Weiblichen Charme ihres Trägers zur Geltung. Scharlach Erbgewand. Gewand eines Magierclans, von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Das Feuerrot zeugt von der Stärke der Willenskraft seines Trägers. Blaues Erbgewand. Von einem Magieclan zu Generation. Lebhafte Blau. Mhm, mhm. Das sind einige Sachen. Es sind alle Owls, die wir gefunden haben. Ich glaube, das war ihre Weise zu bedanken uns für finden sie. Es sieht aus, dass sie sich auf die Farbe gruppieren. Ist das eine Sache? Eigentlich, die Farbe des Denen und Owls' Feathers ist based auf ihre Maturität und ihre Astral-Energie Element. Also, vielleicht sind sie zu bestimmten Gruppen, sogar wenn sie alle in der gleiche Kingdom sind. Dann, ich glaube, das bedeutet, wir können nur wie viele Owls wir gefunden haben in jedem Domain. Genau, genau. Ah, ah. Schreibt euch das auf. Ho, ho, ho. Mehr Eulen. Nein, nein, mehr Druck. Mehr Eulen finden. Das kommt im Test dran. Ich hab schon alle? Okay. Nein. Ah, Tits of Arise? Ach, Eulen, ne? Dann schauen wir mal, was ich für neue Kostüme gefunden hab. Und ich bin nicht überrascht, dass du Kingdom Hearts nicht gefunden hast. Ich mein, der fünfte Band ist nicht umsonst super selten. So. Ich mein, ich hab die Rüstung an, auch wenn ich die Rüstung nicht so sehr mag, aber hey. So, was hast du denn hier? Weißer Einteiler, Adelsblüte und Adelspurpur. Yo, damn. Gönnen wir uns die rote Rüstung, Chat? Das ist sehr krasses Rot. Die Buchmesse hat einen Gaming-Bereich, scheinbar, scheinbar. Hab sogar den Verlag gefragt. Ich mein, vielen lieben Dank, Suri. Das wär aber nicht nötig gewesen. Ich dachte halt nur, falls du's sehen, wo siehst. Weil es ist halt super selten. Verkauft ja auch halt niemand mehr, ne? So, du hast auch nur andere Farben, ne? Was? Das gefällt mich. Denk, wir nehmen das mal mit. Gönnen wir uns? Hm. Da ist nix Neues. Und du hast ein bisschen was? Ah, nee. Du hast noch nichts Neues. Schade. Sonnenbrille? Sonnebrille? Wir haben so viele Brillen. Ich geb ihm den Nimbus. Er ist einfach, er ist einfach ein heiliger Chat. Nein, wisst ihr was? Ich geb ihm einfach die Blume. Gönnt ihr die hübsche Blume in den Haaren? Sieht doch bezaubernd aus, oder nicht? Gefällt mir. Oh, für Salon mit dem Barm... Ja, stimmt. Das wär lustig. Ja, also mehr, mehr, äh, hier Eulen finden für mehr Outfits, ha? Cute. Find ich auch. So, dann also hier erstmal nach Menincia und wieder nach Viscind. Oder Viscind. He died. Now he has a halo. Ja. Ist halt wie ein Dragon Ball. Er ist eigentlich gestorben, aber er ist noch bei uns. Wir sind so viele Leute. Und du machst das in Sidequests? Ich mein, ja... Tales of Berseria hatte, glaub ich, viel mehr sogar Outfit-Shit, ne? Obwohl ich weiß nicht. Wahrscheinlich brauch ich auch DLCs für noch mehr verrückte Outfits, aber ey. Ich will halt nicht die ganzen DLCs und so kaufen, ne? You know, you know. Und haben Leute langsam gesehen, dass ich live bin? God, Twitch, neuer Rekord. Du hast eine Stunde gebraucht, ha? So gut, haben wir noch nicht viel gemacht. Wir streamen schon eine Stunde, was? Oh, sind all die Leute hierher gezogen? Papa sagt, früher mussten die Leute viel schweres und gefährliches Zeug tragen. Ich weiß ja nicht, ob ich das glaube. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier so etwas passiert. Und, äh, wir haben nur noch eine Person, mit der wir reden müssen, ne? Kaufe jetzt alle DLCs. Siehe ich etwa so aus, als ob ich reich bin? Sword Art Online DLC aktivieren und wie Kirito rumlaufen. Ich hab das Sword Art Online DLC geschenkt bekommen von Ezra. Warst du denn letzte Woche, äh, dabei, Deku? Hast du das mitbekommen? Das sieht so hübsch hier aus. Warum so hübsch? Und du hast eine Midoriya-Figur. Und wie nennt ihr eigentlich Deku? Nennt ihr einen Deku? Nennt ihr einen Midoriya? Nennt ihr einen Izuku? Weil er heißt ja eigentlich Izuku. Äh, dementsprechend ja. Warte mal. Was für eine Quest ist das, wenn ich hier lang gehe? Fragezeichen? Deswegen ja wenig ist ja. Achso. Achso! Das Übungsgelände ist das. Ich hab am Stand Deku gesagt und die wussten, was ich meinte. Natürlich wissen die, was du meinst. Aber Deku ist halt sein Heldenname. Beziehungsweise den Namen, den er ja von, äh, Bakugo bekommen hat. Ähm. Aber er heißt eigentlich mit Vornamen ja Izuku. Aber manche Leute sagen auch Midoriya, was sein Nachname ist. Manche nennen ihn Izuku, manche sagen Deku. Es ist halt immer was anderes gefühlt. Meistens sag ich Deku. Alles klar, Saru. Dann haust du rein, ja? Lässt er mich allein. Viel Spaß draußen. Midoriya schonen. Ich weiß nicht, will ich hier sofort kämpfen? Ja, wir könnten kurz kämpfen. Willkommen auf dem Übungsgelände und dem ganzen Stolz von Wisskind. Wenn ihr euer, äh, euer Training auf die nächste Ebene bringen wollt, seid ihr hier genau richtig. Wir freuen uns über jeden Kämpfer, der durch unsere Türen kommt. Sofern ihr euch verbessern wollt, könnt ihr hier immer gerne trainieren. Wenn ich euch nur ansehe, merke ich schon, dass ihr euch nicht nur verbessern wollt. Ihr strebt auch danach, die Besten der Besten zu werden. Stimmt's? Ich bin draußen und ich schau Fully. Das ist die richtige Einstellung, Mann. Das ist genau richtig. Draußen spazieren gehen, Kopfhörer auf und bis in den Stream schauen. Genau so, Chad. Dann tretet näher und werft den Federhandschuh. Wir prüfen euer Kampfgeschick gern auf Herz und Nieren. Man sagt Federhandschuh? Es ist nicht Federhandschuh, es ist Federhandschuh. Oh. Habt ihr auch immer gesagt, das heißt Federhandschuh wie Federhut? Ich dachte, das ist, weil das irgendwie dazugehört oder so. Oh, es ist Fede. Das ergibt ja so viel Sinn. Oh. Oh, Einzelkampf. Machen wir mit. Äh, Rindwell. Let's go. Anfänger fortgeschritten. Machen wir Anfänger. Oh, da kriege ich halt Rosmarin und sowas auch, ne? Das ist, das würde sich auf jeden Fall lohnen, das halt, äh, zu machen. Bonus-Ziel. Ziel-Zeit. Ach so, wenn ich in drei Minuten erschaffe, habe ich einen Rosmarin. Ja, komm, wir versuchen es mal. Du hast auch nie Fede gesehen? Irgendwie. Aber es klingt immer nach Feder, wenn ich sage Federhandschuh. Ja? You know? And I got a picture with Koro-Sensei. Oh, nice. Hey, Koro-Sensei kann ich auch zeichnen. Ehe, he, 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 he. Oh. Euer Training hat gerade erst begonnen. Ihr habt noch einen langsteinigen Weg vor euch. Aber diese Erfahrung wird sich am Ende auszahlen. Nehmt alles, was ihr seht und lernt und setzt es ein, um noch besser zu werden. Okay. Slippy? Okay, Slippy wieder. Okay. Was ist eure Schwäche? Ah, Wind. Wie war das? Genau, wenn ich irgendeine Taste gedrückt halte, sehe ich deren Elemental. Es sind Wind Elementals, also es ist Erdelemental, also es ist Luftstoß, halt super gut. Aber Das ist immer ein bisschen zu schnell, guys. Dance in the Wind! Und ich kann das Spiel, ja? Ich habe ein bisschen gelernt, was ich hier tue, ja. Wie kommt das denn? Tja, ich habe ein Tutorial geguckt. Schau mich an. Dance in the Wind, Shen. Warum danzt ihr nicht im Wind? Was ist da los? Das ist prerecorded? Absolut. Dance in the Wind! Air Thrust! Dance in the Wind! Dance in the Wind! Wohin, die macht Tutorials? Nein, ich habe die nur geguckt. Dance in the Wind! Air Thrust! Yeah! Ultimate! Ja! Ja, ich sehe es. Äh, Ruinwell ist wirklich easy zu spielen, ne? Oh, fuck. Was ist dein Elemental? Gar keins. Warte mal, ich kann umwechseln, ne? Geflügelt. Also ihr habt alle kein Elemental. Hm. Aber wie ist das mit dem Speichern von Spells? Das verstehe ich, glaube ich, nicht. Wo schießt du hin? Aua! Oh mein Gott! Don't die! Also die Mode ist richtig gut. Vibe ist fantastisch, oder? Bully wird gezwungen, das Spiel zu können. So ein bisschen. Fuck. No! Die Cast-Zeit ist zu lang! Fuck. Ja, die waren, die konnte ich nicht down bekommen. Scheiße. Irgendwann mach ich bestimmt mal die Arena. Aber ich hab sie mir angeguckt. Skill-issue. Äh, naja, die waren halt schnell und meine Cast-Zeit hat halt irgendwie nicht gereicht. Bestimmt brauch ich einfach andere Arts dafür. Hab ja Rinwell auch nie gespielt, to be fair. Äh, die ersten Gegner, also wenn die Elemental-Weaknesses haben, ist es halt viel leichter, ne? Ja, Drinking Lava im Chat. Neugierig, was ich anhabe? Ich hab es selbst gekauft, wenn ihr es glauben könnt. Heutzutage bekommen wir Danen einen fairen Lohn für die Arbeit, die wir machen. Ihr werdet bezahlt? Das haben wir alles Lord Dohalim zu verdanken. What? Payment? Ich auch nicht. Mhm. Ja, ich hab eigentlich auch nicht so viel Bock darauf auf die Arena. Ich will eigentlich die Stat-Upgrades hier vielleicht haben. For fuck's sake, Rhyse lässt mich auf dem Gebiet vom fünften Lord nicht mehr raus. Oh. Ah, kann ich die Audience haben? Okay, cool. Haha. Oh. Es ist fest verschlossen. Sieh dich noch weiter um. Vielleicht will ich dann in den, äh, Nord- und Südgebieten nochmal mich umschauen, ha? Ne, da ist nur, ne, die Arena hatten wir hier und da oben. Okay. Yikes. Ja, ist immer sehr gemein, wenn ich ein Spiel irgendwo nicht mehr rauslässt, ne. Deswegen finde ich es eigentlich, ähm, ich meine, bei Fire Emblem haben Leute immer Angst, dass das passiert. Leute haben riesige XP-Ängste immer, ne. Ähm, ich finde das ganz gut, dass du in den Gage sagen kannst, Game Over und die Erfahrung behalten kannst und einfach die Map neu startest dann. Weil dann kannst du theoretisch, selbst bei einer Map, wo du das Gefühl hast, oh, ich bin viel zu unterlevelt, dich einfach hochleveln. Ne, hier komme ich nicht lang. Hm. Wenn man zufrieden ist, rebelliert man weniger. Das ist wahr. Das ist auf jeden Fall korrekt. Wovon redest du, Schickhaken? Was? Ah, nach oben. Finden die alle hier viel zu toll. Sieht viel zu gemütlich ja auch alles aus. Okay, hier kann ich rein. Yeah. Da waren es geht. Oh. Ein normaler Steinbruch, ha? Schauen wir erstmal nach, ob der Skid noch da ist. Arena Skippe-Böhm. Ach was. Ich dachte, ich muss jetzt pflichtmäßig die Arena spielen. Wo war denn der Skid? Hier? Oder am Anfang? Skid? War der hier? Nö. Noch weiter oben? Chikang ist weird again. Habe ich schon gerade erwähnt, ja. Nope. Oh, doch? Es ist... Ich dachte, es ist eine Sie. Okay. Der Rotary dann. Das ist ein Party-Mitglied. Das ist ein Party-Mitglied. Ich denke, es ist auch immer ein kaltes oder Drogen oder Drogen oder Drogen. Oh. Oh. We are all a bit weird. Nah, Chicago ist einfach nur schuld. Also kriegen wir den Lord einfach in die Party diesmal. Haben wir dann hier überhaupt einen Konflikt oder ist es einfach mal echt tatsächlich eine schöne Ruhegegend? Einmal ein bisschen viben. Nicht mal Chad lässt mich freimachen. Die sind immer so, oh Fully, wie du machst keinen Stream. Did I hear Vibe? No, I'm not weird. Doch, doch. Wir haben einfach ein schönes Dinner und adoptieren ihn und ja, alles gut. Lord, be so like, I had hate Chefe, so I join you. Hm? Hä, wie kann man nett zueinander sein? Das check ich nicht. Oh. Tomaten mit einem Karotten-Symbol, sagbar sind die dumm. Okay, hier geht's noch weiter. Oh, Katz ihn. Oh, der darf war da nicht rein. Sie ist es doch. Oh shit, wir kriegen beide. Okay. Ich hatte es richtig prediktet. Wir treffen sie zumindest. Hi, Mom. Ich mein, Mom. Mom, I fucked Mom. Just, Kisara. No last name would make you a Danon. So it does. Is that a problem? The Guard. Wait, so you're saying the Lord of Elda Menencia has Danons protecting him? In this country, Danon guardsmen aren't unusual. Everyone who enlists does so of their own free will. She sounds like she's serious, Alphen. That makes no sense. Don't your people remember seven years ago? Wouldn't you be grateful? If you were finally allowed to live as a free person? Doch. And for my part, there is no greater honor than being chosen to serve his excellency. Lord Dohalim. Wenn ihr den... Ja, wenn ihr den freiwillig supportet, ist doch alles neu. But all of that aside, I came seeking you, Alphen, at Lord Dohalims Behest. He wishes an audience with you. Okay, cool. With us? Chicago, ey. Indeed. He awaits you at Ottolina Palace. That is, if you choose to accept. I am here only as a messenger, not a kidnapper. Your reply? All right. We'll meet your Lord. Very well. I shall return and deliver your acceptance. Please don't keep him waiting too long. Hey, Patrick. Was geht? Aha. There's a den in medical facility for the severely ill at the back. However, for sanitation reasons, it's capped off limits, even to guardsmen. That was odd. What do you think this Dohalim would want to see us? It's probably a trap. Still, they already know we're here. Not like we can start being stealthy now. We might as well listen to what he has to say. Okay. Hey, are you sure about going? What if it's a trap? That's no reason to back out now. Law's right. I get your concern. But we should buckle down. Diese Tür ist extrem, extrem sus. Das ist einfach genau wie in Dressrosa. Und das Ding ist, ich mein, wenn ich mich an Tales of Berseria erinnere, ähm, dann ist das durchaus so, dass ich oft One-Piece-Vibes bekommen hatte in der Story dort schon und mir dachte, vielleicht sind da ein paar One-Piece-Fans unter den Ridern oder Entwicklern oder so. Und, äh, wenn ich mich richtig erinnere, habt ihr sogar nachgeforscht und herausgefunden, dass es wirklich One-Piece-Fans sind. Hahaha. Was, wenn die sich dachten, lass mal Dressrosa hier einbauen. Würde ja komplett zeitlich hinhauen, ne? Absolut möglich. Aber es geht erstmal. Immer über One-Piece. Na, sie hat selbst entschieden, oder? Haben wir Proof? Ja. Das ist korrekt. Das wissen wir nicht, aber wir haben auch keine Beweise. Ja, der Ark wirkt sehr interessant, weil wir haben halt, ähm, nicht dieses, es ist offensichtlich schlecht, sondern wir haben halt diesen Konflikt, wo ich selbst am überlegen bin. So, wehen die das selber? Ist es sus? Wirkt es los sus? Bin ich misstrauisch wegen den anderen Lords? Oder ist es einfach hier wirklich ein idyllisches Zusammenleben zwischen Danon und Renon? Vielleicht stehen die Renon halt einfach ein bisschen besser da und die Danon vielleicht ein bisschen niedriger, aber denen scheint es ja nicht schlecht zu gehen. Die scheinen nicht schlecht behandelt zu werden. Es ist definitiv sehr viel höheres, äh, Life-Standard, was wir hier sehen, als in den anderen Gegenden. Natürlich wahrscheinlich nicht perfekt, kann man bestimmt ausbauen und so weiter und so fort. Und die haben gute Punkte von wegen, auch vielleicht, äh, haben die das einfach so akzeptiert, weil die das nicht anders kennen, einem Renon zu dienen oder shit. Aber bisher wirkt hier nichts wirklich mies. Also so wirklich, wirklich, wirklich mies, ne? Ähm, wir haben auch keine Beweise, dass es der Fall ist. Hey, Willi, was geht? It's just, äh, almost enormous society at this point. Ja, ja, ja. Also wir sehen halt zum Beispiel jetzt nicht, dass Renon arbeiten, außer halt als Wachen. Das ist ja zum Beispiel ein Ding. Was wir halt nur haben ist, dass die Danon hier zum Beispiel in Steinbruch arbeiten. Äh, also die verrichten schon die Arbeit wahrscheinlich für die Renon und den Renon, die hier leben, denen geht es wahrscheinlich sehr viel besser allgemein. Aber immerhin scheint hier keine, sag ich mal, sehr offensichtliche In-Your-Face-Diskriminierung oder schlechte Behandlung stattzufinden. Was wie gesagt, ne Riesen-Step-Up ist. Nicht das Beste, aber viel besser. Ich bin gerade mit dem Xenoblade Chronicles 3, die ist hier durch, ziehe ich an Xenoblade Chronicles 4. Oh. Unbegreiflich, weiter geht's. Ja, es sieht auch schöner aus, als die anderen Gegenden, einfach weil wir mal ne richtig lebendige Gegend auch haben, ne lebendige Stadt. Es sieht auch richtig so aus, als ob hier Leute wohnen und ne Geschichte zu erzählen haben, wie sie hier leben. Mit den ganzen verwinkelten Gassen und den Häusern, die vollgestellt sind und so. Alles ganz hübsch eigentlich. Ja, ich sehe den Skit. Alles gut. Lore hat einen guten Punkt. Irgendeinen Grund gibt's wahrscheinlich. Absolut, absolut. Lore hat vollkommen recht. Geht übrigens so 20 bis 25 Stunden, wenn du also so ein Intermezzo brauchst. Ja, ich hab schon gehört, dass es durchaus auch ein bisschen länger geht, ne. I really wish to be able to Roman Viscount. Actually even more in Realm 4. Okay. Ja, aber ne, zum Beispiel allein die Tatsache, wir haben hier so Sachen rumstehen, wir haben Haustiere mit Katzen hier. Da sind diese ganzen Abstellsachen. Es ist alles so verwinkelt. Es sieht hier aus, als ob Leute hier auch irgendwie leben und arbeiten und Dinge tun. Ähm. Ne, auch die ganzen, der ganze Schmuck, der Markt. Es sieht so gut aus. Am Ende sind das alles keine Denon, sondern das sind alles Renon. Oh. Das ist viel für den DLC. Absolut, absolut. Absolut. Obwohl, Sinolog, glaube ich, würde auch bestimmt 10, 12 Stunden gehen mit Cutscene und allem drum und dran. Sinolog war auch länger, als ich erwartet hab. Hey, Kisada. Dieses Outfit von ihr, ne. So, von vorne ist es eine normale Rüstung und von hinten denkt man sich, okay, guys. Wir brauchen, wir brauchen keinen Rückenschutz oder so. Who needs that, ne. Hey. Du bist es wieder. Nachdem sich unsere Wege getrennt hatten, trat die Bürgerschaft mit einiger dringenden Peti... mit einer dringenden Petition an mich heran. Lord Dohalim ist momentan damit beschäftigt, darauf zu reagieren. Daher muss ich dich bitten, zu warten, bis er fertig ist. Sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind, übernehme ich die Führung. Werden wir in ein Zimmer, äh, gebracht, wo wir dann eingesperrt werden? Hm. Absolut, Silas, und was geht. Ja, es fühlt sich so hart danach an, ne. Fuck me. Ja, an den hab ich gedacht. Aber ich dachte, es ist sie. Danke. Kisara. You're the wielder of the Blazing Sword, the Liberator of Calaglia. You do dress humbly for someone of such grandeur. But where are my manners? I am the ruler of Elda Menensee. I'm Lord Dohalim Ilkarus. If you know who we are, then you know how strange it is to invite us into your palace. Hat was Arabisches an sich tun. Vizint. Nope. Nope. Nein. Ich hab kein Proof. Chionchil. Holy moly. That's... That's hot. I commend you for your boldness. It won't work on me. Still. Your would-be assassination cannot go unpunished. True. Chion, das war dein Fehler. Ähm. Das hätte nicht sein müssen. Der ist viel zu cool. Was zum Fing. Ja, wie ist er überhaupt so auch an die Macht gekommen und alles, ne? I love him. Was? Ist echt so, bist du dumm? Die Resolve ist überhaupt nicht... Irgendwie ins Schwank gekommen, ja? Hey, you do know that Alfin is really just worried about you, right? Ich mag die Blume, die ich ihm gegeben hab. Cute, oder? He's worried. I mean, that's what it looked like to me. Hast du das nicht gecheckt? But, um, maybe not. Renwell dachte sich auch so, sag mal, bist du dumm? Tickende Zeitbombe. Ja, das ist schier unwirklich. Oh. Ja, vor allem, ich mein, ich mein, ich hab keine Ahnung, eure Kommentare zu ihm und dadurch, dass er am Party mitgeht wird, lassen mich halt auf jeden Fall darauf schließen, dass er selber wahrscheinlich nicht wirklich Dreck am Stecken hat. Es könnte sein, dass hinter seinem Rücken irgendein Council... Ja, wenn ich jetzt sehr political gehe von solchen Storys, du hast ja nie einen komplett autokratischen Herrscher in dem Sinne bei sowas. Auch bei einer Monarchie oder so nicht. Du hast immer einen, ähm, Rat an mehreren Leuten, an anderen Lords oder so, an anderen Leuten mit Power. Du musst ja die Gewaltstellung irgendwie teilen und sowas. Und es kann oft sein, dass die natürlich irgendwie im Hintergrund viel mehr machen, was er nicht mitbekommt. Und er denkt, er macht alles richtig, aber er checkt's halt nicht. Aber, äh, schwer zu sagen. Oder vielleicht ist hier wirklich einfach alles gut. Aber ich denke einfach mal, er selber macht nichts falsch. Bodenangriff, Waffenschuss, Sprintenfeuer, Bogen, Gewaltgegner in die Luft. Einfacheres Überlimit. Da kommst du schneller ins Überlimit, ist auch nicht verkehrt, ne? Hm. Hast du mehr Elementalsachen oder so? Heilender Kreis. Ein mittleres Heilungsart, das die KP aller Verbündeten in der Nähe schrittweise wiederherstellt. Ja, äh, let's go, voll gut. Shion ist so wie immer. Ja, natürlich, aber dass sie sich hier nicht hat beeinflussen lassen von dem, was sie gesehen hat. Ah, kein, kein Trust, ne? Two wasted opportunities. Why did you set the Danons here free when you took over? Ah, but you are mistaken. You see, I may rule single-handedly. Oh, was? Also, er ist wirklich ganz alleine am Regieren. Ah. Sounds a lot like the Danons are still oppressed if you ask me. Only in the sense they continue to serve as laborers, yes. However, I assure you they are fairly compensated for their efforts. This harmony we strive for is the current pinnacle of Ren and Danon co-existence. Das stimmt wahrscheinlich. Harmony and Co-existence between the Renons and the Danons. What about the Crown Contest? This doesn't exactly make you a shoe-in. And yet, the Danons here are even more productive than when they used to face daily lashings. In any case, the Crown Contest is of little importance to me. And even less to Elda Menensea. You see, I have no interest in becoming sovereign. Hm? Ja, eigentlich nicht, Saru, ne? Darauf wollte ich ja eben hinaus. Hm? Okay. Ja, bisher denke ich auch, das ganze Ding ist super interessant gerade. Oh, es ist schwer für dich die Untertitel zu lesen. Ich weiß nicht, ob ich Einstellungen für sowas hab. Oh? Nice Kick. Stop this. Please. It's over. Stop! Hm. 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 Was ist passiert bei dir, ha? Wie kannst du das? Ich versuche, ich versuche, ich versuche, ich werde dich nicht vergeben für das. Ist das auf seinem Heimatplaneten? Hat er sich in den Kronwettbewerb reingebracht, weil er irgendwie abhauen wollte? Ha? Oh, musste er kämpfen? Hm. Ah. Are you saying you'll withdraw from the contest? I guess if you don't plan to ascend the throne, there's not much reason to harvest energy from Danans, is there? Let the ambitious fight it out amongst themselves. All I care for is maintaining peace throughout my realm. So what? Your personal desires are all that matter to you? Ja, wie bei dir, oder? Take a look in the mirror. I may not play their games, but you have outright betrayed your own. You've torn down two of my fellow Lords. What precisely is your aim? Hatte ihr nie gesagt. I care not for your reasons. Suffice it to say, I will not impede you. With that said, should you threaten the peace of my realm, I will respond. Natürlich. Sie hat das Essen gegessen. Ich wünsche dir, dass du dein Business und die Menincia in deinem earliest convenience verlassen möchtest. Kelzalik. Unsere Gäste entfernen. Bitte seht ihr in ihren Lodgern für die Nacht. Hey, Sefri, was geht. I shall arrange for rooms for you all at a local inn. It is a short ways down the road. You may stay there for the night. After which I suggest you promptly make your departure. Lord, ein bisschen was gegessen. Ich finde das, das ist voll nice. Ich liebe solche Details. So, bei Alphen habe ich jetzt gerade leider nicht so gut drauf geachtet. Ich könnte mir vorstellen, Alphen hat auch ein bisschen was gegessen. Viele? Aber. Aber das ist halt so ein super Detail. Rinwell hat ihm halt gar nicht getraut, weil er ein Renan ist. Äh, verständlich. Sie ist, sie hat ihr Misstrauen ja noch gar nicht losgelassen. Und ich, das wird wahrscheinlich noch dauern, bis es, äh, ähm, 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 weg ist. Äh, also, ja. Äh, hier, Shion finde ich interessant, dass sie einfach voll reingauern hat. Lord hat ein bisschen gegessen, aber sie hat alles gegessen. Was ich interessant finde. Und ich finde es auch interessant, dass sie keinen Fick darauf gibt scheinbar, ob es hier den Denen gut geht oder nicht. Sie will einfach nur die Lords niederstrecken. Ha, scheinbar ist es auch so, dass die Renan selber Probleme zu Hause haben. Ich schätze mal, irgendwas ist in seiner Kindheit schiefgelaufen oder in seiner Jugend, wie er an die Macht kam, obwohl er es nicht wollte. Und deswegen macht er hier an dem Contest auch nicht weiter. Er ist, ich glaube, er ist, äh, ein Pazifist deswegen. Oder generell ein Pazifist. Und er will eigentlich gar nicht ein Power sein. Aber er hätte ja sein können, dass er irgendwie seine Geschwister oder seine anderen Kontrahenten, äh, in einem Kampf besiegen musste. Und, ja, er ist halt übrig geblieben. Jetzt, äh, Shion, Shiit. Ja, aber es geht ja auch um, um Vertrauen. So, ich würde schon sagen, dass das ein bisschen deren Stand darüber, äh, zeigt, wie sehr sie ihm vertrauen. Was sie mir sagen würde, Shion sieht in ihm keine Bedrohung, dass er wirklich sie irgendwie vergiften würde oder sonstiges. Aber sie will ihn trotzdem töten. Okay. Erst was geht. Wo ist Kopfgeld? Hm. Hm. Für mich sah es so aus, als ob er gegen, äh, einen Kindheitsfreund kämpfen muss. Welcher von deiner Macht beeinflusst war. Die andere Freundin hatte nur mitbekommen, wie er ihn getötet hat. Ja, ich meine, das könnte natürlich auch sein. Aber seine Worte, äh, lassen mich da ein bisschen gegendenken. Weil er sagte, ich spiele nicht deren Spiel mit. Er hat sich einfach vom Spiel zurückgezogen, was die Rennen spielen. Ja, der macht da nicht mit. Äh, und er meinte, du aber hingegen hast deinesgleichen halt verraten. Und ich denke, das ist ein entscheidender Unterschied. Also, wahrscheinlich ist das einfach etwas, was ganz normal da war und was er einfach nur nicht cool fand, ne? Arthur hat, by the way, nichts gegessen. Interessant, dass er auch nichts gegessen hat. Obwohl er gar nicht so misstrauisch wirkt. Es gibt bei der, äh, gibt eigentlich in jedem Spiel ein Fahndungsplakat des, äh, Haupthellen, das mit Absicht grauenhaft gezeichnet ist. Oh, echt? Ups, das ist, äh, verschlossen. Ich denke mal, da sind viele Sachen. Da ist ein Schatz. Wollen wir mal schauen, ob ich zum Schatz kann? Ja, hier bin ich richtig. Dann hier runter. Ansonsten gehen wir einfach in unser Zimmer. Verschlossen. Gehen wir davon aus, alles ist hier verschlossen. Könnte aber natürlich hier noch ein Dungeon werden, ne? Ich meine, was auch bisher für uns klar ist, ist, dass wir, Gemächer des Lords, ne, warte mal. Schabsquartier, Wachzimmer, Adelszimmer. Ach, haben wir schon geschlafen? Können wir einfach raus? Ich glaube, wir können auch einfach raus, oder? Eingang zum Platz. Ja, ich glaube, wir können einfach raus. Ja. Jo, das sieht so cool aus hier. What the fuck? Oh. Kann ich hier rein? Oh, ja, kann ich. Ja, Antonio, chill mal. Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Aber wie steht ihr eigentlich gerade zu einem Loot? Vertraut ihr ihm? Ich meine, natürlich, wenn ihr es wisst, macht man nicht mehr, logischerweise, ne? Aber traut ihr ihm? Ja, wir sind zu paranoid, um mit dem Palast zu schlafen. Optisch ist das Spiel auch so ne Bombe? Hm. Hm, Brüchte der dänäischen Arbeit. Hm. Interessant. All we ever got was a tattered blanket, a rock-hard bed, and well past its prime food. What are you talking about? What we got for our slave labor back in Calaglia. As you can tell, it wasn't much at all. Here, the Danans get the same basic amenities, but the quality is way better than anything we were given. Hell, apparently they even get time off to do what they want. Freizeit? If I'm being honest, I'm not sure how to take all this in. Could it be that things were simply harsher in Calaglia compared to everywhere else? It was the same in Ciclodia too. Our buildings and clothing were equipped to handle the cold, but that was the only difference. Ja, ihr hattet es doch mal besser. So we didn't really get rewarded for anything that we did. Yeah, you could be assigned to fix food or make daily necessities too, but when all was said and done, most of that stuff went to the Renans. There wasn't much in the way of compensation for any of that, so I'd say that Ciclodia and Calaglia were both pretty awful. An elder Menensea really is unusual. To say the least. Hell, I might even go so far as to call it crazy. But the fact remains, Danans aren't free here. Yeah, no matter how happy they look, they're still slaves. I don't even know what to think right now. This is all way too much to deal with. It's giving me a headache. I find it interesting, how Renwell and Law both are the opinion, the people are here all Sklaven. That is just the thing. I think we don't know if they have the freedom to leave the city. That we really don't know. Or if they can all free work. It's just like if they could have their work maybe even though they could have more freedom. And although Law is not so bad as Renwell, both are in the opinion, it's always still Sklaven here. I find it kind of interesting. There were misplaced in the subs. Oh, really? I can also argumentate, if you just saw Böses, you can see his face so quickly not change. Absolutely, it gives you a sense, why they think so. I find it interesting, Law is very much more acceptierender and he sees that here much more positive in the entire development. But he says trotzdem, that is not enough, it must be more. And Renwell lädt that all of the stuff. No, 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 no. All of the bullshit. All of the fake. Ah, 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 ah. All of the Sklaven. All of the scheiße. I find that interesting. They have both the same way. But their way there is just not like the other Lords we've met until now. That makes it interesting. So that was Lord Dohlim, huh? He sure is something. Definitely not like the other Lords we've met up until now. Nee, that is ziemlich anders, yeah. Sie ist so angry. Sie sind so angry. Sie sind so angry, total. Das stimmt schon ein bisschen. Mad because small. Ah, ah, I'm not like the other Lords. Das macht er ja wirklich, das stimmt. Aber, was ich finde, was, was, äh, äh, wo ich nicht weiß, was ich davon halten soll. Sein Kommentar, dass er, äh, dass wir schon zwei Lords getötet haben, klang halt ein bisschen so, als ob er das echt nicht gut fand. Obwohl die beiden absolute Haufen Scheiße waren, ja. Wäre ja schrecklich. Und Sefri meinte vorhin, wir haben den Bösewicht des Spiels getroffen. I don't know. Und Patrick meinte vorhin, du hast ihm vertraut, weil er ein Partymitglied ist. Ja, das natürlich gibt ein bisschen Vertrauen, aber das heißt ja noch nichts, finde ich. Also, ich weiß ja auch nicht, ob er nicht irgendwas anderes plottet. Äh, ich meine, er könnte Partymitglied sein. Und dann kommt Big Betrayal. Ist ja nicht so, als ob das noch nie in JRPGs oder generellem Videospielen mal vorkamen, ne. Es wird auf jeden Fall schwerer Fuß zu fassen. Hm. Und ja, klar, wie du sagst, Mav, die kennen ja das Konzept von so, äh, Arbeit oder so nicht, wie wir es kennen. Ich sehe das ja halt voll, dass das Sinn ergibt. Absolut, absolut. Aber, ähm, you know, ich finde es wie gesagt trotzdem interessant, dass sie, dass sie ja unterschiedliche Ansichten trotz dessen haben. Kann ja auch heißen, dass er generell gegen das Töten ist, weswegen er den Stab benutzt. Ja, ich würde auch sagen, er ist generell, er wirkt wie ein Pazifist. Was er nämlich ja auch nicht getan hat und wo er gezielt hat bei, äh, Xion, war ihre Schulter. Er hätte ja direkt hier auf die Brust, äh, zuschlagen können mit dem Stab und ihr vielleicht wirklich Schaden zufügen können damit, ne. Nope, er hat die Schulter, ähm, es war sogar ihre rechte Schulter, ne, wo auch Alphen getroffen wurde. Er hat ihre rechte Schulter halt genommen, die sie halt definitiv braucht zum Zielen. Äh, damit sie halt nicht nochmal schießen kann. Also, er wollte definitiv einer Konfrontation, äh, weiterhin auch zukünftig aus dem Weg gehen. Oh, der next truck, meinst du, er hat den Hals, äh, angezielt? Könnte sein, dann ist das doch mal was anderes. Aber ich weiß nicht, das passt dem Migrant nicht so ganz zum Rest. Das freut mich, Shining, das freut mich. Also, er hätte, ja klar, klar, er hat ja auch den Hals attackieren können, klar. Kopf, Hals, alles mögliche, ja. Er hätte sich auf jeden Fall wahrscheinlich, äh, viel mehr verletzen können. Aber es wirkte nicht so, als ob er darauf gezielt hat. Und, naja, es gibt diesen anderen Dude, der namentlich gedroppt wurde. Wie hieß der? Kelser? Kelser? Kelserlack? Dieser eine andere, der Diener von ihm, ja, der mit der Brille und dem, äh, weißen Anzug. Kelserlig, genau. Weiß nicht, ob der irgendwie relevant ist, aber er hat einen Namen, also sollte ich ihm auf jeden Fall im Auge behalten. Uh, sehr viel besseres Buch für Rinwell, das brauchen wir. More Power! Bei seinem Kampf gegen seinen Freund oder so, klang es auch so, dass er blöd getroffen hat und er erstickt ist. Na, er hat halt, also wahrscheinlich wollte man das nicht zu lange langziehen, aber er wollte nicht kämpfen. Er hat ihn gebeten aufzuhören, er hat gedodged und dann, nachdem er ihn öfter mal entwaffnet hat, dann hat er ihn richtig erst attackiert. Also, irgendwann ist bei ihm auch Ende, aber ich denke, er gibt dir oft Zeit, dass du nicht weiterkämpfen könntest gegen ihn. Deswegen, er wirkt wie ein sehr interessanter Charakter. Ich, ich, ich finde ihn, ich finde ihn interesting. Welcome, their travelers. Lord Dohalim's Retainer told us to expect you. It is an honor for you to stay with us. Please, make yourselves comfortable. Ich weiß nicht, ob es ein Unfall war. Ich denke, er hat schon sehr bewusst da angegriffen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh nein. Gut, dass ich oft darauf geachtet habe, ob die was gegessen haben. Du hast recht. Aber Shion hat auch was gegessen. Die hat auch das ganze Steak sogar verputzt. Du hast aber auch gegessen und nur Law war müde. Vielleicht war er einfach nur müde. Und warum hat das... Also... Das ist genug, Rynwell. Hm, naja. Katze. Sie hat Katzen-Remotes? Hey, where do you think you're going? Du, heil jemand bei dir die Sonnenbrille auf? Weisheit des Tages. Fürchte dich nicht, langsam zu gehen. Fürchte dich nur, stehen zu bleiben. Chinesische Weisheit. Oh. Oh. Katze. Na links gerannt, ne? Oh, kommen wir jetzt zu dieser ominösen Tür, wo was dahinter ist? Wahrscheinlich. Vielleicht. There he is! Stay close. We're going to lose it. What's gotten into you, Law? This might be the lead we've been waiting for. Seriously? Maybe. Some people train animals to act as messengers. They don't attract attention, see? And you think that someone might be using that cat? To reach out and send us a message or something? I could be wrong, but it's possible. I'm impressed. I would never have thought of that. I should know. We used to use them in Cyslodia. They have been coming on, schon lange. She's so adorable. Can you say something? Der Herr der schwarzen Katzen, so, so. Ich hab langsam das Gefühl, dass wir alle einfach nur paranoid sind. Dass vielleicht die Gruppe sich dementsprechend ein bisschen zerstreitet. Rinwell ist halt komplett paranoid, alles ist sass. Dann wurde Law plötzlich müde. Und wir dachten natürlich sofort, alle automatisch, Gift, Poison. Aber Shion wurde nicht müde. Alles weird, alles weird. Wollen wir den Command her? Achso, ja, hab ich beantwortet. Alphen war auch müde. Ja, der hat nichts gegessen. Einfach nur müde. Ich katze sie jetzt. Ich würde nicht versuchen, uns herumladen, wenn jemand ihn nicht trainiert hat. Ich würde nicht wissen. Ich habe nie einen selbst gehabt. Wenn ich so gemacht habe, würde ich wahrscheinlich versuchen, zu essen oder zu hüten. Nicht hüten. Das stimmt. Johnny hat den falschen TTT-Part hochgeladen. Heute war Minecraft dran, oder? No. Aber danke, dass du mich dran erinnerst. Nämlich, das heißt, ich kann mal einen Tweet raushauen für den TTT-Part. Ach, Johnny, ey. Ach, Johnny. Typisch Johnny. Mhm. Dann haue ich mal eben einen Tweet raus. Ai, 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 ai. Ah, Link zum Teilen abrufen. Und dann packe ich das auch mal eben in Discord. Wenn ihr TTT gucken geht, dann müsst ihr aber wiederkommen, ja? Versprochen. Schwört, Chat. Jo. Wieder TTT. Johnny hat scheinbar den falschen Part hochgeladen. Aber heute ist Minecraft in TTT dran. Also, bei mir ist alles richtig wicked. Yeah. Ich hoffe, ich bin nicht falsch. Ist schon wieder runtergenommen worden. Oh, ich sehe was gerade in der TTT-Konfi. Wow, ich habe eben die falsche Folge hochgeladen. Und jetzt bin ich in Dänemark. So viel zur Vorbereitung. Gute Arbeit. Gute Arbeit, Johnny. Johnny hat es selbst bemerkt. Ich feiere jetzt. Haust du rein. Mach es gut, Dan, ja? Viel Spaß. So. Am besten ihn auf Twitter taggen. Nah. Oh, ich sehe da einen Hot Tweet. Wer ist besser? Etje oder Alcris? Etje. Aber psst. Oh. Johnny ist auch müde. Das ist okay. Okay. So, Tweet ist raus. Also können wir nochmal weitermachen. TTT immer erst nach dem Stream. Brauche ich ja Konten, wenn der Stream vorbei ist. Ja. Ja, richtig so. Fire Emblem ist jetzt auch endlich mal komplett fertig hochgeladen. Und was auch ganz nice ist. Geht die Katze nach rechts? Die geht nach rechts? Ja. Katze? So viele Pilze, die wir mal finden. Ah, da ist die Katze. Gleich nirgends. Okay, jetzt für Leute, die das Spiel, äh, nicht kennen, ne? Das ist wahr. Glaubt ihr, die Katze führt uns wirklich irgendwo hin? Oder glaubt ihr, das ist einfach nur reine Paranoia von der Party? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich sehe beide Möglichkeiten offen. Katze. Dänemark ist auch so ein Land, was ich gerne mal besuchen will. Äh, ich war da, wo ich vielleicht drei Jahre oder so alt war. Ja, warum nicht? Gönn dir. Meinst du, die Katze führt uns zum Rotschopf? Hm. Fifty-fifty. Ja, ich bin mir auch so unsicher, ne? Und der irdische Wald. Hm. Hier sollte übrigens, äh, Eule sein wahrscheinlich, ne? Kannst du, Dänisch? Oh, was, Sven? Was, wenn Dohalim doch ein, eine Schwäche, ein Problem hat? Und zwar, ihm geht es darum, den Frieden hier innerhalb des Reiches zu behalten. Was, wenn er damit dafür sorgt, dass alle Leute hier festbleiben und niemand irgendwo jemals streitet, weil die sonst dafür punished werden? Und das ist hinter dieser Eisentür. Wenn Leute, wenn irgendwo Konflikt ist, erstickt er den Konflikt sofort in Keim. Was halt natürlich irgendwo unnatürlich ist, logischerweise. Es gibt immer irgendwo Konflikt, Streit, sonstiges. Äh, und du kannst das natürlich so krass unterdrücken. Und dadurch wirkt alles so perfekt und idyllisch. Vielleicht auch nicht, aber es würde, glaube ich, zu ihm passen bisher. Juhu. Das ist okay, boys. Wow. I should be asking you. What am I saying? Of course you're okay. It's easy to forget sometimes. If anybody else had been in your place, they'd be howling right about now. Huh? Oh, right. You mean your thorns? Yeah, I'm... No worse for wear over here. Again, sorry for brushing you like that without warning. Well, just be careful. Hey, Alfin. Hm? Hm? Forget it. It's nothing. I'm sorry to bother you. Ausgebildete Streitschlichter. Okay. What's with those two? Wisst ihr, was ich mich auch frage? Einfach mal, um so eine Theorie mal auszusprechen. Allgemein, was Urlaub angeht, welche eher in den näheren Umkreis bleiben, kann man auch machen. Man kann auch gut in Deutschland viel bereisen und Urlaub machen. Es gibt so viele... Ups. Viele Ecken, die durchaus sehr interessant sein können. Was ich aber sagen wollte, ist... Was vielleicht auch ein Ding sein könnte, was wenn Xion... Der hat ja auch so diesen Master-Core-Dingens. Aber es hieß halt, sie hat ihn gestohlen. Aber würde sie das nicht trotzdem quasi technisch gesehen irgendwo als Lord qualifizieren? Was, wenn sie ein Lord ist und die anderen Lords sind pisst, weil sie die Regeln quasi ein bisschen bricht und zu den anderen Lords aktiv hingeht, um sie alle niederzumetzeln? Dann ist sie als einzige übrig und ist halt Nummer 1 für die Crown. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht sind ihre Gründe gar nicht mal niederträchtig oder so. Aber was, wenn sie wirklich die Krone an sich reißen will mit dem ganzen Ding? Ich meine, das wäre ein definitiv sehr schlüssiger Grund, warum sie alle Lords niedermetzeln will unbedingt. Do you just give me an idea? Was ist deine Idee? Oder willst du sie nicht sagen? Übrigens, voll hübsch der Wald auch. Enemies! Na, hier ist kein Badfeeling. Alles gut. Alles easy. Aua. Ich muss aufpassen bei deren, äh, Erdmagie. Du machst das, Lord. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Okay. War denn nicht im Eisgebiet ein mysteriöser Schwertkämpfer, der nach etwas sucht? Ja. Es gab einen mysteriösen Schwertkämpfer, der nach etwas sucht. Vielleicht, äh, ist er der eigentliche Lord und Shion hat ihm... Ne, der hätte auf Shion reagiert oder so, ne? Auf jeden Fall, es wirkt so, dass diese ganzen Mastercores ein Element von den Lords sind. Und, äh, es ist ja auch definitiv ein Ding. Der letzte Lord, der noch irgendwie im Rennen ist und die meiste Energie hat, jade, 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 bla, 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 ist halt, äh, der nächste Emperor. An sich wollen sie ja die Krone haben, damit sie sich vom Planeten, äh, wieder verpissen können. Ja, ist halt auch die Frage, ne? Aber, ne, die Krone an sich wollen sie so oder so haben. Äh, wahrscheinlich sind die freiwillig überhaupt hier runtergegangen. Aber für die Rennen sollte es auch gar nicht so schlimm sein, hier zu sein. Ich meine, welcher Gefahr sind sie ausgesetzt außer uns jetzt, ne? Die haben eine Domäne, über die sie herrschen. Für ein paar Jahre. Bis sich irgendwann, ähm, Kronenkandidaten herausgestellt hat. Wurde eindeutig gesagt, dass sie sterben müssen? Ne, ne? Ich meine, wenn sie sterben, sind sie raus. Aber es wurde nicht eindeutig gesagt, dass sie tot sein müssen dafür, um zu verlieren, um auszuscheiden. Ich meine, hier, Dohalim macht nicht mal richtig mit. Der ist nicht mal wirklich im Rennen, weil er keine Energie sammelt. An dem Wald aus Final Fantasy XII, ja. In meinem groben Bugfix ist fertig. Nice, nice. Also war es so schlimm produktiv. Ich habe übrigens auch gelernt, wenn ich diesen Brecher mache, sind meine Arzt alle wieder aufgeladen. Das ist natürlich immer sehr nice. Luxus vielleicht? Ja klar, Luxus, aber you know. Wenn du halt nicht das Risiko hast, dass du zwingend sterben musst, um aus diesem ganzen Wahlprozess, ja, hier rauszufliegen. Dann hast du ja nicht wirklich ein großes Risiko, einfach daran teilzunehmen. Es sei denn natürlich... Ich meine, es wurde auch gesagt, es ist nicht erlaubt, dass die anderen Lords sich krass einmischen, ne? Weil die die Energie auch nicht harnessen und so. Das ist wahr. Bäume können groß werden. Ja, bei. Ich habe eventuell viel Zeit. Da rein investiere ich. Bin immer noch nicht fertig. Gibt noch einen Hotfix, den ich machen will. Und noch eine Sortierfunktion. Viel Erfolg dabei. Hoffentlich ist der Stream angenehm genug dafür nebenbei. Und womit man auch easy eine Woche Content füllen kann. Jeden Tag Videos, vielleicht noch länger. Chad, was glaubt ihr, wie lange würde man durchschnittlich brauchen, um jetzt die Fire Emblem Engage Playlist zu gucken? Mit der Partlänge. Es sind 10 Videos. Mit dem kürzesten ist halt 7 Stunden. Das sind halt, äh, 60 Stunden plus Content. Schafft man das in einer Woche? Wenn man vergleicht, dass, äh, hier scheint für den Randon eher ein Kaff zu sein und die wollen wieder zurück zu ihrer Zivilisation, haben sie sowieso keine Probleme mit der Moral. Nee, aber, you know. Einige davon wollen doch definitiv auch die Krone. Der Stream ist super dafür, deine Stimme zu hören, wenn ich am Verzweifeln bin. Wenn ich nicht den Fehler finde, hilft mir tatsächlich etwas zu entspannen. Und das freut mich sehr. Einfach Training nochmal dafür eingehen, entspannter zu reden. Angenehmer zu reden. Was ist so die beste Tonlage dafür? Dass die Leute sich am wohlsten fühlen. Sowas gibt's bestimmt. Jetzt war kein Scheiß. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass man sowas trainieren kann. Ich mein, ich weiß, dass im Radio das ein Ding ist. Radiosprecher haben ja auch oft, zum Beispiel auch wenn die Werbung oder so aufsagen. Die haben so ein gewisses, die haben so einen richtig krassen Bass, vor allem die männlichen, in der Stimme. So richtig dieses Knurren drin. Das ist scheinbar für voll viele Leute total angenehm. Und deswegen haben die immer solche Sprecher dort. Genau deswegen. Weil es irgendwie einen positiven Eindruck vom Ganzen gibt. Lässt sich das voll sympathisch wirken und so. Speaking in passive aggressive, that is no ASMR. Okay. Spreche passiv aggressiv scheinbar. Der Gegner hieß Waldgurke. Ja, besser als der Seegurke, hm. Stimmt, Waldgurke. Jetzt schütt doch mal. Komm schon. Okay, der ist dann. Irgendwie, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass wir jetzt einfach hier in diesem Wald sind, wirkt ein bisschen random, oder? Wir sind einfach einer Katze gefolgt. In einen Wald hinein. Was erwarten wir uns jetzt hier raus eigentlich? Oh, da hast du eine tolle Truhe. Aber Fully, Katze. Wenn ja, Katze. Oh, 2000 galt. Was ist hier los? Ich habe schon so viel Geld gefunden. Die Katze weiß bestimmt, was sie tut. Als wenn die Katze sich verwandelt, hm. In eine menschliche Person. Hm. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich von Kisara halten soll. Abgesehen von ihrem Design. Oh. Die muss doch... Ich meine, die wird doch auch ein Party-Mitglied. Die muss doch auch noch safe irgendwie eine größere Rolle spielen, oder? Und wir sind auch schon zwei Stunden dabei. Yo, Chat. Glaubt ihr, wir schaffen das ganze Gebiet hier? Oder muss ich Überstunden machen? Ja, ich habe kein Problem mit Überstunden. Aber you know, Katgirl. Ich meine, wer weiß. Vielleicht verwandelt die sich ja. Und dann erfahren wir irgendwas. Okay, da ist mein Ziel. Hier bin ich oben. Und dann... Da lang kann ich mich umschauen. Alle Gegner töten. Alle vernichten. Sollte das possible sein, wenn du nicht zu lange an dem zweiten Boss stags? Ich meine, den letzten Endboss vom Gebiet habe ich eigentlich zuvor im zweiten Versuch geschafft, ne? Den fand ich auch eigentlich ziemlich machbar. Das Gebiet hat drei Dungeon-Abschnitte, aber die sind nicht allzu lang. Ich meine, ich nehme halt hier gerade alle Gegner mit, aber ich denke, dass es halt auch in keiner Hinsicht was verkehrt ist. Plot-Twist, die Rennen werden unterdrückt. Das ist nur ein Guess. Boah, ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen Twist hier geben könnte, aber ich weiß nicht, ob das hier so ein umgedrehtes Ding ist. Das wäre echt ein Twist. Ich meine, ja, ich erwarte ja sogar eigentlich, dadurch, weil so viel Feindseligkeit generell jetzt von den Denons zu den Rennen herrscht, verständlich, dass dieses umgedrehte Twist noch kommt und wir sagen müssen, hey, wir können nicht genauso scheiße sein, wie die, nur weil die uns scheiße behandelt haben, ne, das ist nicht cool, sind wir nicht besser, dann sagen die alle, äh, halt dein Maul. Und dann sitzen wir da und denken uns so, oh, no fighting, hallo. Aber irgendwie, das Setting hier fühlt sich dafür nicht richtig an. Ich habe keine Beweise. Also irgendwie, ich finde, hier sind keine Hins, dass das hier gerade der Fall ist. Nur ein Guess. Wie gesagt, ich erwarte, dass das noch irgendwie ein Plotpunkt sein könnte. Würde auch passen, damit, äh, Renwell auch ihren Charakter-Arc vollständig hat. Ich denke nämlich, das Ende ihres Charakter-Arcs wird so ein bisschen sein, weniger Feindseligkeit gegenüber den Rennen zu haben. Nicht direkt verzeihen, ne, keine Feindseligkeit mehr zu haben, heißt ja nicht verzeihen, ne, aber loslassen. Loslassen ist, denke ich, nie verkehrt. Ist immer gesünder für einen selber auch, ne. Dann kommen Rinn und Shion an. Nein, bist du dumm? Hm. Lavendel. Na, mir gehen langsam die HP aus. Ja, Musik, okay, chill. Wenigstens vergeben. Nein, 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 nein. Darum geht's mir ja gerade. Vergeben muss nicht sein. Ich hab kein Problem damit, wenn es nicht vergeben wird. Das ist okay. Das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, das machen Leser und Ryder gerne mal falsch, meine Meinung nach. Du kannst loslassen, ohne zu vergeben zwingen. Und ich denke, das ist nichts verkehrtes. Einfach loslassen, Schlussstrich ziehen, neu anfangen, ja. Ja, nicht verzeihen halt. Ja, genau, genau, das meine ich. Verzeihen, vergeben ist doch das gleiche Wort. Komm schon. Jo. Das Heilfeld. Rett stark. Bestimmt. Ja, hier hab ich alles angeschaut, also da lang und dann einfach weiter. Hier lang, meine ich. Und dann nach links. Ist das was Cooles? Oh, ich konnte es nicht untersuchen. Haben wir Marv-Only-Chat hier? Ist der Chat eingeschlafen? Oh. Oh, Gott, dann bin ich schon tot, was? Nein, sieben Gegner. Das sind ein paar viele, ja. Aufwachen, Monty. I'm gaming. Ja, du bist fertig mit Xenoblade. Und was? Ja, aufwachen. Wir suchen Katze. Wo ist die Katze? Aber so viele Gegner und ich komme zurecht. Ist das nicht toll? Aufstehen und rauf auf den Rasen. Wir haben keine HP mehr. Das ist nicht so cool. Oh, deswegen waren es so viele, weil die hier oben auch alle mitgekommen sind. Ich habe noch sehr viele andere Spiele im Backlog. Immer das Backlog-Ding. Haltet ihr einen vernünftigen Backlog an Spielen, Manga oder sonstigen Sachen, was ihr machen wollt. Also generell. Habt ihr einen richtigen Backlog für eure Unterhaltungssachen? Ja. War eigentlich meinen Erfahrungen nach zu urteilen, ich habe das zwar, aber ich halte mich null dran. Nicht wirklich. Ja, ich habe halt auch gemerkt, also für mich bringt das halt auch gar nicht wirklich was, weil ich halte mich eh nicht dran. Ich gehe immer nach Mood. Immer worauf ich Bock habe. Was ich nur oft habe, ist, wenn ich merke, oh, ich investiere viel zu viel in irgendein Spiel und denke mir, ach shit, ich schwende zu viel Zeit hier ran. Dann fühle ich mich immer schlecht und will aufhören. Haben wir keinen Lebenstrank? Ist Loyal einfach dead für den Rest des Kampfes? Scheiße. Just remember when I look at my collection? Hm. Ist halt auch das Ding, ich schaue mir so auf mein Manga-Regal an, will immer was rausziehen und lesen und denke mir dann, boah, aber ich habe gerade keine Zeit. Das ist immer das Schlimmste, ne? Denkt sich so, boah, ich habe einfach keine Zeit. Wissen Sie, warum ich keine Zeit habe? Weil ich immer nur hier bin. Aber hier ist viel cooler, das Grün. Ja. Ich habe mir dieses Jahr eine Liste mit 30 Spielen geschrieben. Wenn ich nicht weiß, was ich machen will, mache ich ein Spin the Wheel und dann, äh, bis ich keine Lust mehr habe. Du spielst es? Und dann spiel, äh, dann bis ich keine Lust mehr habe. Ja, okay. Ich habe nämlich auch dann bei sowas, glaube ich, die Tendenz einfach zu sagen, nee, doch nicht. Machen wir was anderes. Es ist wie mit Musik. Ich habe zwar auf Shuffle stehen und trotzdem drücke ich weiter, weil ich mir denke, hm, Shuffle, ja, aber nicht das Shuffle. Was übrigens ein Ding ist, wo Spotify der Meinung ist, Leute wollen wirklich keinen echten Shuffle haben. Oh oh. Das ist gerade schlecht. Äh, fortsetzen. Äh, Rinwa ist tot. Ich muss fliehen. 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 Alle dead. Shuffle hat uns einfach allein gelassen. Ich habe mir dieses Jahr eine Liste... Nee. Äh, ich sehe meine Spiele, wenn ich nach vorne schaue. Also weiß ich normalerweise, was durch ist und was nicht. Aber ich habe am Handy trotzdem mal eine Liste gemacht. Aber dann ging es mir mehr darum, was ich alles dieses Jahr durchspiele. Äh, Moggi hat auch sowas wie eine MyAnimeList für Spiele. Ich hätte ja gar... Oh, das Menüding. Haben wir das eigentlich schon gesehen? Ich hätte ja gar keinen Bock, das immer zu updaten, ne? Ja, pfff. Wie viele Heilsachen habe ich? Nicht wirklich viel, ne? Also ich habe sieben Pfirsichgelee. Aber ich denke, wir haben hier eigentlich auch passend jetzt, äh, vielleicht sollte ich mal speichern. Manuell speichern. Jo, wie cool. Ich habe vergessen, wie das heißt. Aber wenn du willst, könnte ich Moggi mal fragen. Aber ich hier, ja, da ist ein Heilungsding. Perfekt. Anfassen. Yeah. Also, Boss-Time-Chat. Typical Shion-Move. Ich meine, das Hintergrundbild. Achso, achso. Ich dachte, du bist halt, äh, an dem Ding interessiert, ne? So, vielleicht will ich keine besseren Waffen holen, sondern, äh, Glückstrank. Ein euphorisch machendes Gebräu aus demjenigen, der es trinkt Glück bringt. Mit die Bonusanzeige der Kampfserie. Wir können Tank des Lebens zweimal kaufen. Ist vielleicht nicht verkehrt, falls ich sterbe. Ja. Ich bin auch eher so halb am lurken, gerade wegen dem Xenoblade, äh, Chronicus 3 DLC. Gönn dir. Jim speichern. Ja, ja, ich hab grad gespeichert. Kann ich nochmal machen. Manchmal hab ich keinen Bock auf das, äh, Genre und nehmen das nächste Spiel, aber oft, äh, fang ich an, das dann richtig motiviert weiterzuspielen. Oh, dann ist gut. Für mich macht das immer der Stream. Ich glaube, Tales of Arise hätte ich auch nicht viel gespielt, wenn ich sich im Stream spielen würde. Das ist ein Monster. Oh, pass auf. Ihhh. Versende ich das wolle Team bei dir? Nice. Ah, pass doch auf, Leute. Bla, 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 bla. Okay, mach ruhig dein bla, 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 bla. Ich hoffe, wenn das Ding unten ist, mach ich dem Schaden. What is that? That's seriously you. Es ist schon ein bisschen eklig, ne? Ah, der Boss wirkt ein bisschen anstrengend. Als ob ich diesem Tentakel so wenig Schaden gemacht hab. Was zur Fick. Bla, 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 bla. Genau. Ein Ding ist fast down. Oh, ich seh mich jetzt schon, äh, die Dinger mehrfach runterhauen, bis ich dann den Hauptkörper kaputt machen kann. Und es wird so lange dauern, und es wird so lange dauern, Chad. Es wird drei Stunden dauern, Chad. Wir werden hier nie aufhören, Chad. Rettet mich, Chad. What? Dieses Chat heute so grün, weil viele Grüne da sind, ne? Oh, eins haben wir down. Okay. Einer down auf zum nächsten. Kann ja nur Stunden dauern. Oh. Iiii. Kannst du das eigentlich unterbrechen? Sieht nicht so aus, ha? Defeate Green! Ist halt echt so, ne? The superior color. Ich mein, grün ist auch meine Lieblingsfarbe. Ich muss nur umso mehr aufpassen, dass ich niemanden überlese. Warte mal. Wie haben wir den Hauptkörper verletzt? Guys, wie haben wir den Hauptkörper verletzt, John? I am Confusion. Pass auf den Wind auf! Ich war mal grün, aber da hat sich der Fulltimer beschwert, dass ich die Farbe geändert hatte. Ja, richtig so. Hallo? Willst du, dass ich dich erkenne? Uh, ich habe eine neue Fähigkeit gelernt. Explosiver Ring. Ich liebe Bosskämpfe mit Ads. Warum haben die immer so viele Ads hier? Es dauert so lange, die zu töten. No? Na, wähle bitte nicht alle grün. Ist schon okay, wenn ihr, wenn ihr einfach so bleibt in der Farbe, ja? Ist alles gut, so wie es ist, ja? Da muss man nicht so viel dran rütteln. Wie kann das eigentlich sein, dass der Boss Schaden genommen hat? Warum hat er schon so viel Schaden genommen? Wer hat ihm Schaden gemacht die ganze Zeit? Ich bin so Confusion. Oh, nice. Highfeld. Was hält er die eigentlich vom Bossen, wo man immer irgendwelche Sachen machen muss, um den Hauptkörper Schaden zu machen? Auch wenn ich nicht verstehe, wie der jetzt hier Schaden genommen hat. Kriegt er Schaden, weil ich die Tentacles weggehauen habe? Ist es das? Wenn die verschwinden, kriegt er einfach instant halt Schaden. Okay, das ist Gamble. Let's go! Ich war zu langsam. Gamble verloren. Wow. Jane macht den, das zerstören der Tentacle, Damage am Boss? Ja, dachte ich auch gerade. Ja, tu das. Jetzt habe ich es gesehen. So, jetzt haben wir nur noch den Körper. Nee, warte mal. Die Tentacles sind alle wieder da? Oh, die sind alle dann gleich wieder... Oh. Soll ich überhaupt da gerade die Winter attackieren? Aua. Wahrscheinlich... Aua! Wahrscheinlich nicht. Ich kann die Tentake nicht anvisieren. Würde er uns lieben, würde er uns mit jeder Farbe erkennen. Ich meine, tue ich ja auch. Also es ist halt nur trotzdem immer sehr ungewohnt, ne? Es dauert nur noch... Es dauert nur noch eine Stunde. Jeden Moment ist er down. Jeden Moment! Sag ich doch. Warte mal, das ist das ganze Ding? Das habe ich ja kaum erkannt. Noch ein Stück. Wie lange noch? Ist jetzt fertig. I'm starting to get that it's a trap feeling again, guys. Jajajaja. Hey, there's that cat. Oh, Katze ist immer noch da. Looks like it's not done leading us yet. Bekommt ihr auch dieses is the falle feeling? Ah? There's always room for improvement. Law? Was war das für ein Blick? Law explain. Das Lachen. Ah, Law hat auch, glaube ich, irgendwas erkannt an dem Medaillon. Ich weiß auch nicht. Ja. Law hat was gehört. Er ist auf irgendwas auf jeden Fall aufmerksam gewonnen. Ich liebe es, dass ich immer noch die gleichen Rezepte habe. Aber weil ich halt kein Weizen scheinbar für den Haferbrei habe oder so. Nee, ich habe zu wenig. Ich brauche ja doppelte Zutaten. Kann ich immer nur das gleiche machen. Immer Grillpilze. Immer Grillpilze hier. Oh, Kaffee klingt gut. Ich weiß nicht, ob ich mir nicht auch gleich noch einen machen soll. Ich hatte zwar um 12 einen, aber wir haben mit Shion ein Gespräch. Let's go. Okay. Fair, fair. Okay, red mal über deine Kindheit. Oh. Oh. Nein. Du hast eine tiefere Bindung zu Shion. Gute Nacht, Chad. Aufwachen. Ja. Ich habe wahrscheinlich eh nichts zum Kaufen, ne? Doll? Wo ist, wo ist Dolly? Ähm. Als ob ich mir hier irgendwas groß leisten könnte. Ich habe halt kein Apfelgelee. Will ich mir ein Apfelgelee mitnehmen, einfach weil ich das Geld habe, oder sparen? Ich glaube, ich spare. Aufwachen, Schikaken. Was weißt du, Lor? Wer weiß was? Sind wir jetzt auf der anderen Seite von dem Berg, äh, Bergdingens da? Von dem Steinbruch? Steinbruch war es. Wirkt so, ja. Na, fünf Minuten. Nein. Story? Oh, aufwachen. Story. Story. You know, for a guard, you're not too good at tailing people. Damn. I'm not a bag, but this kind of thing is my specialty. So it really is you. When Law told us, I almost didn't believe it. I'm just surprised you could do two things at once, Law. What's that supposed to mean? Oh, fuck. I wish that were me. Ich mein, oh, oh, Kampf, Bossfight, hoppla. Sie ist einfach Paladin. So, ihre Schwäche ist am Rücken. Und natürlich Lost, äh, Guardbreaker. It should have been me, not him. That's not fair. Okay. Ah, shit. Wir brauchen wieder ein Guardbreak. Law. Na, das war doof getimed, ne? Oh, no, sterbe. Halt mich. So schade nimmt sie nicht grad viel, ha? Ich hab langsam schon an sie gedacht. Ich mein, ich hab ja auch vorhin sie erwähnt und mir gedacht, hm, was ist eigentlich ihre Rolle? Ich weiß aber nicht, warum sie uns verfolgt, also keine Ahnung. Wahrscheinlich wegen dem Steinbruch jetzt hier, weil ich die Tür jetzt gesehen hab, würde Sinn ergeben. Wir sehen vielleicht Dinge, die wir nicht sehen sollen. Die will sie verschleiern. Sie hilft dabei zu vertuschen. So, das ist Kisara, hä? Kenn ich zwar nicht, aber ich hab Besseres von ihr einfach erwartet. Richtig, damit trotzdem Guardbreak? Nein. Aua, aua, aua. Ihr habt fast eine Leiste weg. Das ist nicht so viel. Holy shit. Hat die viel Verteidigung. Guys. Guys. Anton down und Rinwell down. Guys. Okay, sie belebt mich wieder. Okay, okay, okay. Haben wir keine Lebenstränke? Ich hab doch zwei gekauft. Was ist da los? Gott, dieser Schild. Komplett übertrieben. Ist es mir oder ist die Room getting steamy? Äh, das sind die Arts. Das sind einfach die ganzen Elemental Arts, die ich hier benutze. Deine Party-Member benutzen auch immer Items, wenn du es nicht abstellst. Ja, das wollte ich auch so eigentlich. Also ich wollte, dass sie Items benutzen. Bevor halt, äh, zum Wiederbeleben HP verwendet werden. Oh, das ist jetzt richtig sauer. Oh, da ist eine Ability. Kann ich das unterbrechen? Nope, kann ich nicht. Schade. Gott. Die ist so tanky. Fast wie, wie... Sag schnell, Chad. Ähm. Komm, mir fällt das Wort nicht ein. Die ist so tanky, wie... Wie ein Tank. Wie ein Panzer. Exakt. Oh. Äh, scheiße. Äh, Law über Bord. Ich hab leider... Ich hab noch Tank des Lebens. Sie haben ihn gar nicht verwendet. Was soll das denn? Der war doch dafür da, damit man ihn benutzt. Wir sind nicht mehr bei der Hälfte. Scheiße. Chad, warum ist die so hart, Tanky? What the fuck? Law über Bord. Ja, er kann doch nicht schwimmen. Hallo. Law kann nicht schwimmen. Habt ihr nicht aufgepasst? Alles so used ist auch irgendwie bei ihr, ne? Außer Laws Guard Break, weiß ich nicht, ob irgendeiner irgendwie nützlich ist. So. Also der Boost Brecher. Law, war Special Attack diesmal. Oh, 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 oh. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Was passiert hier? Ui, 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 ui. Ich bin fast tot. Moment, ich sollte wahrscheinlich, äh, Rinwell auch, äh, dir sich Dingens geben. Alle sollten einmal kurz ein Item bekommen zum Heilen. Oh, 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 Shion, Shion, Shion. Nicht sterben, okay? Nicht sterben. Ja, sie ist halt noch über der Hälfte. Okay, 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 Special Attack, let's go. Oh, it's vorbei? Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Hat du uns wirklich eine Katze hierher gelockt? Sie war es selber, oder? Sie traut uns nicht. Wer bist du? Katze. Okay, was ist hier los? Ist hier eine Conspiracy gegen Dohalim? Ist er doch nicht so cool, wie alle denken? Ist das eine Scharade von den Dennen? So, you're the big heroes who liberated Calaglia and Ciclodia, huh? It's an honor to meet you all. We didn't do it all on our own. We had a lot of support from others along the way. Ja, Deku. So, wait. Kisara's your sister? Yep, that she is. The only family I have left. She was the dreamer of the two of us. Full of hope for the future of this realm. For both Danans and Renans alike. For siblings. You two don't exactly look like you're on the best of terms. That's because Migal here is a traitor. Isn't that right? We were in the guard together. That is, until he was caught plotting to assassinate His Excellency Lord Dohalim. He took off after that. Is that true? You still believe that's what happened. Oh. So why I shouldn't. Even if the truth slapped you in the face, you'd reject it. Same as back then. Heck, even now I'm still working to serve Lord Dohalim. Es ist also der andere Dude, der die Stricken zieht. You haven't changed. Before Lord Dohalim came to power, this country was ruled by an oppressive regime. We lost both of our parents to it. Back in those days, there were countless Danans children who had been orphaned by the by the Renans Tyranny. On how cool. Just like us. So we formed our own families among ourselves and helped each other out, surviving as best we could. And then Lord Dohalim came along. He abolished the oppression that kept us down. And the Danans were treated like people again. Menincio was reborn under his watch. And orphan children became a thing of the past. Hat er einen Attentat abgewehrt? Und wurde dafür geblamed? So Licht und Feuer wissen wir. Was? Also hier Wind. You ever wondered what happens to living beings and other matter when they lose all their astral energy? They just die. Or so I thought. Oder sie werden zu Erde. If only. No. See for yourselves. Ah? Oh what the fuck? What the? Is that? Is that? Metal? Not metal. But to be honest, your guess is as good as mine. I believe it's nothing. Matter with no physical form. Just a reminder of what was once there. They call it the hollowing. Oh. The hollowing. The process itself is invisible to the naked eye. But it makes the impacted area reflective. Once it consumes my whole body. That's it for me. I'm dead. But how can it be seen that only he has noticed that only he has noticed that nobody else has noticed? A sinister plot is unfolding as we speak. One Lord Dohalim is likely none the wiser to. It was blind luck I even found out about it. I tried to warn the man for all the good it did. Take a look at this. It's called the fruit of Helgen. That's a Teufels fort. When a Danon eats this fruit, their body enters a heightened state. One that causes them to emit more astral energy than usual. Hold on. Could this be the reason Alphen and Law were feeling out of sorts last night after we ate with Dohalim? Sounds like you've been introduced to these things before. None too surprising either. Most of the realm's food supply contains traces of the fruit. If that's what we ate, does that mean we'll become hollowed like your hand? No no. Just power to stoward length. You don't need to worry. Yeah. You'd have to consume a large amount of the fruit regularly to exhibit any symptoms. But if that's the case, then why aren't I showing any symptoms? Why would you be inflicted and not me? If I had to guess, because the guards' meals are free of it. Otherwise they'd risk Lord Dohalim noticing. I tried to warn him, but all it got me was locked up. They force fed me the fruit the entire time I was in chains. Ah, and it's a miracle I made it out. They eventually left me for dead, thinking I would succumb to my condition. But I survived and managed to escape. Scheiße. So the assassination plot. Just to cover up? Ja. What? Give him not high five. And together we founded the Gold Dust Cats. Katze. Das sind keine Katzen. Our mission is to uncover the truth and warn Lord Dohalim. As you can see though, we haven't gotten very far in that regard. But I'm hoping that's about to change. Now you're here. Which is all thanks to your faithful feline servant. Das übrigens fühlt sich sehr nach One Piece an. But fortunately you recognized her for what she was. And Zarei accomplished her mission with flying colors. Aww. So what's our plan of attack, boss? One of the Lord's routine inspections of the city. It's the only time commoners can talk to him face to face. That's the idea anyway. His security is bound to be on high alert. But with you a lot along, it's the best chance we're going to get to approach him. Alright, we're in. But I have to know. How do you keep going with all you've been through? How have you not given up hope? Hey. Someone has to fight for the future of the Danans here. The future? Lord Dohalim may be a wonderful person. But in the end, he's still a lord like any other. Then it's also a lord like any other. Yeah. Once the current contest is over, the next lord of Elda Menencia will take over. And then we'll be back to square one for all of us. That's why the imperative lord Dohalim sees the light. You really believe Dohalim is going to stick his neck out for a Danan like you? Is it so impossible to imagine? Everything begins with a simple leap of faith. True. True. du in eine Revolution startest, du glaubst ja daran, dass du Erfolg haben könntest. Also, prinzipiell ist es immer... Es hängt immer damit an. Weiß er es bereits, du an ihm? Gute Frage. Ich glaube nicht, dass er es weiß. Aber vor allem das mit der Frucht und dem Untermischen und so, das hat mir auch trotzdem One-Piece-Vibes gegeben. Nicht ganz Restrosa. Die Katze die ganze Zeit im Hintergrund. Das ist ja mehr ein Wano-Ding, aber hey. Schön, dich wiederzusehen, Kisara. Lagil, du hast also die ganze Zeit mit Migal zusammengearbeitet? Ihr kennt euch also? Ja, man könnte sagen, dass wir uns von Kindesbeinen an kennen, obwohl ich sie nicht mehr sah, seit wir die Goldstaubkatzen gründeten. Was macht ihr in eurer kleinen Bande überhaupt? Genau das, was Migal gerade sagte. Wir wollen die Wahrheit über die Verschwörung aufdecken, die Menantia plagt und die, die drin verwickelt sind. Schon seltsam, wie das Leben so spielt, huh? Ihr Wett eifern stets im Migals Aufmerksamkeit und dann wurdest du erwählt, mit ihm der Wache beizutreten. Was ist los? Darum habe ich dich wirklich beneidet. Aber wie sich das Blatt wendete, äh, wendete, jetzt stehst du mit ihm auf Kriegsfuß und ich darf ihm helfen. Jeder muss irgendwann erwachsen werden, Lagil. Vielleicht, aber das bedeutet nicht, dass man den Menschen verraten muss, dem man einst war. Du hast dich verändert, Kisara. Ich, ich hörte von Migals Plan, Lord Dohalim zu ermorden, wie er floh, als der Plan scheiterte. Ich suchte ihn, um Antworten zu bekommen, aber er ist hier nie aufgekreuzt. Man würde meinen, dass, wenn man unschuldig ist, man auch nicht wegläuft. Äh, man sagt das immer, wenn man wegläuft, ist es halt am verdächtigsten. Aber sind wir mal ehrlich, wenn man für etwas beschuldigt wird und keine Chance drin sieht, dass man argumentieren kann, dass man unschuldig ist, natürlich läufst du dann weg. Es macht dich nur verdächtiger, aber natürlich läufst du dann weg, ne? Was sollst du sonst machen? Aber dass er da, aber das hat er getan, weil er ein Feigling ist. Ein Feigling, der mich um Menantia verriet. Nach alldem erwartest du von mir, dass ich glaube, dass das alles nur eine Verschwörung ist und ich die Vergangenheit ruhen lassen soll? Hey Sarah, beruhige dich. Ich verstehe, wie verwirrend das alles ist, wie sehr du an deinem Bruder zweifelst. Aber wir tun das alles, um genau diesen Traum zu erhalten. Bitte vertraue uns damit. Du hast gesehen, in welcher Verfassung Miguel ist. Er würde es nie sagen, aber ihm läuft die Zeit davon. Also ist es jetzt ein Ding, dass egal, ob er jetzt aufhört, die Frucht zu konsumieren, dass er, der ist halt dann, weil der Prozess angefangen hat, ne? Wenn der Prozess einmal anfängt, ist es vorbei. Kannst du nicht einfach, ich war in an dem Punkt, kann man nicht theoretisch einfach versuchen, Hand ab und hoffen, dass der Prozess nicht weitergeht, an dem Punkt? Ich meine, es scheint nur an der Hand zu sein gerade. Was, wenn du die abhackst? Ist das dann, vielleicht stoppt es das Ding. Ich war in dem Punkt, Ja, aber würde man es vielleicht ausprobieren, sowas Radikales? In der Chance, dass es funktionieren könnte, wenn es sich so oder so tötet, wahrscheinlich. Halt mal deine Hand ab. Nein! Bei ihm ist ja, die Hand ist ja eindeutig infiziert. Vielleicht kann man es ja stoppen, ja. Das ist keine Krankheit, das ist Ether-Mangel, aber es fängt halt an der Hand ab. Also, ich meine, wäre es nicht irgendwo ein Ding, dass wir uns wenigstens testen könnten? Wenn du stirbst, stirbst du sowieso an dem Punkt, ne? Kannst du eure Differenzen nicht beiseite räumen und mit ihm wieder als Bruder reden wie früher? Nur dieses eine Mal. Du hast recht. Vielleicht sollte ich das. Tut mir leid, ich habe dich wirklich voll geschwatzt, oder? Es muss viel auf einmal zu verdauen sein. Du kannst dich hier gerne erstmal ausruhen, wenn du möchtest. Ja, ich glaube, das Angebot nehme ich gerne an. Egal. Ja, eine Prothese kannst du bestimmt irgendwo finden, oder so. Ich meine, wenn du Blutmangel hast und dein Fleisch abfault, dann fängt das ja auch nur an der Stelle an, wo du gar kein Blut mehr hast, was zirkuliert. Kein Sauerstoff mehr hast, ne? Also frisches Blut. Vielleicht ist das so ein Konzept, auch mit Ether. Aber wir wissen ja nicht genau, wie es hier gerade funktioniert. Who knows? Vielleicht fließt es durch den Körper und in der Hand, die ist halt leer. Die ist halt verloren und es breitet sich immer weiter aus und frisst sich immer weiter durch und infiziert alles. Vielleicht auch nicht. Wundert mich gerade übrigens, dass hier kein Skid ist. Möchtet ihr die Nacht hier bleiben? Jo. Gute Nacht, Jet. Ja, genau, Schickhaken. Genau das, sowas halt. Ja, ja, ja. Ähm. Ähm. Ja, ja. Ja, 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 ja. Macht sie sich jetzt auf einmal Sorgen, weil es angemerkt wurde? Er fühlt sich ja auch total. Wir meinen, dass wir alle akzeptiert sind. Und jetzt hast du mich auch geholfen. Wir werden alle die Lorde abnehmen. Das war die Prozesse, die wir gemacht haben, richtig? Ja, ich glaube. Aber es war eine andere Sache, die ich wollte dir fragen. Back in der Paläse... Law sagte, dass du diesen Ball genommen hast, weil du mich überrascht hast. Was war das, was du überrascht hast? Das ist... Kind of hard to explain. Just tell me. Well, for one, if we lost you, I wouldn't be able to use the blazing sword anymore. Obviously. Ja, sie wäre schon nicht gestorben. Denke ich. Du bist so gut. Du bist so gut. Du bist so gut. Du bist so gut. Du hast nie gelernt, oder? Hä? War doch ehrlich. Aber... Du bist so gut. Oh, nein. Doch nicht draußen. Ich habe mich gefragt, dass das vorher noch nicht so sehr aufkam, dass es halt wahrscheinlich ziemlich scheiße sein muss, wenn du keine Form von menschlicher Nähe irgendwie so wirklich haben kannst. Ich meine, er ist der eine, den du tatsächlich berühren kannst, ne? Er muss ja nicht sofort was sein, aber immer. Ist das Kontext? True. Okay. Nicht zu weit weg gehen, Chad. Nicht zu weit raus gehen, habe ich doch gesagt. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, genau. Sie kennt keine Liebe, für sie ist das praktisch nur bla 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 bla. Ja, darum geht es auch nicht. Das kann ja was sehr viel Simpleres sein. Allein die Tatsache, ich meine, selbst wenn ihr Freunde kennt, Freunde umarmen sich mal zur Begrüßung oder geben sich die Hand oder so, stellt euch vor, das ist etwas, das habt ihr gar nicht in eurem Leben, weil ihr alle einfach nur dementsprechend verletzt. Das ist ja auch scheiße, ne? Das ist ja, ne? You know, sowas Simples. Es ist wahrscheinlich schon verlockend, du hast da jemanden und da bildet sich definitiv, ich meine, mehr als eine Freundschaft. Das ist offensichtlich hier Romans Building. Aber you know, da ist trotzdem, den kannst du berühren und denen tut es nicht weh. Ist schon verlockend. Ich sehe das voll. Ich weiß, er hat gesagt, es ist notwendig, aber sind wir sicher, dass Magauls Plan eine gute Idee ist? Ich meine, nur weil wir uns erwartet haben, eine Kampf, bedeutet nicht, dass wir einen haben müssen. Das stimmt auch. Wenn Magaul es richtig über Dohalim haben, wir haben keinen Grund, zu kämpfen. Ja, absolut, deswegen ja. Dohalim hat einen Weg gefunden, um ein Zukunft zu bauen, wo Danans und Renans mit sich zusammenleben können. Ja, ich denke, das könnte wahr sein, aber ich bin noch nicht sicher, was das ist. Was sagt Tudel dazu? Sie lässt ein bisschen los. Immerhin. Katzen und Eulen. Äh, Eulen sind doch einfach nur die Katzen der Lüfte, oder? Miss Paranoia ist gut. Na, es ist ja nicht nur Paranoia, es ist ja auch eine Menge, Menge, Menge angestauter Hass an die Renans. Wo wir auch nicht mal ganz ein Bild haben, äh, wie ihre persönliche Erfahrung diesbezüglich war. Ich meine, man kann es sich ja grundlegend denken, aber, you know, wir wissen halt noch nicht so viel. War man das nicht zu raten und zu tauben? Was? So, let me ask you something, Renwell. Hoodle! Hoodle and Miguel's Cat are both animals native to Dana, right? Right. And Zoogles definitely aren't. Well, duh. Those things are too hideous to be from here. Wow. Oh! Not that Owls are any better. Oh! Hat er nicht gesagt. Töten, Chad. Yeah! Attacker! Hoodle's pretty cute, I'll admit. But I've also been rather partial to cats, too. What about you, Shion? Huh? Who? Me? I... Uh... Well, I guess... I like them both. Hm? Nothing. I didn't say anything. Either way, the more I think about it, I've never heard of anyone keeping Zoogles as pets. Is it because Renan's only used them for practical purposes? Yeah, that could be the reason. They were originally created to serve as beasts of burden, so to speak. Hey, can you guys quit standing around and get them to leave me alone? I'm begging you! Ha! Hoodle's angry. Sind Zoogles überhaupt echte Lebewesen oder sind die halt rein magisch? Ich mein, bisher wissen wir das doch gar nicht wirklich, ne? Katze! Low will have, äh, no nightmares about it. Ja, richtig so. Der hat halt, der hat... Hallo? Der hat gesagt, Eulen sind... Scheiße. Ist es nicht okay? Ist hier irgendwas? Wunder mich, dass hier keine Eule ist, by the way. Wo, wo Eule? Im Gebiet davor hatten wir auch keine gefunden, ne? Wo Eule? Mad because small! Ne, Hoodle springt hier auch nicht raus. Also denke ich mal, ist hier keine Eule generell? Ich kann da lang gehen. Dass die Daner zu Zoogles werden, das würde, äh, passen. Ist ja auch so ein bisschen ein Storytrope. Wir haben denen all die Energie abgezogen und dann werden sie zu irgendwelchen Monstern. Aber, äh, ich weiß nicht. Das würde dann hier auch bedeuten, wir würden so viele Leute einfach umbringen. Ist kein Twist, der bisher zur Story passt, meiner Meinung nach. I don't know. Ich soll nicht zu weit weg und ich soll in der Nähe bleiben. Ach, ich kann doch nach Wissind. Ja, okay. Dann gehen wir einfach nach Wissind zurück. Magier. Danke für die Erklärung. Oh, ich bin ja so froh, dich zu sehen. Wieso? Was ist denn los? Ich habe etwas, was ich Kisara geben möchte. Aber sie ist schwer zu erreichen. Also, wenn es dir nichts ausmacht, ist, ach so richtig, weil du zum Palast müsstest, um sie zu sehen. Klar, wir sorgen dafür, dass sie es erreicht. Dass es sie erreicht. Danke, das weiß ich wirklich zu schätzen. Und was den großen Plan angeht, wartet einfach auf Zare. Sie bringt euch eine Nachricht, wenn es soweit ist. Alles klar, wir bereiten uns in der Zwischenzeit schon mal vor. Tut mir leid, dass ich euch noch mehr Mühen mache. Alles gut, ein alter Arm, Reif. Hier eine Eule? Ja, da ist eine Eule. Tolle Eule, ne? Warum können wir eigentlich so easy peasy rein und raus? Ah, naja, sie steht hier. Hey, ich habe was für dich. Okay, chill. We've established you couldn't, even if you wanted to. What? Law, quit it. We're not here to argue with you, Captain. We've got something to deliver to you. Here. Klang auch so, oder? We've got a lot of good people fighting to liberate Dana. And I got the same feeling from Miguel that I did from all of them. We're in Zephyr, huh? I think we can trust him. I think you're a good person too. Otherwise, you would report on us and the Goldust cats, right? What makes you think I won't? Because Miguel trusts you. And that's enough for me to trust you too. You're a pretty unusual guy, Alphen. Do you go around acting like that everywhere you liberate people? Yeah. I'm sorry. Forget it. It's nothing. Okay. Anyway, I think we'll find out more about what Miguel's planning soon enough. All we can do now is wait and see what happens. I guess so. Dass er den Plan halt nicht verraten hat, finde ich halt ein bisschen komisch, aber sonst... I guess we just wait for things to kick off. Yeah. Looks like we'll be staying at the end another night. Ich denke, er wird einfach nur exposen, wer ihn halt auch festgehalten hat und alles. Und das mit der Frucht und so. Obwohl, wenn er es super öffentlich macht, wie es scheint, weil Dolaim ist dann hier öffentlich auch und deswegen können Leute mit ihm reden, wenn er das öffentlich macht, dann könnte er echt Panik ausbrechen und Chaos. Das ist vielleicht nicht das Beste gerade in dem Moment, aber mal schauen. Oh no. Also ich denke nicht, er wird versuchen, einen Attentat auszuüben oder sowas. Nee, nee. Es könnte halt sein, dass er den anderen Typen halt beschuldigt und dass er einfach drauf hofft, dass Dolaim ihm glaubt. Weil, tja. Er hat halt auch immerhin die Hand, vielleicht hat er deswegen die nicht abgehakt. Er hat die Hand als Beweis, yo, hier läuft was scheiße, ist nicht gut. Das ist denke ich, äh, etwas, was auf jeden Fall hilft. Was ist, wenn er vor allen anderen die Frucht ist, um seinen Claim zu beweisen? Könnte er machen. Ähm. Weiß aber nicht, ob er danach Instant Poof macht. Könnte sein, könnte nicht sein. Aber wenn er das halt allen Leuten erzählt, kriegen die natürlich erstmal eine Menge Panik. Also das ist auf jeden Fall, äh, ich, 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 ich stelle mich auf ein bisschen Chaos ein, ja. Habe ich ein bisschen Geld eigentlich noch übrig? Äh, nö. Nicht wirklich. Proof? Proof? Ja. Der Mann hat dann, pju. Also gute Nacht. Katze. Oh. Oh, Katze. Hm, okay. Ja, let's go. Hä, aber ist dann jetzt hier schon quasi der Climax von dem Ark? Als ob. Als ob es hier dann schon langsam Richtung Ende geht. Gehe hinüber zum, äh, Rasumsteinbruch. Das war da. Genau. Dann ist es nämlich eigentlich, dann ist es eigentlich recht kurz, ne? Viel kürzer als die anderen. Ich nehme die Pilze noch mit. Jetzt sind nur Pilze, also let's go. Pilze sind dreckig. Einfach so pflücken und essen sollte man nicht. Gehe weiß kontext? Ja, okay. Wie er läuft. Kelsalik erinnert mich an den anderen Dude, aber seine Augen sind anders. Ich habe seinen Namen vergessen. Es ist, was da drin ist, mein Herr. Hast du schon immer durch den Quarry, mein Liege, direkt zur anderen Seite? Oh-oh. Jetzt, dass du es sagst, ich glaube nicht, dass ich es habe. Es ist eine Dannin-Medical-Fatilität, oder? Aber er weiß es wirklich nicht. Ja, mein Herr. All I ask is that you witness this before you pass judgment upon me. Then witness it I shall, Kisara. This man is your brother, correct? I would like to ask that you personally escort me while in there. I should warn you. What lies ahead is fraught with danger. You should all take care and stay on your guard as we proceed. Danger? What could be so dangerous about it? It's a regular workplace, isn't it? You'll see. Please, I ask only that you trust me. Sounds like you all need to rethink your medical facilities around here. Hospitals are supposed to be safe. Quite. Kisara, let's see what they have to show us, shall we? As you wish, my lord. Your strength is appreciated. With you, we can all breathe a little easier. Haben wir die beiden jetzt in einer Party sogar? Nice, let's go. Oh, wir sind mit Kisara befreundet. Ja, wir haben Kisara dabei. Abwehrrichtung. Statt auszuweichen, währt Kisara Angriffe lieber mit ihrem Schild ab. Sie können beim Abwehren sogar einiger Arzt wirken. Erfolgreiche Abwehrmanöver erhöhen ihre Moral. So sind Arzt, die sie während des Abwehrens entfesselt und Kombos, die daraus entstehen, noch stärker und schwieriger zu blocken. Nice, nice. Stolz einer Wache. So viele Skits auch. Hey Time, was geht, was geht? Ja, ja, das ist halt jetzt wahrscheinlich der eine Dungeon, den Quillen auch meinte, ne? Falls sie noch da ist. Das ist wahr. Wie lange hast du den enormen Schild ab? Ja, das ist halt, was geht. Ever since my first job as a guardsman. Our duty was to stop any attack dead in its tracks, then take all that momentum and turn it right around to smash the attacker. But why bother blocking in the first place? Wouldn't it be better to just dodge the attack and hit back immediately? Just dodge? Try doing that when you've got someone standing behind you that you need to protect. This shield is a symbol of our conviction as guardsmen. Every time we successfully block an attack, our fighting spirit only grows stronger. So what you're saying is that unlike law, you can actually take a hit. I'm right here. Das ist das erste, das ist die erste, äh, das erste Partymitglied, was überhaupt Hits einstecken kann, oder? Wir alle sind einfach, äh, nasses Papier. Alles Paletti, bei mir auch, bei mir auch. This area right here is where the real Heart of Darkness used to lie in Menensea. It wasn't unusual for the holes we dug in this earth to become our graves, and for the stones we mined to serve as our tombstones. Hmm. That's right. I can remember it so clearly. I remember how the adults used to describe this place. Like it was setting foot in the gaping maw of a monster. But anyway, that's all history now. It is. All the bloodstains on the rocks, the still air, the constant stench of death. We're very lucky that it's all in the distant past. The smell of sweat and debris still hangs in the air. But at least now the Danans of Menensea can live with joy in their hearts. And it's you that we have to thank for this Lord Dohalim. We would never have come so far if it wasn't for you. Hmm. 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 Haha. Why bring all of this up now? What exactly is the point? I just wanted to remind us. I think it's important that we remember how precious the rights we enjoy under his Lordship's grace truly are. But I still don't get why. You'll understand soon enough. For now I simply want you to keep what I've said in mind as we continue our journey. Okay. Welche Jane meinst du? Mit dem ersten Blick etwas verwirrend? Ist das so? Ja man sieht doch ziemlich deutlich die Haare die da so runterhängen. So habe ich sie eigentlich jetzt fest in der Party? Also wir haben jetzt 5 Leute aber nur 4 sind doch gleichzeitig da wirklich richtig? Ah das werden wir schon sehen irgendwie. Okay. Egal ich bin dumm. Okay. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Dohalim ist sie da? Auch aus Engage? Achso. Achso. Okay. Ich wollte sagen wie die aus Dragon Quest klingt die nicht ganz ne? Aber wie hat das hier niemand ausgecheckt mal? Achso. 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 Also. Ja dann sehen wir die ganzen Leute die irgendwie immer noch arbeiten experiencia. Aber warum haben Leute das einfach so akzeptiert? Also jeder hat es irgendwie einfach akzeptiert. Es ist doch eine medizinische Einrichtung hier. In nem Steinbruch? Wirklich? Achso. Achso. Ach ja, da war ja ein Ding. Das ist Technologie. Wie so eine Fernbedienung? Nein, aber wie Sie erwarten können, normalerweise werden sie es nie gegeben haben. Natürlich. Es ist nicht so, dass nur jemand hier sein kann. Du musst den Vertrauen von Lord Dohalim, bevor du es zu bekommen hast. Was macht dich so sicher, dass er dich nicht bribiert? Rynweil. Ich bin nur ehrlich. Das ist nicht normal. Ich verstehe warum du bist. Was ist hier gerade los? Oh, ich erzähl's gleich. Gleich. Moment. Gleich. Warte. Oh Mann. Ist halt echt so. Jo, was seid ihr denn für dicke Steingolems? Jesus. Machen wir die fertig. Let's go. Dieses Ding schlägt ziemlich hart zu, wenn es mit Karacho auf einen zukommt. Mal sehen, ob ich helfen kann. Ich werde es mit diesem Großschild zurückdrängen. Please, let my explanation be theoretical, äh, theoretical, ne? Ja. Wütender Wächter. Kisar rammt ihren Shit in den Boden, um Gegner anzugreifen und Verbündete zu schützen. Trifft sie einen Gegner während eines Sturmangriffs geht er zu Boden und weitere Attacken sind schwächer. Erhöhte Verteidigung und Elementarverteidigung. Okay. Okay. Drücke LT und, äh, um Boostschlag mit einem Gruppmitglied auszuführen, das nicht im aktuellen Kampf teilnehmen. Okay. Also ich mein, ich kann... Ja. Ich kann das machen, ha? Was? Während eines Sturmangriffs. Was ist denn ein Sturmangriff dann? Hm. Da ist ein Sturmangriff? Nope. Mach mal einen Sturmangriff. Ist das ein Sturmangriff? Das ist scheinbar ein Sturmangriff. Als ob ich das jemals erkenne mit einem Kampf. Als ob mir das je im Kampf auffallen würde. Kisaras Boosterangriff. Wütender Wächter. Wenn Wildschweine oder andere Gegner mit einem Sturmangriff auf dich losgehen, solltest du Kisara herbeirufen. Ihr Boosterangriff hält Sturmangriffe auf und schwächt alle weiteren Angriffsversuche. Joa. Und jetzt die Gegner besiegen. Ich werde das wahrscheinlich kaum nutzen, oder? Oh. Ja okay. Chill. Beruhig dich. Die haben nur schwere Felsen. Ja okay. Die sind nicht dick. Die haben schwere Felsen. Ja okay. Spring bitte nicht auf mich drauf. Ich bitte dich. Okay. Ist ja voll nett, wenn du es nicht tust. By the way. Gibt es Blitz als Elemente? Ich dachte es gibt nur vier Elemente. Zusammenfassung. Du kannst ändern, welche Charaktere im Kampf mit dabei sind und wen du steuern möchtest. Ihre Position bestimmt, was du drücken musst, um ihren Boosterangriff auszuführen. Drücke im Kampf LB oder RB, um zu wechseln, wen du steuerst. Drücke, um die Kampfsteuerung eines Charakters zu ändern. Halbautomatisch. Der Charakter bewegt sich automatisch, bis er Angriffsreichweite ist. Manuell vollständige Charaktersteuerung. Automatisch. Der Charakter kämpft gemäß der gewählten Strategie. Okay, okay. Okay. I guess. Auf die Zähne. Hatten die Dinger Zähne? Ich weiß aber nicht, wen ich aus meinem Team gerade rauswerfen möchte. Ich denke, es ist super sinnvoll, Kisara eigentlich mit reinzunehmen. Einfach weil... Tank. Aber... Okay. Dark Souls Nebel. Wer geht dafür raus? Schaut euch diesen Rauch an. Wir müssen wohl einfach mitten durchrennen. Nein, lieber nicht. Dieser Rauch ist gefährlich. Dicht. Das ist ungesund. Also... Sollen wir einfach abwarten, bis er sich von alleine verflüchtigt? Alright. Alright, okay. Nein, das brauchen wir nicht. Das ist eine gute Gelegenheit, meine Wachenausbildung auf die Probe zu stellen. Oh, kannst du es einfach wegpusten? Let's go. Der hat wieder eigentlich ein bisschen eingeschlafen. Okay. Okay. Die hat hier einfach das... Hä? Die haben hier einfach den Rauch so... Okay, never mind. Was für ungesunder Rauch. Ich weiß auch nicht, was du meinst. Ungesunden Rauch kenne ich gar nicht. Bei mir hat jemand Geburtstag? Okay. Das ist übrigens auch schon morgen Mai. Oh, shit! In nicht mehr einer Woche bin ich 28. Was soll das denn? Bin ich gar kein Fan gerade von. Kannst du wieder runter? Danke. Also zur Frage, ob ich eingeschlafen bin. Achso. Wann habe ich nochmal? Samstag. Fuck. Oh. Okay. Ich habe gar nicht gemerkt, dass das eine Lampe ist. Achtet mal auf diese Lampe. Sieht das nicht aus wie ein Ausrufezeichen? Ich dachte, das ist irgendwie eine Sprechblase mit einem Ausrufezeichen, womit ich interagieren kann. Irgendein Secret. Endlich wirst du 28. Was soll das hier mit endlich? Hallo? Bin ich gar nicht nice. Über 26? Nichts synchronisiert auf jeden Fall, Alphen. Ist das das Geistgefäß, was ich hier sehe? Allerdings, um die Energieextraktion einfacher zu machen, befindet sich ein Malwerk im Boden, das die Steine in kleinere Stücke zermalt. Seinerzeit war es nicht ungewöhnlich, dass Leute versehentlich hineinfielen. Ah. Fuck. Aber jetzt, da niemand mehr zu derart harter Arbeit gezwungen wird, sind solche Unfälle sehr selten geworden. Zum Glück. Die Dinge sind hier besser, als sie einst waren. Na immerhin. Und jetzt schubsen. Nein, nicht schubsen! Aber vielleicht kann er seine Hand mal reinhalten. Ich meine, ich meine, ich meine, der, der, der Gute, den, den sehen wir nicht mehr lange. Oder wir sagen, tschüss, never seen again, und, äh, der bleibt am Leben. Gott, der Dungeon wirkt verwinkelt. Autsch. Ja, einmal Hand rein und zack, weg ist die, ne? Nicht schubsen! Naja, wirkt ziemlich stabil. Ich meine, so schnell brechen wir ihn doch eigentlich nicht ein. Erledigen wir, was auf dem Weg ist. Jump in und du erflip. Das, äh, spürt er zwar nicht, ja, aber der ist dann trotzdem tot, okay? Nur weil, äh, Alphen keine... Achso, du meinst mir egal. Ja, gut. Der spürt das. Das tut ihm wahrscheinlich weh. Ich weiß nicht, ob er das dann will. Aber Alphen würde es sich spüren. Immerhin. Das wär ein cooler Tod, was? Excuse me? Ja, da heilen uns mal alle! Zu spät. Immer so viele Materials. Oh. Das ist doch mal so ne Nebelwand. So viele Materials. Und ich weiß trotzdem nicht, ob die so wichtig sind. Gott, warum muss das hier immer HP kosten? Ich bin dann irgendwann am Ende und ich hab keine mehr. Das kann man mir doch nicht in dem Dungeon antun. Man. Das ist eine der, äh, ich mag die HP-Mechanik an sich. Aber das finde ich irgendwie ein bisschen unnötig. Einfach, weil es zu teuer ist. Und du musst ja teilweise, also du willst ja schon überall hier lang. Und dann würde sie schon denken, schön warm. Der spürt ja keine Temperaturen. Was ich halt auch so ein bisschen interessant finde. Also er spürt Schärfe. Aus irgendeinem Grund. Aber er spürt keine Temperaturen. Aber er kann Härte und Weiche unterscheiden. Wie funktioniert dein Gefühl, Szenar? Explain. Alphinexplain. Stimmt, Wasser gibt's ja hier auch, ne? Ist das mit Wasser und Blitz auch so? Canceln die sich auch gegenseitig aus? Im Video wurde nur erwähnt, es gibt vier. Hey Ship, na, wie geht's dir stets? Alles gut bei dir? Ich hoffe doch. Willkommen in deiner Mine. Nozizeptoren sind nicht gleich Tastrezeptoren. Okay. Hab grad Feierabend gemacht? Nice. Gönn dir. Wie geht es, Louis? Louis! Rezeptoren für Schmerz. Hmm. Aber wie ist es dann, dass er keine Wärme und Kälte spürt? Ihm war halt in Cysloden nicht kalt. Weil... Da war halt die Begründung, ja, er spürt es halt nicht. Er schläft. Gut. Du musst dich auch mal ausschlafen. Er war bestimmt fleißig, der Kleine. Ich weiß noch nicht, was er gemacht hat, aber er hat bestimmt irgendwas Fleißiges getan. Da hinten ist eine Truhe. Das wäre nun eine leichte Temperaturunterscheidung von einer super heißen Gegend in eine super kalte Gegend. Ist leicht? Ich weiß nicht. Ich denke, das war eine große Unterscheidung. Ding! Where are you going? Here I come! Step! Burn it out! rickdownzurكرange Seine Futterschüsse umgeschmissen. Zumindest lagen die heute Morgen umgedreht im Gehege. Das ist Fleiß. Das würdest du nicht verstehen, okay? Definitiv nicht so groß wie Oh ja, ich springe in Lava. Ja, das ist natürlich was anderes, klar. Aber das wird er auch nicht spüren. Das wird er alles gar nicht spüren. Der Unterschied war schon groß von fucking ein Land, was brennt, zum Land, was Eis am Stil wird. Exakt, genau. Nicht die Lava trinken! Mann! Chat hört einfach nicht auf damit. Muss kurz schauen, aber ich glaube, das wird dem Rückenmark eh nicht verschaltet. Hm, okay. Er macht fleißig Hamsterdinge. Ja, richtig so. Tank des Lebens. Auch richtig so, danke. Seht ihr, das hat er auch nicht gespürt. Wonach schmeckt überhaupt Lava? Immer seid ihr nur am Lava trinken. Einfach runterspringen. Let's go. Äh, will ich hier lang? Oder will ich wo? Ich weiß gar nicht, wo ich lang will hier. Es ist so verwinkelt. Nee, hier kann ich nicht lang. Moment. Ich muss hier hin, dann da hin, dann ist hier eine Verbindung, da rüber, dann kann ich da irgendwie runter und dann dort? I guess. Nach Lava? Ja, aber wie schmeckt Lava? Ist halt lecker. Was meinst du lecker? Wonach schmeckt das denn? Kannst du hier einfach sagen, ja, ist halt lecker. Aber wird es steinig schmecken? Hey, Münzgeld, was geht? Gute Frage. Würde es steinig schmecken? Ich mein, schmecken, äh, schmeckt Eis und Wasser gleich? Oder ist das anders? Ich mein, kalter Kaffee und warmer Kaffee schmeckt auch anders, genauso wie bei Tee. Ich denke, die Temperatur macht irgendwie durchaus den Geschmack im Unterschied. Sonst würden Leute auch nicht immer sagen, oh, ich will mein warmes Essen essen, solange es noch warm ist und nicht, wenn es kalt ist. Ich denke, das hat irgendwie schon einen Unterschied. Nicht, dass ich euch den maßgeblich erklären könnte, aber der ist da. Dann wieder rum, wie schmecken Steine. Ich habe keinen Stein gegessen bisher. Das war voll verkackt. Ups. Jo! Wenn man so gesehen, Wasser schmeckt ja auch schon anders, je nachdem, ob es warm oder kalt oder heiß ist. Ja, genau, auch, auch, auch eben. Deswegen sage ich ja, die Temperatur macht doch, macht doch ein... Fuck. Temperatur macht doch was aus. Alphen, no! Oh, ich bin wieder da. Hi. Als Kind nicht an seinen Stein geleckt? Nicht, dass ich mich erinnere. Also, jetzt sollte ich einfach einen Stein lecken. Der Traktus, äh, Spinotalimicus Lateralis ist ein aufsteigender Faserbahn im seitlichen Rückenmark und gehört zu den Vorderseiten, äh, Strangbahnen. Seine Fasern leiten vor allem protopathische Empfindungen. Schmerztemperatur. Oh, Temperatur und Schmerz gehören also zusammen. Ja, aber wie kann er dann Schärfe schmecken, angeblich? Uh, Elementalsachen, ne? Aber auch erhöhte Abwehrkräfte sind auch nicht schlecht. Ermöglicht es dir, während der Abwehr zu bewegen. Oh mein Gott, das klingt sehr stark. Hm. Und leichtere ist über dem Limit wahrscheinlich auch. Ah, sie kann beim Hochwirbeln genesen. Ah, fuck. Ich weiß doch nicht, es gibt so viel. Alphen hat auch so viel, ja? Höhter Schaden in der Luft. Ja. Habe ich das mal fertig. Rauer Wind. Ja. Äh. Äh. Ermöglicht es die flammende Schneide zu laden. Hm. Gefällt mir zwar nicht, aber angeht, wie soll das gut sein? Höht die Menge des zugefügten Schadens bei Gegnern, die niedergestreckt worden sind. Ja. Das war's. Thion hat ein bisschen was übrig hier. Höhter Schaden in der Luft. Äh, erhöhter Schadensrate von körperlichen Leiden. NATO. Bla, bla, bla. Höhter Schadensbonus von körperlichen Leiden, was auch immer das heißt. Ach so, Eis gönnt ihr. Mehr Spezialmunition ist vielleicht auch nicht verkehrt. Hm. Hast du ein bisschen was? Ja, du hast was. Muss mal kurz den, äh, hier Nerven, äh, Wissen auffrischen. Ach, alles gut. War doch auf jeden Fall hilfreich. Höchentliches Voli, äh, Volume Manga wurde gelesen. Jetzt bin ich offiziell im Stream. Ach, er ist jetzt, aber willkommen. Stärkte Magieaufladung ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, ne? Äh, reduzierte Artwerkzeit während einer Kombo. Ja, das klingt, äh, sehr stark. Du hast nicht mal so viel, hast du was mit Elemental? Boost Anzeige bei 10, Treffer Combo. Ja, okay, easy. Und jetzt sind alle broke. Alle keine Punkte mehr. Ich habe meine Power growing. Hm? Ah, ne, da ist nix. Meinte doch nur, dass ihm, äh, scharfes Essen schmeckt, weil er keinen Schmerz verspürt. Äh, aber das Scharfe ist halt Schmerz. Er kann also gar nicht, ei, also eigentlich kann er doch gar nicht verstehen, dass das Schärfe ist, wenn er keinen Schmerz spürt. Das ergibt eigentlich nicht wirklich Sinn. Schärfe ist nichts anderes als Schmerz. Es ist purer Schmerz, den du einfach nur empfindest. Schärfe? Ja? Scharfe. Kind, da habe ich ja in vier Dingen geleckt. Ich war neugierig. Warmes Eis würde übertrieben süß schmecken. Es gibt, frag mich nicht, wie man das umsetzt, ja, aber es gibt die Möglichkeit, Eis irgendwie scheinbar zu, äh, wie heißt das? Frittieren, genau. Frittiertes Eis. Irgendwie, ich glaube, man nimmt sehr, sehr, sehr kaltes Eis, frittiert das ganz schnell, und holt es schnell wieder raus und dann hast du diese Teigschicht drumherum und es ist halt natürlich ein bisschen warm und sehr, sehr, sehr süß. War ich auch nicht, äh, unbedingt ein Fan von. Da geht's auch wieder weiter. Und hier, der Schmerz, äh, kommt von Capsa, Capsa Zin, was drin ist. Ja, aber es ist ja, also die Schärfe, die man spürt, ist ja Schmerz. Und, äh, den Schmerz ist etwas, was wir dann auch an Schärfe so mögen. Das schüttelt nämlich irgendwie, äh, Glücksgefühl im Hirn aus, keine Ahnung. Frittiertes Eis, wieso klingt das so etwas, wie vom angesachsenen, was, von angesachsenen freiwillig essen würde? Was redest du da? Warte. Was los, Kontext? Ich hatte recht. Es war schon so wie ein Dressroser. Ein bisschen. War das nicht ein niederländisches Ding mit dem frittierten Eis? Das kann sein. Halt die Schnauze mit dem Geld, okay? Sonst, äh, schmeiß ich dich raus. Sehen wir schon beim Boss? Nein? Ist das ein Zwischenboss? Vermutlich? Oder kann ich... Naja, ich werde schon sehen. Ich hab ne... Ich befehle ein HP als Sob. Habe ich ein Item zum HP heilen? Bitte? Habe ich nicht. Oh, das muss man doch einfach lieben. Bun from, äh, Seven Deadly Sins. Ist das nicht der eine, den alle so cool finden? Der mit den silbernen Haaren oder so? Der irgendwie auch low-key unsterblich ist oder sowas? Neuen Skill gelernt. Let's go! Let's go! Let's go! Wie ist das eigentlich, wenn ich Level-Ups bekomme? Bekomme ich eigentlich damit auch mehr HP so ein bisschen? Wir sind bei 269. Ich hab keine Ahnung, ob nicht die ganze Gruppe ein bisschen was an HP hinzufügt auch. Was halt natürlich super wäre. Na, never mind. Wir haben noch mehr verloren. Dankeschön! Ist ja nicht so, als ob ich was brauche. Du glaubst ja, weil ich weiß, es gibt halt, ähm, ja, es gibt Items, die man sammeln kann, die halt permanent die, äh, HP erhöhen. Ist halt nur die Frage, ob wir hier nochmal was finden, sodass ich den einen Nebel da wegmachen kann, weil ich hab ja nichts mehr. Das ist so Blödsinn. Ich kann da einfach nur nicht hin. Ich hab keine, keine, ich hab kein gar nichts. Schärfe wird über den Nervus, äh, Trigeminus wahrgenommen. Geschmack dagegen über Nerven, äh, Fazialis und Nervus Glossophari, genau. Und, äh, nur über wenig Nervus Vargus. Noch ist nicht sicher, was mit der Frage zu tun hat, aber es wird wieder getrennt. Ach so, ja, natürlich. Wusste ich. Danke, danke, äh, Monty, dass du die Klasse nochmal aufgefrischt hast. Wir wussten das natürlich alle. Easy, ne? Habt ihr euch das gemerkt? Schreibt euch das auf. Günter, wo bist du? Günter, schreibt das auf. Party ruft nach Hilfe, Fully, ich werde im Lurk sein. Okay, ich werde dich vermissen, Mann. Genau, Delirium, aufschreiben. Let's go. Das Aha hat mich daran erinnert, dass ich sagen würde, I'm the girl with the girl. So, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Haben wir da eine Healing-Stelle? Dieser Dungeon ist soo verwinkelt. Ist das etwas, was Leute mögen? Also so krass verwinkelte Dungeons. Ist das etwas, was Leute von Dungeons mehr haben wollen? Ich vermisse Xenoblade. Das war so super. Mein neuer Lieblingscharakter, äh, Lieblings Xenoblade Chronicles 3 ist, äh, I'm feeling full of beans. Reden wir von Blähungen? Ich liebe den Finisher von Law und Kisada. Ich weiß ja nicht, wen ich, äh, für Kisada vielleicht rauswerfen will. Weil alle wirken wichtig. Wir brauchen Rinwell für die Elementals. Ähm, Xion fürs Heilen und mein Main-Damage-Dealer ist halt Law. Ohne Law kriege ich den Damage nicht rein. Wen packe ich dann als Tank rein? Ich würde Alfen rauswechseln, wenn ich ehrlich bin. Nämlich Alfen für mich, persönlich, meiner Meinung nach, ist am schlechtesten. Ist halt einfach der schlechteste Charakter. Bisher. Der dritte Teil, würde ich sagen. Persönlich. Oh, bald kommt das Geheimnis. Framing? Oh oh. Das Framing war etwas ominös. Okay. Und die wird schon wieder den Main-Character rauswerfen. Ja. Ich meine, auch wenn ich jetzt hingekriegt habe, dass Alia ein bisschen besser ist. Ja. Ich finde immer noch nicht, dass Alia sonderlich gut ist. Jetzt ist die ganz andere Frage. Hier kommt ein Boss. Beim Boss würde ich ja voll fit sein. Die Dinger, verschwinden. Das kommt ja jetzt nicht zurück. Will ich gucken, ob ich nach dem Bosskampf nochmal zum Nebel gehe oder nicht? Ich weiß halt auch nicht, inwiefern sich das lohnt. Auf jeden Fall, ich bin kurz auf Toilette-Chat. Ich bin sofort wieder da. Also nicht weg, Renni-Hübschen, okay? Wir werden sehen. Gehen wir weiter? Ja. Bin sofort wieder da. Ja. Ich bin sofort wieder da. Musik 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 What's up? Ah, ich glaube, X finde ich besser als zwei. X hat wenigstens irgendwie eine sehr coole Welt, ne? Okay. Time for the boss. Das sagt der Protagonist. Ich weiß nur nicht, ob man sich dafür hört oder es wirklich sagt. Ah. Full of beans. Oh. Oh, die hübsche Gegend. Ich verstehe auch nicht, wie ihr das geglaubt habt. Habt. Oh, ich weiß, was das ist. Das sind die Leute. Das hat er an der Hand. Das ist wirklich scary, oder? Oh, ja? Ja. Vielleicht ist die Höhe. Ich zeige dir was. Ich zeige dir, was ich hier vertrete. Was? Ja, du hast das mit der Frucht nicht erwähnt. Das ist das, was ich wollte dir zeigen, mein Herr. Als eine Lebensform ist verabschiedet von seiner Astral-Energie, seine physische Form komplett zerreste, eine Tod, die keine physische Gelegenheit hat. Alles, was bleibt, ist eine Reflektive Substanz, die einzige Probe, die immer noch einmal existierte. Nichts. Das Hollowing ist die Substanz, die diese Läge befindet. This whole lake How many people How many Danans You actually expect me to believe all that? That an astral arts illiterate Danan Would know of this unseen atrocity? And that I, a Renan lord Would have no knowledge? I have one last piece of evidence Lord Doherlin This is a fruit of Helgen The cause of all of this Der wird sie jetzt essen, oder? Wie Marv auch schon sagte, ja What are you doing, Mikael? Here is your proof, my lord Proof of the bounds of your knowledge Proof of the countless Danan deaths Under your watch No, they were not merely deaths Those Danans were completely erased And now the only testament Is that lake of halloween Oh no Someone close to you Is behind all of this This person is Amassing huge amounts of astral energy You have to stop them You're the only one who can prevent Menensea from returning To the living hell Hast du den Namen? I beg you For the future of the utopia you have created Please stop them Don't let your dream die Just as it's become a reality Hast du keinen Namen? Much time left anyway Please Help our lord Doraleen To make Our greatest dream Our greatest dream A reality Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Michal? Michal? Nooooooo! Die PTSD! Okay, was passiert hier? Um... I know what you want is, but we need your help. We've got it to hang on our control. Yeah. Das ist ja ein Lordfight. Warum ist er am durchdrehen? Ja, die Performance war gut. Und scheinbar Megal weiß nicht, wer der Master meinte, unter allem ist. Er hat keine Ahnung. Gar nichts? Wirklich? Ich dachte, er hätte sehr viel mehr Infos, was das angeht. Ja, genau das, Monty. Tolles Zitat, oder? Finde ich auch. Bisschen rumschreien. Dem kann ich nicht so viel Schaden machen. So was von das Mädchen? Die, die bei Migal war? Meinst du? Oder meinst du Kisada? Ne, Kisada nicht. Die wusste das ja auch alles nicht. Und wenn doch, ist sie eine krasse Schauspielerin. Und ich denke, wir haben ja nur einen anderen weiteren namentlichen Charakter sonst. Also wir haben die eine, ja, aber das wirkt ein bisschen random für mich. Das Mädchen im Flashback. Meinst du? Aber die haben wir hier ja auch nicht gesehen. Wäre es nicht auch ein bisschen komisch? Wir wissen ja gar nicht, ob die hier ist. Wir wissen gar nicht, wo dieser Flashback von ihm stattfand. Ich denke, das war einfach nur die Parallele. Weil Freunde oder Bruder und Schwester normal jetzt tot gesehen hat. Deswegen ist er jetzt hier so durchgedreht. Ach du Scheiße. Poodle, no! Ja, ich glaube, das haben wir verloren. Jesus Christ! Kann ich noch jemanden wiederbeleben? Ich kann zwei Leute wiederbeleben. Kannst du mich nicht so kombon, Mann? Der dreht so durch wie der Junge im Flashback wegen dem Mastercore. Ich meine, es könnte zusammenhängen. Aber das ist jetzt auch wieder etwas, das wissen wir einfach nicht. Ach komm schon, wirklich? Das wissen wir halt auch einfach nicht. Hä? Hä? Was war das Spiel jetzt von mir? Ich bin tot. Kann ich? Ich kann nicht mehr. Doch, ich habe noch einen Trank. Moment. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Bei dem check ich übrigens kein bisschen, wie man ihn brechen soll. Ich muss auf, äh, Rinwell warten. Da habe ich wenigstens ein eindeutiges Ding. Wenn die nicht stehen. Toll. Ja. Cool. Rinwell ist tot. Hä, was? Okay. Ja, ich werde wenigstens das Gebiet hier schaffen. Ich bin schon tot, man. Oh, das hat nicht geklappt. Hä? Ich bin so confused. Du schaffst es, Law. Let's go, Law. Du machst es so gut, Law. Ich bin so stolz auf dich. Let's go, Law. Attacke. Der greift doch nicht mehr an. Wer? Was ist da los, Daisy? Der macht doch nichts. Warum greifst du dich an? Oh, aber kein Dodgen. It's Law's big day. Law, was machst du? Warum tust du nichts? Hä? Ja, klar kann ich Law kontrollieren, aber ist egal. Der Kampf ist ja verloren. Ist doch, ist doch an dem Punkt, jacke die Hose. Ich finde es so faszinierend, wie Law nichts tut. Ja, der guckt nur zu. Warum greift er nicht an? Wenn du den Knopf gedrückt hältst und dann den Slot, einer der Aktiven gedrückt hältst, kannst du rein wechseln. Okay. Law? Nein? Kein Angriff? Der überlebt das die ganze Zeit. Das ist... Wie kann das überhaupt sein, dass er das die ganze Zeit überlebt? Er will... Oh nein! Er will nicht sterben. Er will einfach nicht sterben. Aber er greift auch nicht an. Wie lang macht er das nur, ha? Ja. Law ist ein Stratege, wie in One Piece. Worauf wartet der Mann? Law und Order. Auf besseres Wetter. Was glaubt ihr? Wie lang geht das noch? Es wird ewig weitergehen, oder? Kann ich nicht langsam sterben oder so? Kann ich den Kampf neu starten? Ich glaube, ich kann den nicht neu starten, ne? Ha. Law, stirbt doch mal! Geht doch. Nochmal. Er war nicht wirklich so sehr ein Fail, ja. Law gewinnt das noch? Ja. Er hat ja nicht angegriffen. Ich liebe es übrigens, wie ich gefühlt wieder absolut keinen Schaden mache. Schaut euch das an. Wir prügeln auf ihn ein. Und die Leiste bewegt sich gar nicht. Weg da. Wie? Rinwell ist schon tot. What? What the fuck? Die Revives waren für ihn. Ja. Bei mir hat er halt gar nicht angegriffen. Ich weiß nicht, was besser ist. Nur dodge. Also kann ich dodgen oder gar nicht angreifen? Aua, 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 aua. Ah, dankeschön, dass ich... Danke. Ja, Lucylicious. Vielen lieben Dank für deinen Raid. Was geht? Alles gut bei dir? Ich hoffe doch. Was gab's cooles bei euch? Und heyho, zurück vom Flohmarkt. Wie war der Flohmarkt-Mask? Was geht? Aua. Ich habe Orangengelee. Der Hunter. Ah, das Spiel kenne ich nicht. Aber ich hoffe, es war cool. Komm schon. Lass mich... Lass mich mich bewegen, Mann. Gerade nur etwas erledigt. Hatte gerade meinen ersten Stream. Oh, nice. Sogar erster Stream. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und lange nicht gesehen. Oh. Attacke, Law! Aus Beute. Wir haben einen Discord gepostet. Ich habe jedenfalls stark abräumen können. Das klingt doch super. Wir werden hier auch gerade stark abgeräumt. Kannst du wieder Kopfschmerzen oder so haben? Genau das. Mega viel Spaß. Das ist doch schön. Warum klappt das nicht? Oh, was ein Scheiß. Ach, ist das so, Kisara? Ist das so? Du blockst das? Du blockst gar nichts. Gar nichts machst du. Es funktioniert einfach nicht. Oh. Chad, nicht schon wieder die Lava trinken. Weil sie nicht im Kampf ist. Doch. Ich kann ja ihren Boost Break einsetzen. Aber sie blockt es nicht. Nur, dass wahrscheinlich gescriptet ist. Das kann sie irgendwie blocken. Aber jedes Mal, wenn er es sonst macht. Macht sie gar nichts. Es funktioniert nicht. Ich meine, hier wird sogar gezeigt, dass ich das wahrscheinlich genauso machen soll. Nur ist es nicht einmal erfolgreich gewesen. Mir schmeckt Lava nach Gestein. Glaube nicht. Ich weiß auch nicht, wie ein Gestein schmeckt. Guck, jetzt. Siehste? Siehste? Es hat die... Ich bin tot. Ich bin tot. Sie hat nicht geblockt. Das ist ein Chargeangriff. Das soll sie blocken. Warum klappt das nicht? Und wir haben keine HP mehr. Das ist auch scheiße. Als ob ich jetzt schon wieder keine HP mehr habe. Wie? Okay, entspann dich. Hat er mich schon wieder getroffen? Er trifft mich dauernd damit. Erinnert mich an Sykes mit seinem Berserker Mode? Move aside! Die müsste er nur rufen. Ich bin tot. Hä? Was soll ich denn gegen den machen? Also, ich soll ihn wahrscheinlich doch im Charge blocken. Was anderes macht er ja auch nicht wirklich. Mach's das, Sion. Du machst das. Für dich selber? Cool. Du machst das. Meinst du, zu spät? Aber jetzt macht er mal so ein Magie-Ding. Da könnte ich halt Rinwell verwenden. Oha. Okay. Wie alle kurz aufgestanden sind. Du machst das, Sion. Du machst das. Ich meine, greift sie an, ne? Und jetzt ist sie so tot, oder? Sie ist so tot. Ich meine, fast Half-Life? Ja. Irgendwie, obwohl ich irgendwie gar keinen Schaden mache, ne? So, nochmal. Seht ihr, wie die Leiste verschwindet? Ich auch nicht. So, jetzt kommt sein Ulti. Mach ruhig. Geht der Bosskampf eigentlich halt schwer, oder so? Oder bin ich einfach nur wieder schlecht? Dabei habe ich mir ein Tutorial angeguckt. Warum funktioniert die Weltbechanik nicht? Ich bin so verwirrt. Der ist schwer. Okay. 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 Ich habe keine Erinnerung mehr dran. Und nicht? Ich dachte, du hast recht neulich jetzt das gespielt. Alle Lord-Fights sind extrem schwer. Der davor war relativ easy. Der war ziemlich angenehm. Aber da ist auch das Ding. Alles hat ja auch funktioniert, wie es sollte. Also ich konnte ihn ja auch brechen die ganze Zeit. Den hier kann ich nicht brechen. Nichts klappt. Und ich finde es auch super schwer, seine Angriffe zu dodgen. Wenn es nur etwas gäbe, womit ich Charge-Angriffe blocken könnte, ne? Stellt euch vor. Es gäbe so etwas. Aua, aua, aua. Okay. Nein, 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 nein. Machen nicht Wiederbelebung. Warum machen die nicht Items? Ich habe eingestellt, die sollen Items über Wiederbelebung machen. Warum macht das keiner? Warum funktioniert meine eingestellte Taktik nicht? Nichts an Shion hat sich geändert in ihrem Verhalten. Den fünften Lord fand ich angenehm. Aber war vorher auch dick shoppen. Okay. Die etwa DLCs und Gold, äh, Galt gekauft. Vielleicht sollte ich mir einfach für zwei Euro Galt kaufen, ja. Und dann mal meine Party vernünftig ausrüsten. Oha. Das war ein Bußbrecher. Nein, aua. Ah, aua. Ja, ich will ja nicht, dass sie dies nicht von alleine benutzt. Ich habe ja eine Hierarchie aufgebaut. Erst Items, ja. Und dann erst Arzt benutzen zum Heilen. Aber die hält sich halt einfach nicht dran. Das ist sogar eigentlich, äh, ich habe ja ein Tutorial mir angeguckt und sogar in der Empfehlung steht, ja, ändere, pass mal die Strategie an, damit halt nicht permanent wieder, wow, Wiederbelebung und so gespammt wird. Hat überhaupt nicht funktioniert. Oh, Shion ist auch tot. Na, fast tot. Rinwell kommt auch her für eine Heilung. Ah, sonst gebe ich dir... Welchen Schmanker haben Kraftschmanker? Ne, durch Kisten halt und alles an alte Ausrüstung verkauft. Ja, stimmt. Ich könnte alte Ausrüstung mal verkaufen. Das habe ich nicht gemacht. Ich liebe diesen Chargerangriff. Stellt euch vor, das würde funktionieren. Warum kann sie ihre eine Aufgabe nicht erfüllen in diesem Kampf? Was haben die Devs nicht getan? Aha, hier funktioniert das einfach nicht. Nee, nee. Warum kannst du nicht alle wiederbeleben? Yay. Yay. Das hat dämliche Chargerangriff. Ich wünschte, ich hätte ein Omega-Alexis. Hör doch bitte auf zu chargen. Law ist tot. Wiederbeleben wird nix mehr, ne? Wie wechsle ich denn aus? Irgendwie was mit gedrückt halten. Mit. Ja, jetzt ist es egal. Oh, Kisara spawned immer hinter Dolaim. Sprich, du bist wirklich einen Ticken zu spät. Also egal, was ich bisher gemacht habe. Sie hat das halt noch nie einfach geblockt. Ja, ich muss halt scheinbar mehr als die FD auch machen, ne? Hä? Kisara wechselt jetzt nicht einmal mehr ein? Solltest du dich einwechseln? Nicht? Okay. Warum hat das jetzt trotzdem... Hä? So, passt auf. Bei Stratege, ja? Individuelle Strategie. Äh, wo ist das? Strategie Details. Genau. So, guck mal da. Ich habe da angegeben. Äh, Apfelgelee benutzen. KP eines Verbündeten mit A-Zeilen. Jemand des K.O. Trank des Lebens benutzen. Ach, ich brauche mindestens zehn. Das ist das Problem. Kann ich das nicht ändern? Ah, mindestens Einzelbesitz, ja? Mindestens Einzelbesitz. Der Rest ist doch Jacke wie Hose. Okay, das... Deswegen hat sie es nicht verwendet. Ich wusste nicht, dass, äh, das dabei ist. Okay, das erklärt's. Mindestens zehn. Ja, ja. Zehn Items haben. Imagine. Was willst du denn, dass ich gedrückt hatte? Ich will, dass sie die Scheiße blockt. Nicht Runwells Boost verwenden. Du kannst doch super viel einstellen. Die Liste geht noch ewig, weil noch und nicht. Rising Wyvern! Vielleicht sollte ich mal versuchen, ihn in der Luft abzuknallen, ne? Wenn du springst, kann ich da was machen? Nein? Oh, fuck. Das war dumm. Let's go, love! Verprügel ihn, please! Oh, no, Boats. So. Warum kann ich nicht einfach fliehen? Können wir ihn nicht einfach hier alleine lassen und abhauen? Dankeschön, Mann! Bitte sag das, äh, das bricht ihn oder so. Bitte, bitte. Ist das überhaupt ein Element? Gar keins? Fantastisch. Oh, Gott. Aua. Bin ich eigentlich wieder einfach unterlevelt? Oder ist es einfach nur hoffnungslos? Kannst du mal fünf Sekunden aufhören, mich umzubringen, Mann? Oh. Und seid ihr noch da? As always, both. Oh, shit, oh, shit! Rinwell! Seltener Einsatz von Rinwell hier in diesem Kampf. Aua. Ey, Kisara, da wäre ein Job für dich! Zu schade, dass du useless bist! Nur in Gedanken. Bitte geh weg von mir. Bitte halte dich fern. Dankeschön. Jo, ihr Lieben, bleib bitte immer weit weg von mir, ja? Ja. Hier aber in der Cutscene wird auch gezeigt, das im Boost. Und ich musste im Tutorial das im Boost machen. Nicht davor. Ich mache es auch immer im Boost. Wie kriegt sie eigentlich auf der Band, äh, Bank Boost, äh, Leiste? Seht ihr, es hat wieder nicht geklappt. Das Timing ist sehen wie echt egal. Es klappt einfach nur nicht. So, ich kann sie irgendwie einwechseln. Gegen Lore. Ah, ich muss ihn gedrückt halten. Oh, Gott. So. Ne, Lore lebt wieder. Ah, shit, never mind. Ich versuch's leicht vorher. Es hat, es hat, es war immer das gleiche Ergebnis. Es passiert nämlich nichts. Hey, T-Dennis, na? Nur in der Cutscene klappt's. Und in der Cutscene mache ich's ja auch eigentlich, äh, sogar viel später. Aua, lass mich doch, Mann. Kopfschmerzen, Kopfschmerzen. Ich hab keine Ahnung. Ich mach einfach echt keinen Schaden, ne? Bosse glauben nicht an Schaden. Ich bin tot. Damit ist es, glaub ich, wieder vorbei, ja? Ah, Mann. Dohlein war schon shit, ja? Ich fühl mich halt so nutzlos. Also, ich hab das Gefühl, ich kann halt nichts machen, außer Chip-Damage, bis er tot ist. Fatschan, blöd, also ignoriert er es. Ich merk schon, ich merk schon. Mach das, guys. Seh, seh den Baby-Damage. Wie kann das überhaupt sein, dass ich so viel Schaden gemacht hab, über so viel Zeit? Oh. Let's go, Lor! Jetzt wird Lor nicht mehr angreifen, ne? Nein. Ach, Lor, stirb doch einfach. Hey, Syl, was geht? Wie kann er überhaupt so krass dodgen? Okay, never mind, er hat Schaden genommen. Es ist aber ein klein wenig mehr als vorher gewesen, oder? So ein bisschen. Das ist der Baby-Steps-Chat. So ein klein bisschen. Nochmal. Ist jetzt meine Strategie eigentlich wieder zurückgesetzt worden? Ich hoffe nicht. Nee, er ist nicht zurückgesetzt worden. Nice. Nice. Ja, äh, fuck. Was, äh, ja, was macht man denn? Ist Rinwell denn im Kampf wirklich nützlich, oder ist Kisara nützlich? Äh, wie kann ich überhaupt meine Party ändern? Gruppenmann-Führer ändern. Ich will nicht Gruppenmann-Führer ändern. Bearbeiten. Achso, kann ich's bearbeiten. Können wir nicht Rinwell auswechseln? Ich hab' das Gefühl, die trägt nicht zu viel in diesem Kampf bei. Nicht, dass Kisara was macht, aber, you know. Wieder ein harter Boss. Ich find' den Gefühl, also, ich weiß nicht. Für mich wirkt, ich kann nur drüber lachen, der wirkt unschaffbar. Was, was haben, was denkt, was erwartet das Spiel von mir? Diesmal haben sie's überlebt. Ja, wahrscheinlich, weil ich ja auch das mit der Taktik jetzt richtig hab, ne, mit den Items. Spaß? Hey, Muddyblood, was geht? Haben wir ein Thema? Erzählt mir was Schönes, Chat. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das hier schaffe. Also, generell, so, allgemein. Ja. Ach, fick dich doch. Oh, Mann, ey. Oh. Cool. Also, der Kaffee ist jetzt schon eigentlich für den Arsch, oder? Oh. Ich trinke gerade Kamillentee. Wir können darüber reden. Ja. Ich hab gehört, Antonio könnte wahrscheinlich auch gerade Kamillentee vertragen. Gute Besserung, Mann. Viereckige Melonen. Wovon sprichst du, Kontext? Vielleicht einfach wie gestern bei den Spielen. Einfach spammen und hoffen, dass irgendwas bei rumkommt. Ne, der Kampf ist verloren. Kann ich nicht einfach Kämpfe neu starten? Kann ich nicht, ne? For fuck's sake. Nein, belebt mich doch nicht wieder. Sterbt doch einfach alle. War gestern bei einem Brettspielabend und haben dort das Kingdom Hearts Brettspiel gespielt. Es gibt ein Kingdom Hearts Brettspiel. Das ging ganz cool tatsächlich. Irgendwie soll angeblich Kisada die Charges aufhalten können. Ja, ja, das ist ihre Aufgabe. Das ist ihr Guard Break Ding. Ich hab's nur nicht einmal erfolgreich hinbekommen. Ich hab jetzt im Bett gelegen, nach dem langen Stream gestern. Oha, so lang geschlafen? Jesus. Wenn Kisada bufft auch die Gruppe. Irgendwie, ne? Mit ihren Blocken und so ein Shit. Ich denke, das ist vielleicht auch ganz hilfreich. Maybe. Wie lange versuche ich den Bosch schon? Keine Ahnung, wie lange sitzen wir hier dran schon? Halbe Stunde? Bestimmt schon, oder? Von Talisman gibt's ganz viele davon. Mit verschiedenen Lizenzen. Zum Beispiel in Mard, Star Wars sind halt immer echt ähnlich Regeln. Okay. Also ist das halt so eine Art Brettspiel mit anderem Setting immer? Oder? Weil du sagst ähnliche Regeln. Du musstest deine Mission skippen? Du kannst Mission skippen in Advance Wars? Aber viel Erfolg dabei. Viel Spaß. Ah, okay. Kennt man das Brettspiel? Xiong, kannst du bitte sterben? Du hältst die ganze Klasse auf. Die ganze Klasse wartet. Mann, wir müssen wieder von vorne. Oh. Komm schon. Und hier am Boden wie ein mieser Briser. Hey Mürte, was geht? Na? Alles gut bei dir? Ich hoffe doch. Raaaaaah. 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 Liebes wie mein Supercharge. Einfach auch nichts an Schaden macht. Das ist so lächerlich. Mit einem guten Tank, wie ich es bin, wäre das nicht passiert. Das ist wahr. Mein Tank ist nutzlos. Zumindest in dem Kampf gerade. Ah, shit. 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 Rindwell. Einfach aus Reflex das Falsche gemacht. Sonst mittlerweile das Spiel gut verstanden? An sich schon. Wie ich den besiegen soll? Kein Stück. Absolut gar nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es kein bisschen. Habe ich noch andere Wörter, um meine Verzweiflung auszudrücken? Ich weiß es nicht. Unschaffbar. Au, au, au. Tolle Eilung. Habe ich noch andere Wörter, um meine Verzweiflung auszudrücken? Tiger. Generäle sind immer Uses und Fire Emblem. Ja, die sind halt nicht so nützlich. Das stimmt. Also die haben halt vier Verteidigung. Aber halt kein Dingens, ne? Kein Rest, kein Movement, gar nichts. Und weil die so langsam sind, kommst du halt auch nirgendwo hin. Deswegen nutze ich auch nie Generäle. Least ist ein Skripted Boss. Ne, ich sterbe schon seit Ewigkeit an ihm. Was war das? Oh, das war irgendwie ein perfekter Dodge, ja? Warum diese krasse Slow-Mo da? Ah, nein, ich war ein Multimate. Ah, so, das war. Schnell aufbrauchen, let's go. Oh, guck mal da. Der hat ein bisschen Schaden genommen. Oh, jetzt habe ich früher gemacht. Hat auch nicht geklappt. Hä, ich, dich da will blocken? Nein, viel zu weit weg. Und Law ist tot. Äh. Ist das ein Endboss? Mh, ne. Oder meinst du das halt als Boss von einem Kapitel oder so? Ja, dann schon, Muddy Blood. Dann schon. Das schwerste Spiel ist ja, was ich je gesehen habe. Guck mal, jetzt, jetzt geht es. Aber nur in dieser Cutscene. Das ist doch traurig. Ich bin tot. Oh, dieser dumme Dash. Dankeschön. Wir haben keine HP mehr, geil. Oh, shit. Ich habe Runway nicht gerufen. Mh, hätte ich mal tun sollen. Mit Game können sie gute engen Sternen verstopfen und danach fallen sie zu weit zurück. Hm. Generäle sind halt... Sie sind halt zu langsam für... Oh, wow. Das... Wie... Der hat alle gekillt damit. Das ist doch so bescheuert. Ich habe gerade wieder gewaltig unter Beweis gestellt, dass du ein guter Tank bist. Absolut. Nicht so wie Kisara. Komplett der erste Eindruck von Kisara zerstört. Ich habe echt wenig Items. Wie hast du 10 bis 15 pro Item gehabt? Ich habe nie Geld. Wie kriegt man Geld? Hast du Sidequests gemacht oder so? Und wenn ja, dann ist das doch dumm, dass ich Sidequests brauche, um irgendwie Kohle zu haben, oder? Ich bin halt immer broke. Weil die Items auch alle scheiß teuer sind. Dafür sind Sidequests da, to be honest? Nee. Sidequests sind nicht dafür da, damit du halt irgendwie das Spiel normal spielen kannst. Oh. Awa. Broccoli. Nein, 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 nein. Rinwell. Okay. Oh. Die never misses. Du bist nur zugeschissen damit. Ja, aber welche Materialien? Ja. Mehr Items würde den Damage nicht fixen? Nö. Das auch nicht. Also ich sterbe ja trotzdem schnell. Und mach keinen Schaden. I have no Limits. Let's go. Um das Spiel zu erweitern. Ja, du kannst halt ein bisschen extra draus ziehen oder so. Und dir deine Spielerfahrung erweitern. Die Welt mehr kennenlernen. Sowas halt kannst du mit Sidequests machen. Aber Sidequests ist jetzt nicht der eine Weg, wo du Geld bekommst. Das ist halt schon weird. Wo Schaden? Ja, ich wünschte, ich würde Schaden machen. Wie lang prügele ich pro Versuch auf ihn drauf? Ist ja ewig. Und dann habe ich auch alles verkauft, was ich habe. Kann mir zwei Lebenstränke kaufen oder so. Und dann habe ich nichts mehr zu verkaufen. Oh. Also vielleicht kriege ich ein oder zwei Lebenstränke raus. Maximal. Aber da weiß ich auch nicht, ob es nicht besser wäre, in besseren Waffen zu investieren. Weil niemand hat seine aktuellste Waffe. Niemand. Weil das kann ich mir nicht leisten. Habt ihr das gesehen? Warum? Kiss war einfach eine verdammte Scheiße. Oh. Jetzt doppelt oder dreifach eine Items. Ach niemals. Nein, das hat nicht geholfen. Kissara. Der hat kein Lichtschwert. Das ist ein Stab, den er hat. Der leuchtet nur. Weil Magie. I hear you all. Wir haben fast wieder die Hälfte. Immerhin, oder? Er war der härteste Boss im Spiel, to be honest. Okay. Er macht seinen Ultimate. Nein, der macht er doch nicht. Er macht Dash. Kann ich dich damit wenigstens stoppen? Nein? Cool. Ich bin... Das ist... Alter. Dieser Dash. Der macht so dämlich viel Schaden. Es ist so dumm. Lichtstock, kein Lichtschwert. Immer wurde ich jetzt wiederbleiben nochmal. Alle tot fast. Ich habe einen Trank des Lebens. Geh mal einen Schmanker. Dann können wir Lore wieder beleben. Und zwar jetzt. Was ist das? Was war das denn jetzt? Oh hey, ich habe die Hälfte. Cool. War ich das? Feuertornado? Hm. Der macht wieder Rawr. Der macht wieder das. Nein. Ich habe gerade zum ersten Mal Konto von dem Spiel. Willkommen. Ich brauche wohl den Kraftschmanker. Ja. Ja. Okay. Okay. Ah, 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 ah. Komm schon. Verdammte Scheiße. Hat das geklappt? Ich glaube es hat nicht geklappt. Ah, ah. Sting-Time. Wuh! Fuck. Wie viele... Du kannst nicht mehr 4 heilen, ne? Wir gehen die Items aus, guys! Wir gehen die Items aus! Und dann habe ich wieder keine Leben. Okay, jetzt besser. Oh, diese ganze Action macht mich tired. Pfff! Was? Verzei... Was? Es hat geklappt? Was? Hä? Mein Wempel-Chat... Verzeihung? Wieso hat das jetzt funktioniert? Warum? Ich habe immer das... Hä? Ich check's nicht. Geht das vielleicht nur ab der zweiten Hälfte? Ne, kann nicht sein. Habe ich doch da auch versucht, oder? Hä? Als ob das geklappt hat. Sie hat den geblockt. Aua, 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 aua! Lass mich doch im Healing Circle bleiben! Oh, jetzt ist er weg. Wir sind bald beim letzten Balken. Aua. Aber ich habe auch keine Leben mehr. Was ist hier los? Jo, Quillen, willkommen zurück. Was hier los ist? Ich, äh... Ja. Ich versuche, Bosskampf zu schaffen. Ich zeige keine Ahnung, wie lang... Oh nein. Scheiße. Jetzt hat's nicht geklappt. Schion und... Oh nein. Schion und Lasset. Jetzt hat's nicht gestorben. Das wird nix mehr, hä? Steht das Gameplay nur so zu 30%? Oh, cool. Das ist fast mehr als, äh... Ich, glaube ich. So. Habe ich noch was zum Heilen? Einen habe ich noch. Kisara. You gotta believe. Kann ich irgendwie Kisara oder so auch aggro ziehen? Ist das nicht ein Ding, was man machen könnte? Oh mein Gott. Rinwell macht Schaden. Vielleicht hätte ich nie Rinwell rauswerfen sollen. Die macht eigentlich Schaden. Glaube ich. Rinwell, let's go! Hat mal wieder Kopfschmerzen. Pause? Ja. Er hat Kopfschmerzen. Pause. Komm schon mehr zur Pause. Nein Nein, das war zu früh Ah nein, das ist eine Ultimate Oh nein, 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 nein Nein, 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 nein Macht er das jetzt nochmal? Spammt er das jetzt wie blöd? Der Arm ist auch einfach nur ein Sandsack Das stimmt Das ist nicht dein Ernst Du spammst das jetzt wie blöd? Wirklich? Cool, alle tot Oh, das ist ein Schmerz Oh, das ist ein Schmerz Das ist so dämlich! Oh mein fucking Gott! Ich glaube an dich. Ich muss mich nur einmal treffen lassen und ich bin tot. Will ich nur mal ganz kurz erwähnt haben. Toller Bosskampf. Lass dich nicht treffen! Okay. 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 Da haben wir einen Boost Break für mich. Enough! Ja, ich denke mir auch die ganze Zeit, es reicht. Ich kann eben auch echt nicht... Seht ihr meinen Schaden? Ich mache denen halt auch gar nichts an Schaden, ne? Es ist so pathetic. Es ist so unfassbar lächerlich. 30 pro Schlag. Ja, wenn überhaupt, ne? Ich mache denen manchmal nur 12 pro Schlag oder so. Ich habe da gerade eine Elf gesehen, siehste? Siehste? Ja, was meine ich? Oh Gott! Er hat bald unter 1000! Wir haben bei 5000 angefangen! Oh Gott! Oh Gott! Das ist so dumm! Das ist ja auch auf Rinwells Leiche prügelt. Ja, ist echt so, ne? Was soll das denn? Ah! Nein, er sollte halt schon lange tot sein. Der ist halt komplett im Enrage. Aber meine gesamte Gruppe ist halt tot. Wegen seinem Ulti-Ding. Oh Gott, das war... Das war mutig gerade von mir. Wirklich? Fick dich doch. 22 noch. Hör auf. Alter. Was ein Scheiß. Oh Gott. Wir waren jetzt fast eine Stunde an ihm dran oder so, ne? Ei, ei, ei. Yeah, we did it. Schnell für den Bus. Ich bin jetzt fast eine Stunde. Ich bin jetzt mal, in der Zeit, in der Zeit, in der Leben von einem Freund. Das Leben, in der Blut, in der Held, in der Held. Der Held, in der Held, in der Held hat erholt. Es war viel mehr, als ich wiederholt habe. Und die Skriege und Teere von der Slave. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. The memories of my friend's scream, and the tears of the one who mourned him. I couldn't take it any longer. I didn't want to remember. So that's it? That's the real reason you freed the Danans? Just so you wouldn't have to listen to their screams? Wait. So everything you've done... Precisely. It was simply to distance myself from all the pain and death, all for my own selfishness. Mein, das hab ich mir irgendwo schon gedacht. And if it made everyone happy in the process, then that was just an added benefit. Or perhaps I truly did believe in those ideals at one point. But living up to them was never my aim. Impossible. Your dream of coexistence? The ideals that you always championed? So you're saying that everything you stood for, you're saying it was all just a self-obsessed lie? Tell me it isn't true, Lord Dahalim. Because, because my brother, my brother believed in you in your dream! And forgive me. So this? This is who you really are? Stop! Let go! Let me go! Let me go! It's enough, Kisari! Stop! I'll tear him apart! I swear I'll... 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 Jesus! You're trying to ignore your brother's dying wish? He entrusted you with his dream! Just kill me. I'm nothing. I am but a shell of a man now. I'm just a pitiful coward who's shrank from his duties. I would only ask that you make it quick. This man... This is the person my brother died for. And for what? For what? For what? For what? I need you to get out of my sight right now. Go before I change my mind. Ich dachte, wir nehmen die mit. Das sind beides Teammitglieder, aber wir haben halt bisher nur Kisari. Natürlich brauchen wir den Schrei nochmal. Ich werde ihm sowas von der Sonnenbrille geben. Ich bin nicht überrascht. Ich meine, ich habe es mir gedacht, dass das halt alles nur so ein bisschen auch wie selbst halt ist. Aber ich denke, das, was er trotzdem überreicht hat, war ja nicht verkehrt. Ohne den Seeschwinn. Was werden wir jetzt tun? Ich habe noch ein unfinishedes Geschäft mit Dohalim. Er ist ein Welt weg, von dem Herrn Balsef war. Es gibt keine Chance, ihn zu kämpfen, Shion. Falls ihr es vergessen habt... Guys, Guys! Ich glaube, dass etwas außen passiert ist. Ähm... Ähm... Kisara! There you are! What's happening? Kelzulik has started an insurrection. Entweder all of the Danans out of the palace. What? Has he lost his mind? What about Lord Dohalim? Er ist depressed. Ah! We thought maybe you would. No, I don't. I haven't seen him since we were inside the quarry. I haven't seen him since we were inside the palace. Any suspected Renan sympathizers are being arrested on sight. This whole thing is a powder keg about to explode. Best prepared for the work. Jeder ist doch ein bisschen egoistisch motiviert, Marv, oder? Das ist doch ganz natürlich. Komm nur drauf an, wie weit. Ich glaube nicht, all of the Renans hier like the idea of coexisting with the Danans after all. Ja, aber, äh, hier Dingens, Dohalim hat die halt... So, this is it. ...davon abgehalten zu protestieren. True. There's still hope, Kisara. Your brother's dream is only dead when there's nobody left who believes in it. Am I wrong? Sag mir, Chad. Wann stirbt ein Mensch? Habe ich daran erinnert. I'm going to the palace. I need to see what's happening there with my own eyes. One piece. What are you all doing? Fighting preparation? I thought it was pretty clear. We're coming with you. I appreciate the thought, really. But there's no need for you all to get involved in this. Ah, den wir gewohnt. Tohalim settert himself, right? All of us, we're Liberators. Thank you. Ich hab übrigens einen Moment gebraucht, aber ich hab's vorher schon gesehen, da ist eine Katze auf dem Symbol. Alle tot! Let's get to the palace. Right. We best plan down on things at the source, before they get out of control. Alle tot! Äh, spielen? Danke. Ja, das Ding ist halt... Ich denke, das war ein wichtiges Gespräch zu haben. Und, äh, Kisara hat ja auch jedes Recht, wütend zu werden. Aber Dohalim ist jetzt in dem Punkt, wo er seine Rolle nicht mehr spielt. Er hat eine Rolle gespielt. Hey, Löhmann, was geht? Und ich denke, das ist das, was das Ganze hier generell so interessant macht. Weil er hat eine Rolle gespielt, für seine egoistischen eigenen Gefühle zwar. Aber wie er sagt, irgendwo zwischendrin hat er es ja auch ernst genommen. Er hat die Rolle ja sehr effektiv gespielt. Jetzt hört er auf, die Rolle zu spielen, weil er wachgerüttelt worden ist. Okay, haust du rein, Patrick. War's gut, ja? Jetzt ist er ja wachgerüttelt worden, äh, und hört auf, die Rolle zu spielen. Und das Ganze geht ja jetzt gerade den Bach runter, weil die Möglichkeit da ist. Bedeutet, der Mann ist sehr instrumental wichtig, wenn er das Ganze hier auch zusammenhält. Egal wie, äh, unehrlich vielleicht seine, seine Gründe war, das Ganze hier so zu machen, ne? Ach was. Genau, Sayoki, genau. Ich glaube, es ist ein Mensch, der Mann ist ein Mensch, der Dohalim, aber ich habe nicht gedacht, dass einer so nahe zu ihm sein. Ja, ich glaube, du bist richtig. Ich glaube, dass alle hier in Menensea noch ein bisschen weg sind, von einem wirklichen Raum, nicht wahr? Du bist okay, Kisara? Ich weiß nicht, aber ich definitiv nicht möchte, dass es so enden ist. Bitte, lend mir deine Kraft. Natürlich. Ich meine, um es ganz simpel zu halten, ähm, dieses Land hier wird, ist halt eigentlich erobert worden. Aber die Eroberer, die ganzen Leute, die haben eigentlich recht friedlich hier koexistiert mit den anderen. Nicht perfekt, aber es war recht friedlich eigentlich. Überwiegend, nicht ganz. Es gab ein bisschen was im Hintergrund, aber überwiegend was. Was viel besser als auf dem Rest des Planeten, ja? So, erstmal ne Runde rasten, ne Runde kochen. Let's go. Und jetzt funktioniert gar nichts mehr. Wo ist der Bund der Freien, wenn wir schon dabei sind? Vergessen. Oh. Fähigkeit Genesung. Drücke RT, wenn du hochgewirbelt wirst, um zu landen. Oh, das hat jetzt... Yeah, nice. Irgendwas anderes cooles. Erhöhte Schaden durch Bußschlag. Erhöhte die Menge des zugefügenden Chans bei Gegnern, die von einem Bußschlag getroffen werden. Hmm, ja, let's go. Sehr interessante ethische Frage dann. Ich meine, das Ganze war sowieso ein bisschen fucked. Es ging denen halt besser, aber es war halt auch nicht perfekt. Und dann bist du da und denkst dir so... Immerhin nicht so scheiße wie im Rest. Kann ja... Kann ja vielleicht noch bergauf gehen. So. So, also das Zeug verkauft. Ach, das wird mir so vorgeschlagen. Okay. Das wird so gesagt. Hm. Ja, Waffen hast du nicht, ne? Wo, die bekommen Geld? Ja, pass auf, wie schnell das weg ist. Es ist halt... Es ist halt nichts. Es ist halt einfach nichts gewesen. Aber immerhin kann ich mal... Okay. Ich hab nicht das Material. Ich wollte aber sagen, immerhin kann ich vielleicht fast die besten Waffen kaufen. Wenn ich das mit Material hätte. Aber nicht ganz. So, das ist weg. Und die bekommen zwei Geld. Das ist, äh... Ich kann mir... Ich kann mir mal was kaufen, ja. Das ist halt immerhin etwas. Besser als gar nichts. So. Äh... Bräuchte eigentlich auch mindestens ein Orangengelee, damit ich wenigstens einmal was aufladen kann. Oder Ertrank des Lebens. Ich würde davon sieben Stück sofort kaufen. Reicht ja fast für, äh... Ein Viertel Manga. Hm. Reicht bestimmt für ein Viertel Manga. Ich hoffe, wir haben uns mal fünf. Dann brauche ich halt trotzdem irgendwie normale Heilung, ne. Fünf. Ich hab ein bisschen was. Aber eigentlich Kostüme. Äh... Kisada. Nö. Hahaha. Oh shit. Die Brille steht dir echt gut, oder? Hahaha. Oh. Noch ein Nimbus. Sonst irgendwas Interessantes? Das ist auch so ein Quatsch. Die Sonnenbrille. Da sieht man leider die Augen nicht. Yeah. Fahre mich, ob jetzt ein Boss kommt, oder nicht. Aber let's go. Warte mal. Jetzt will ich Tränke des Lebens natürlich nicht verschwenden, ne. Moment. Ah. Strategie ändern. Äh... Tränke des Lebens mindestens... Nur einmal? Nee. Ist das mindestens zehn im Besitz, ja. Okay. Bei Bossen kann ich's ja umstellen. Ich hab mir schon fast gedacht, so wie das Ganze aussah, dass das auch ein Dungeon wird. So, das ist dann wahrscheinlich der letzte Dungeon für heute noch, ne? Also, ich schätze mal, wir brauchen hier ein bisschen. Auffindet ihr? Äh... Sie nennt ihn noch Lord. Sorry, technisch kein Plan, was hier abgeht. Äh, 30 Minuten auf einem Boss eindreschen hat er nicht geholfen. Deswegen hab ich vorhin versucht, ganz grob das zu erklären. Dieser Planet ist halt eingenommen worden. Das Land wird halt von einem fremden Herrscher beherrscht. Und, äh... Ja, die Leute sind aber nicht gegen den Lord, die finden den Lord halt nicht scheiße. Aber jetzt ist er halt weg gerade und, äh, wir haben halt, äh, jetzt eine Rebellion. Verschlossen. Ist ja alles verschlossen. So, und wir sind auf der Suche, all diese Lords auf dem ganzen Planeten zu jagen. Und, äh, eigentlich töten wir sie, ähm, um etwas von ihnen zu erlangen. Aber den einen haben wir gerade verschont. Da haben wir so seinen Kern bekommen. Irgendwie. Aber die anderen haben wir alle gekillt, ne? Randoms sind basically Aliens? Ja, ja, genau, genau. Man kann den Planeten sehen. Äh, wie ist das? Lennigis, ne? Was zum... Dieser Kelserlick. Ist es ihm wirklich gelungen, diese Barriere im Palast einzusetzen? Das heißt wohl, dass wir auf der richtigen Spur sind, ihn zu finden. Können wir die irgendwie loswerden? Wenn ich mich recht erinnere, gibt es irgendwo ein Auslösmechanismus. Ich würde vermuten, in seinem persönlichen Büro... Okay. Wir sind der Rebell, genau. You can bust that wall open, can't you? I am right. You sure about that? From what I hear, that thing can stop even a cannonball. On second thought, let's see if there's a Remembrance mechanism somewhere. Sunglasses bei uns funktioniert nicht ganz. Einfach durchlaufen. Du spürst ja hier keinen Schmerz. Stimmt, stimmt. Mein Charakter spürt keinen Schmerz. Und ja, ähm... Bis auf... Bis auf eine bei uns in der Party, die mit dem pinken Haar, äh, sind wir auch alle eigentlich Masklaven hier gewesen. Kisara, do you have any idea just what Kelzulik might be planning at the palace? It's hard to say. I've never seen him use any powerful arts, and I don't think he's particularly skilled with any weapons either. However, I have noticed him accompanied by something strange from time to time. What kind of strange? I don't know. I couldn't see anything with him, but I could sense something was there. Probably some sort of zoogle. An invisible zoogle? Hm. I'd better be careful in any case. I'd rather we not find out after it jumps us and tries to rip our throats out. Klingt sinnvoll. Ähm, es gibt einen Unterschied zwischen Renans und Denans. Äh, die... Wie war das? Die Renans haben Lichtmagie zum Beispiel, und die Denans haben Dunkelmagie, so wie es auf dem Planeten, von denen nur Dunkelmagie hier gibt, so Lichtmagie gibt. Und, ähm, die können keine Astral Arts benutzen. Das ist auch ein Ding. Das geht auch nicht. Äh, also die Denans meine ich. Außer halt, äh, hier Dingens, Renwell ist halt eine Ausnahme, weil die aus einem Magier-Clan kommt. Aber die anderen, die können sonst alle keine Astral-Energie benutzen. Das geht nicht. Das sind die Privatquartiere der Wachen. Wenn ihr irgendwas hier drin braucht, nehmt es euch gern. Dana Light, Renna Dark. Jaja, sag, 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 hab ich... Das hab ich doch gesagt. Haha. Oh. Renans und Denans hören sich an wie Zwillinge. Äh, die sind auch sehr nah beieinander. Vielleicht ist das Absicht? Schläfst du auch hier? Ich dachte immer, die Wachen bestünde hauptsächlich aus Männern. Ach, die Quartiere sind zwischen Männern und Frauen getrennt. Gerade sind wir im Frauenquartier. Kapiert, dann... Äh, pass ich wohl besser auf, dass ich hier nicht zu zerstöre, hä? Right. Das ist dein guter Rat. Wenn du nicht am falschen Ende ihrer Axt landen willst. Die hat ne Angst. Die kämpft mir ne Axt. Ist nicht gleichberechtigt? Mh... Nö, natürlich nicht. Sind ja auch Sklaven hier zuteil. Eine Reihe Waffen für Wachen. Sie scheinen ziemlich gut gepflegt zu sein. Ich dachte, ich kann was mitnehmen. Ja, natürlich. Hä? Jetzt machst du es weird. Natürlich ist das geteilt, was? Komm schon. Komm schon. Sie will auch nicht am guten Ende der Axt landen. Oh no, Wachen. Warte mal, mach ich den Gegnern Schaden? No way. By the way, soll ich Kisada eigentlich wieder rauswerfen? Das ist immer nur die Standardaufstellung, wenn ich jetzt wechsle, ne? Dann bleibt das nicht so. I don't know, machst du? No? Aber ich glaube, Renware ist besser. Tank Lady stays. Oh, aber wir brauchen jemanden, der Magie benutzen kann. Renware ist halt DPS. Mh, wow. Warum hat das so lange gedauert, bis es eingesetzt worden ist? Magie ist Magie. Na, Magie ist schon stark. Oder ich denke, zu sehr in Fire Emblem. Du hast halt diese krassen Rüstungsdudes. Und ich denke mir, ja, die haben doch niemals Rest. Das geht doch gar nicht, hallo? Das ist gegen die Naturgesetze. Also, let's go. Magie, zack, zack. Ich habe auch keine Ahnung, wer besser fürs Gameplay wird, wäre. Ah, Starbsquartier, kann ich da rein? Ich habe ein interessantes neues Schwert, by the way. Ich finde auch unfair, dass die Rests haben. Wieso unfair? Na, die haben, also solche, solche Generäle haben meistens keine Rests. Ganz wenig, wenn überhaupt. Also, nicht unbedingt null, ne? Aber die haben halt, wenn, dann nicht viel. Ich denke nicht nur an Fire Emblem. Was soll das denn? Aber das ist halt so ein gutes Balancing-Ding. Wenn du halt jemanden hast, ja, du hast so eine Unit, du hast einen Gegnertypen oder so. Die haben halt sehr viel Verteidigung. Aber du hast natürlich auch Magie oder so. Ergibt das doch voll Sinn, dann die Magie anfällig zu machen, ne? Weil es mein Fire Emblem-Denken kaputt macht. Ich habe generell wahrscheinlich das Gefühl, am cleversten wäre es wahrscheinlich hier öfter, Äh, Units halt auszuwechseln, ha? Ja, je nachdem, was man gerade braucht. Weil ich habe keine Ahnung, wen ich gerade brauche. Oh. Du hast, äh, eine hastig gekritzelte Notiz gefunden. Der Handel mit Mahagsar wird von Tag zu Tag undurchschaubarer. Wir schicken riesige Warenmengen, erhalten im Gegenzug, aber nur einen geringen Teil zweifelhafter Waren. Ist sich seine Lordschaft dessen bewusst? So, was ist Mahagsar exakt? Eine der fünf Räume der Dana. Und vom Sound davon hat Kelsulik mit ihnen ein paar Begegnungen. Hm. Hat er vielleicht nicht so ordentlich das, äh, Reich verwaltet, wie er sollte? Ich meine, es ist seine Domäne. Und nur kurz vorbeigucken. Hoffentlich habt Spaß und genießt eure Lava. Nicht die Lava trinken! Ja gut, Dan. Wir spaßen die auch noch. Dankeschön. Der erste Eingang zum Platz. Das ist so verwirrend. Wohin mit mir? Irgendwann verbietet, äh, Fully hier noch Trink... äh, Lava trinken. Lava trinken ist halt nicht gesund. Was soll ich sagen? Ihr hört ja eifert nicht auf damit. Jo, hi, Dude. Wag es nicht! Demon Fang! Ja, alle tot. Nicht die Kratzer. Da ist was auf die Ränder, äh, gekritzelt. Meine Kameraden, sobald ihr den Palast besetzt habt, lasst sofort die Barriere hoch. Ihr wisst, in welchem Raum ihr den Auslösermechanismus findet. Bringt den Schlüssel in den Raum zurück und legt ihn wieder in den Schrank. Das Lava-Verbot ist nur leeres Gelava. Oh, also viel Spaß noch alle. Achso, du musst auch los. Haust du rein, haust du rein. Mach's gut, Sil. Konferenzraum, Gemächer des Lords. Vielleicht da lang? Adelszimmer, Wachzimmer, Kammer des Lords. Oh, ich weiß doch auch nicht. Irgendwo kann ich schon rein. Was geht? Lass mir doch nicht die Lava verbieten! Was, wenn doch, ha? Warum? Warum hat er nicht aufgeladen? Was ist das denn für ein kleines Emoji? Then you stay forever, Schrulli. Okay, ich darf nie mehr aufhören zu streamen. Ja gut, dann spielen wir heute Tales of Arise, habe ich gehört, noch durch. Let's go. Easy peasy. Ach, ein Lama. Oh. Oh. Wir brauchen Lava mit nem Lama. Sure. Wieso lebst du denn noch? No. Was? Es war doch... Es war doch fast voll. Ich hab fast ein Drittel, 30 Stunden Stream. Let's go. Ich hab fast ein Drittel vom Spiel. Nice. 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 Na, das, äh, das, das Gebiet hier, das Chapter, da schließen wir easy heute noch ab, glaube ich. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass mehr als diese Rebellion noch dran ist. Dann sind wir ja schon durch damit, ne? Ich hab Viersichtgelee bekommen. Da ist Lennigis, das ist deren Heimatplanet. Ich geh mal schwer davon aus, dass das der letzte Dungeon ist. Und ich hab sogar HP. Drei kürzere Dungeons? Sicher nicht, dass es um zwei ging? Ich meinte, ich hab was mit zwei, äh, gelesen. Und auch hauptsächlich zwei, äh, Bosse. Und ich mein... Ja, wenn jetzt noch einer kommt, dann hätten wir die zwei Bosse gehabt, ne? Und wenn ich den schwersten Boss im Spiel besiegt habe, dann bin ich doch eh jetzt Profi. Also von daher easy. Ja, okay, wenn man den Wald als Dungeon sieht, okay. Uli, was denn? War das der schwerste? Na, Krone meinte, das ist der schwerste Boss. Oder wahrscheinlich so ziemlich... Adelzimmerschlüssel. A noble what? A noble what? Maybe the release mechanism is in there. Okay. Oh, okay. Mods? Sind keine Mods. Du, Hali war schon scheiße. Yep. 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 Adelzimmer war... Ich geh jetzt nach links. Und dann nochmal nach links. Yeah. Und dann... Der zweite rechts. Sind zwei Mods da? Na, zumindest nicht aktiv gerade. Ich hab Paracan Stoß gelernt. Yo, werd ich bestimmt nie verwenden. Oh, ich hab einen neuen... Neue Feuerarzt gelernt. Oh, ich hoffe es auf Y. Nein, hab ich nicht. Oh, ich hoffe auf X was. Aua. Grässlichen Lords sind auch hart. Äh, Trash. Aber noch ein Stück weit abusable. What? Du brauchst eine Lizenz dafür, um Hurensohn sagen zu dürfen. Vor allem nicht, wenn er fett steht. Erste Nachricht des Chatters. Das ist halt so... Was will man da machen? We are unsupervised. Time to rise up. Ah. Ihr gehört hier nicht her. Okay. Wir gehören hier nicht her, Chat. Wir müssen gehen. Ciao. Ich hab gehört... Ja, ciao. Geht. Hallo. Stream vorbei. Wir gehören nicht her. Jetzt geht doch mal alle. Seid ihr noch hier? Ja, richtig so. Genau. Genau. Ist jetzt aber gerade so schön. Hier gibt es offenbar nichts zu finden. Es war wohl ein Schuss in den Ofen. Irgendwelche anderen Ideen, wo wir schauen könnten? Wenn es nicht in seinem Büro ist, werde ich mal in den Baracken oder vielleicht sogar im Konferenzraum nachsehen. In dem Baracken war ich schon, oder? Konferenzraum, okay. Alles klar, dann suchen wir mal an den beiden Stellen. Vielleicht haben wir Glück. Da kommt ja gerade wieder. Oh, ich hab Safran. So, die fingen, wir wären alle zusammen. Ist das es? Ah... Wo ist es? Da ist der Konferenzraum. Also einmal ganz rumgehen. Vielleicht geh durch die Mitte. Ich bin zurück. Was hast du denn mit der Wasserpistole vor, hm? Dann hier runter. Und dann da lang. Und dann... Das linke. Jungs, nicht jetzt. Und sonst Baracken. Aber in den Baracken waren wir, ne? Ja, hier waren wir noch nicht. Ja, ich hab schon wieder ne Zitrone gefunden. Chat! Zitrone auf meinen Nacken. Gönnt euch. Shooting water. With the power of water. Und tot. This is the mona... Wow, it's power. Ich bekomme jetzt noch mehr XP, weil ich Angriffsserien aufbaue, oder? Das ist nicht eigentlich perfekt damit, um auch eigentlich viel schneller zu wachsen. Ich bekomme so viele Items hier. Was soll das? Warum habe ich die vorher nie bekommen? Ich habe gerade das Pokémon Drapfel gefunden. Was ist das? Ein Apfel. Oder ein Drache. Vielleicht beides. Da ist was auf die Ränder gekritzelt. Meine Kameraden. Im Notfall müsst ihr die Barrieren öffnen und Unterstützung leisten. Ihr wisst, in welchem Raum sich der Auslösemechanismus befindet. Vergesst nicht, den Schlüssel aus dem Büro zu holen. Eine andere Note von den Rebels. Wenn wir es mit der Note, die wir vorher vorher gefunden haben, dann... Es sollte eine Klappe in einem Kabinett in dem Büro sein. Great. Mal sehen, ob wir es finden können. Welches Büro? Waren wir da nicht auch schon drin? Wo ist denn das Büro? Ach, da. Da ist das Büro. Da waren wir doch schon drin, oder? Ich gehe einfach nochmal rein, I guess. Keine Ahnung, aber ja. Ich meine auch, wir waren schon drin. Im Büro, ja. Ja, hier waren wir. Warte mal, den Schlüssel hatten wir dann da doch schon. Finde den Schlüssel im Büro des Ottelin-Palasts. Vielleicht habe ich den Schlüssel nicht gefunden. Schlapfel, Drapfel, Knapfel. Ach so, da. Sieht aus wie ein Schrank zur Aufbauwahrung von Schlüsseln. Ach so, gemächer Schlüssel. Apfel. Apfel? Wie Contex sagen würde, isst immer Apfel. Jo, Blacky ist wieder da. Na, wie geht's dir? Alles gut? Ich hoffe doch. Gemächer, ja. Äh, da, gemächer des Lords. Also dann hier rechts lang. Und dann nach da, ganz unten. Nimm's doch nicht jetzt. Warum der Stair? Was ist los? Alles gut bei dir, Blacky? Genau das, Monty. Don't forget to eat Apples. Ganz okay. Ich meine, ist besser als schlecht. Ich habe scheinbar eine blaue Leiste voll. Oh Mann. Als ob mir mal so ein bisschen fehlt. Was soll das? Kontext. Where are you? Das ist halt echt so, wo ist Contex, ha? Wir reden über Äpfel. Das ist sein Ding. Und wieder ganz knapp. Du hast Contex versteckt? Jo, Seefri ist da. Ja, Schatz. Schaut sich die Wohnung an. Na gut, Freed. Wir haben den Schlüssel für den Schatzraum. Nice. Nice. Och Jungs. Och Kinas. Na gut. Let's go. Zwing mich doch. Na. Na. Ist das der einzige, der noch übrig ist? Holy shit. Was ist hier passiert? Alle tot. Das waren doch so viele Gegner. Es gibt viele Schätze, die vermutlich von ehemaligen meninzianischen Lords bestellt und im Palast platziert wurden. Jetzt sind sie außer Sicht und fangen Staub. Vielleicht ist der derzeitige Lord kein Fan von ihnen. Tja. No riches. Ein Cocktailkleid. Ein strahlendes Kleid von höchster Qualität. Es bringt den natürlichen Glanz einer Frau zur Geltung und leiert den Mangel nicht aus. Okay. Schionde. Dings Elixier. Legendäres Heilmittel, das die KP eines Verbündeten vollständig wiederherstellt und Chaos wie körperliche Leiden heilt. Jo. Eine glänzende Goldstatue. Sie muss ihren früheren Lord repräsentieren. Warte mal. Der mit der Kapuze? Oder haben die das so so gemacht? No. No. Ist das ein Hint oder nehme ich das zu? Er... Sonst hätte man das... Mh... Orangensaft? Was ist mit Orangensaft? So. Äh. Outfits. Na, du hast nichts Neues. Ne, du hast es auch nicht. Hey, das ist... Das Cocktailkleid klingt sowas von... Nach nem, äh... Dingens. Aber ist es scheinbar nicht. Also nach nem... Nach nem, ähm... Sagt schnell. Cosmetic. Nö. Ist Ausrüstung für sie. Okay. Boah, ich hab' ich sonst nichts Besseres, ne? Nö. Bin eigentlich die ganze Zeit da, aber eher im Lurk wegen Kinder. Falls es mal Ruhe geben... Falls sie mal Ruhe geben, war ich an der Switch. Ivory hängt immer nur an der Switch rum. Kann ich nicht einfach an euch vorbei? Ah, wat? Ich frage mich eigentlich an dem Punkt langsam, ob man nicht die ganzen Stimmen auch ausschalten kann. Die halten auch einfach nicht die Schnauze, ne? Oh. Warte mal, warum ist dein X bei Pfirsicht, Jilly? Habe ich das verloren? Kann man bestimmt. Weiß ich nicht. Ein Heilfeld. Oh no. Wenn ich das Ding aktiviere, muss ich wahrscheinlich erstmal vollgeheilt sein, ne? Anfassen. Was für Stimmen? Keiner sagt was? Ja, okay. Keiner sagt was. Chat ist auch zu still. Seitenpartituren, die zu Tränen rühren. Okay. Irgendwas anderes? Die Freuden der Musik. Konzertstücke für Quartette. Er ist halt immer noch Musikfanat, ha? Eine ausgewählte Mischung aus Büchern über hochrangige akademische Fächer, Feinkost, Kuriositäten und mehr. Die Auswahl gibt Einblick in den Charakter des Besitzers. Er mag immer noch scheinbar sehr Musik. It's now, Lance wants something a bit meatier. Oder I'm full of beans. Yo, ne Partie Schach. Ich kenn das nicht so gut. Aber sieht für mich ein bisschen so aus, als ob Schwarz am Gewinn wäre, oder? Und dann wiederum die Dame könnte beim Weiß noch rausrücken. Dennoch, Weiß hat nicht wirklich Figuren developed. Halt ganz wenige, nur Bauern rumstehen, während Schwarz viel mehr im Rennen hat. Und ich erkenne die Figuren zu schlecht. Eine Switch macht gruselige Geräusche. Oh no. Aber ja, let's go. Aber warte mal, da ist noch was. Ne Gitarre. Guck mal, ne Gitarre. Für meine Größe. Unbekannte Instrumente werden ausgestellt. Du darfst sie nicht berühren. Oh, die wissen... Ich meine, klar, woher sollen sie auch wissen, was eine Geige ist, ne? Yay. Wo war diese Tür noch mal? Das Gebläse angegangen. Oh ja, da kann die ganz schön laut werden. Das stimmt. Äh, dring in die Kammer des Lords ein. Ah, die Kammer des Lords. Okay. Ja, let's go, chat. Zeit für den feinen Boss dieses Chapters. Denk ich mal. Sie ist sehr heiß. Nicht an den Lüfter packen. Das kann ganz schön heiß sein. Er kann seine Lippen bewegen, ohne zu reden. Well, well, if it isn't the slaves and the traitor, I don't remember giving you permission to enter the palace. Oh. So it's true. You really are the one behind all this. Kelzalik. I don't remember giving you permission to speak either. Know your place, slave. Chew. Now we see his true colors. Yeah, a despicable excuse for a human being. Though really, I guess that makes him pretty ordinary, huh? Kelzalik, you were Lord Dohalim's most trusted advisor. His closest ally. Why would you betray him? Don't be a fool. I didn't serve him because I wanted to. I expect a mere slave wouldn't know, but there are many powerful contenders for the position of Lord. A contest of strength determines the one who will be Lord and undisputed ruler of the realm. There is no choice in the selection. If my master had any ambitions of becoming the sovereign, I would have gladly served him. But he had no intention of fighting for the crown. Indeed. Can you slaves even imagine how that looked to the rest of us? Enduring the whims of an ambitionless Lord, all we could do was wait for the end as we suffered through our humiliation. Oh, nein. Try being Danan for a day. Oh, damn. Against Lord Dohalim in secret. And when my brother found out... And I would do it all again if it meant returning Menacea to its rightful state. A realm where Danans are slaves and Renans their masters. It's the natural order. Enough! Who are you to decide what is natural or rightful traitor? Miguel. My brother. He dreamed of building a world free of suffering. He gave his life for that dream. And all you've managed to build is a lake of death. You. You killed my brother. And now you'll die for it. That's not a axe, the she's there. Can I do it all right now? Can I do it all right now? Oh my God, wo kommst du denn her? Scooby-Doo? Kann der überhaupt zu schlimm sein wie der andere? Oh. Der teleportiert sich ein bisschen rum, hä? Ich kann die ganze Zeit auf ihn einprügeln ohne Probleme. Oh, never mind. Oh, da ist der Schwachpunkt. Oh. Ich sollte vielleicht auch mal in den... Äh, darf ich, darf ich? Okay, ich darf nicht in den Eingreis. Oh. Und bei euch so, Chad. Sei noch wach. Alles gut bei euch. Was habt ihr noch so heute geplant? Ist so schön als sonniger Sonntag. Zumindest bei mir. Wir haben Futtern. Nice. Let's go. Nicht umfallen, Marv. Wir haben noch so viel vor uns. Wir kochen. Okay. Gönn dir. Also mein Schaden ist sich viel besser. Immerhin kriege ich nicht so hart auf die Schnauze wie vorher. Hatten wir, äh, den Emote nicht auch in Reverse? Äh, weiß ich nicht. Ich bin mir gerade auch unsicher. Ich bin mir gerade auch unsicher. Das hat viel Schaden gemacht. Den jetzt als Endboss zu haben. Im Vergleich zu dem, was ich vorher hatte. Fühlt sich so komisch an, oder? Oh. Aua. Danke für die Heilung. Wirklich? Cat is alive? Pipo happy oder so? Ich glaube nicht, dass da Pipo happy beistand. Yo, die Hälfte ist weg. Let's go. Wie ist es eigentlich, dass Law immer in seinem, äh, Gott, wie heißt es nochmal? Limit-Modus ist. Über-Modus. Kannst du, kannst du bitte nicht die ganze Zeit rumrennen wie ein Trottel? Dankeschön. Warum müssen alle Bosse, Eds, spawnen? Wirklich? Why? Omega, äh, oh mein Gott, Cat is alive, Pipo happy ist der. Okay. Vielleicht wurde er ursprünglich gelöscht. Ich weiß es nicht. Ich höre mich bei solchen Angriffen, ob ich den Boss da auch immer mit Schaden mache, aber ich glaube nicht wirklich, ne? Mirage, geht's over. Ich glaube übrigens, Chat, wir brauchen, äh, irgendein Thema, irgendwas, worüber wir reden können. Oh. Nämlich hier im Kopf passiert jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Äh, scheiße, Rinwell ist nicht da. Warum ist Kevsalix so ein Ass? Keine Ahnung. Lieblings Fruchtsaft. Warum sind schon wieder Leute tot? Äh. Eigentlich trinke ich nicht wirklich Fruchtsaft, also, keine Ahnung. Okay, ich hab vielleicht zu früh gesprochen. Vielleicht sterbe ich jetzt halb. Oh. Banane? Oh, ich weiß nicht. Bananen, Bananen trinkt immer so, äh, schmeckt immer so extrem, finde ich. Als Getränk. Obwohl, Kiba ist ganz nice. Allgemein so. Nicht Lava! Ich bin schon wieder tot, wenn, Mann. Als ob Kisara auch schon wieder tot ist. Warum macht der denn jetzt so viel Schaden? Hör mal auf damit. Oh, raus da. Cool, jetzt macht der irgendwie so viel Damage. Ich komm nicht hinterher, ha? Noch mal Orange-Gelee. Bananesaft trinke ich immer zusammen mit Weizenbier. Sehr lecker. Hm, wenn du diese süße hast, wo du das mit der Bitterkeit ein bisschen ausbalancierst. Könnte ich mir vorstellen, dass das ganz lecker schmecken kann, ja. Hm. Der leuchtet blau, finde ich gar nicht cool. Oh, was? Was, Kisaras Mechanik funktioniert? You picked the wrong fight. Oh shit, wir leben. Nur so ein bisschen. Trinkt Bananesaft wie Lava. Ihr solltet alles wie Lava trinken. 100 Treffer, 0 Konter. Ich hab mein Chief-Wid dafür bekommen. Cool. Weiß nicht, was das, äh, heißt, aber ey. Sion, Krono? Ich bin paradisiert. Please. Please stop. Aua. Aua. Ach so, jetzt ist Kisara ready. Cool. In einer Stunde ist der Boss down, Chat. Keine Sorge. Keine Sorge. Der ist jeden Moment bestimmt down. Oh fuck, Rausla? Jeden Moment ist gleich down. Ich bin der Boss. You filthy slaves are despicable. Der ist so tot, oder? Keine Sorge. Keine Sorge? Hö, ridikulös. Aber ja, wie einen anderen Nice, let's go Oh, und er hat ein neues Outfit Oh, ne, hat er nicht, das sah nur so kurz aus Oh Er hat die Smile-Fabrik zerstört Es wird mit Zert gemacht Werden wir die Notizen Tod, 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 Tod Ah, sie stoppt, ja Und nein, er stoppt Doholand Max, da ist dann wahrscheinlich das nächste Gebiet, ha? Ja stimmt, ja So after everything Was the dream of coexisting Just a dream? What is that? Those are the cheers of the brave Danans Who overpowered Kelzalick's forces Wait, they challenged the Renans? Indeed A militia made up of Danan guardsmen, Renan supporters And of course, the gold dust cats Katze Do we have you to thank for bringing them all together? Regardless of what your original motivations were Your dream of coexisting Saved countless lives And now Those people out there Are fighting To keep that dream alive That's something real Be that as it may They do so now by their own hands These people no longer need any lord Dann dunk den Titel ab. Komm mit uns. Let's go. Baut es auf weg. Oh. Ändet ihr nicht, der Schwer zieht aus wie Lava? Von ihm? So, you're gonna go out there and make that dream real on your own? You may be decided on your path. But that doesn't make it any less difficult. Why not walk that road with us? Pardon? You heard me. We're fighting to liberate the Danans. You're fighting for the people of this realm. I'd say we're on the same path, really. It would only make sense for us to walk it together. No 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 no. Was angry Rin well? Maybe she just needed some time alone. A lot's happened. That makes sense. She did just lose her brother after all. We ought to keep moving as well. So long as there are lords who draw breath, we have a mission to complete. Kisara is a big girl. I'm sure she can handle herself. We should hurry on ahead to our next destination. Okay. And it is a lot safer here than it was. What do you think, Dohalim? I am not sure I have the right to say anything as far as Kisara is concerned. Fair enough. Well, I for one would like to say goodbye if we get a chance. Let's keep an eye out for her as we leave. Bye. Du bist jetzt mit Dohalim befreundet. Yay, friends. Kisara hat deine Gruppe verlassen. Meisterkern der Erde. Rezept für Käsefondue. Schmelzkäse, der aus Käse im Mehlmantel gekocht und in Weißwein zubereitet wird. In die käsige Masse kann man fast alles tunken. Ist Dohalim in der Lage Käsefondue und zuzubereiten? Nehmt mich mit? Hm. Äh, Staberweiterung. Nach einem perfekten Ausweichmanöver schärfen sich Dohalims Sinne und sein Stab kommt in Schwung. Dies erweitert seinen Angriffsradius erheblich. Auch seine Durchdringung erhöht sich, wodurch er Gegner öfter unterbricht und kritisch trifft. Also ist da einfach noch ein DPS? Haben wir nicht ganz schön viele Damage-Dealer? Yo, das ist so cool eigentlich. Seht euch vor, ihr sitzt hier so auf dem Thron und habt dann das Wasser hier. Sieht so nice aus. Puff, weg. Er ist Support, oh okay. Sieht so aus. Jetzt, ich denke, sie braucht nur Zeit, um zu denken. Was sie von hierher ausfällt, ist auf ihr. Sie muss derjenige sein, um zu entscheiden. Hm. Bisschen wie die Hochzeitskapelle in Final Fantasy XIV. Ja, ja. Ah Gott, wie hieß das Land nochmal in Dragon Quest? Die Wüstengegend. Die hatte ja auch überall das Wasser, genau im Palast. Weil, ich meine, die Stadt war ja auch in der Oase quasi. Bei Ni No Kuni war das auch so, ne? Das ist halt irgendwie immer gerne so ein Ding. Nur haben wir hier absolut keine Wüstengegend. Ich denke, ich weiß nicht, Maha-Sar klingt ein bisschen so, als könnte es eine Wüste sein, oder? Oder bin das nur ich? Ich krieg da irgendwie Vibes. Wenn ich daran denke, denke ich irgendwie an eine Wüste. Aber das könnte auch kompletter Quatsch sein. Äh, genau, so komm ich raus. Vielleicht, Mav? Ja. Kalaglia war eine Wüste. Ja, aber keine... Ja. Ja. Kalaglia war ja mehr so eine Steinwüste. Es waren ja mehr Canyon, Felsen, all sowas. Weniger Sand wirklich. Und es hat halt alles gebrannt. Und tatsächlich ist ein Ding, was man ganz gerne macht, eine Wüste dem Windelement zuzuordnen. Weil, ähm, Wüsten sind scheiß windig. Und wir haben noch keine Windgegend. Also vielleicht. Aber dann wiederum, du hast auch manchmal einfach Bergspitzen ganz weit oben. Die werden auch gerne als Windgegenden irgendwie designiert. Kann halt vieles sein. Wenn sogar ein Windwaker geht es darum, dass Ganondorf sich über den Wind der Wüste beschwert. Das ist ein großer Teil für seine Motivation. Joop. Okay, gehen wir einfach weiter. Let's go. Ah, hier wollte ich lang und da konnte ich noch nicht lang. Okay. Wo ist eigentlich Katze? Können wir Katze mitnehmen? Oh, dass du das sie fragst? Was ich immer ganz gut finde in Storys. Okay, Lagil? You've got it. Stay safe, Kisara. What's up? Nee. Lass mich überlegen. Okay. We just figured you'd stay behind and help rebuild these people could use you I thought much the same thing however in the end something changed my mind ever since Miguel died I've been thinking a lot about where I went wrong what I should have done differently So viel Zeit ist jetzt nicht vergangen, aber okay It's true that our dream of coexistence saved many Danon lives, but we were naive and short-sighted I was so wrapped up in my idea of how things should be that I didn't see the problems that existed right in front of us I thought we had been given a utopia And so I never bothered to look too far past its surface I chose to be ignorant And because of that Because of me My brother Magals death wasn't your fault, Kisara Perhaps you're right But in the end It was me he entrusted this dream to I learned that nothing in this life is free Or gained without sacrifice Now that I know that I'll just have to figure out what else I don't know So, decided to join us? I have And hopefully I can continue to protect Eldaman and Sia from outside the dream world For the sake of those still inside Okay And here I thought you joined for an opportunity on my life In all honesty I'm grateful to you I truly am I don't blame you for what happened But I must also leave your service No longer will I be defined by protecting a Renan lord From now on When I fight I fight to protect my dream All I ask Is that you do your part That you fight alongside me Okay Just for those who used to believe in your dream But for those that still do Dohalim I understand I'm no longer a lord anyway Well, this crew just gets bigger and bigger Alright Where to team? Jetzt haben wir alle Zumindest aus dem Opening Und jetzt kommt das zweite Opening Aha Winde Haha Valley Valley muss nicht unbedingt Wüste heißen Eigentlich nicht wirklich, ne? Kann ein Tal eine Wüste sein? Meistens ist es ein Fluss, ne? Der halt das Tal überhaupt kreiert hat Ich bin jetzt mit Kisada befreundet Nice Rezept für Gnocchi Runde weiche Teiglöße aus Kartoffeln und Mehl Zusammen mit einer feinen Sahnesauce Ergeben sie eine herrliche Delikatesse Rezept für Blattfisch Ah, okay Wäre das dann nicht das dritte Opening? Naja, gut Ich meine, es hat ja einmal richtig im Spiel halt gespielt, ne? Ah, ich hab so viel Stuff Ich weiß doch auch nicht, man Äh Bei kritischen Treffern Wiederherstellung Erhöhter kritischer Schaden Mehr Damage Let's go Kisada, die Beschützerin Okay Kraft Kraft Nicht? Oh Warum steht der so da am Rand So ein bisschen voll abweist? Ich habe das Er sieht immer noch so lordmäßig aus, ne? Ich glaube nicht, dass ich Outfits für ihn habe, aber ich kann schauen. Ähm, aber ja, eigentlich... Ich hätte erwartet, er würde ein anderes Outfit haben. Einfach weil, das klingt so typisch von Leuten, die halt lord sind oder so und dann hier zu Hause verlassen. Normalerweise haben die weniger was prunkvolles an wie er gerade, ne? Ich reagiere hier. Okay. Nein, das ist der dritte Streamer. Vielleicht wollte er ja selbst einen Masterkern haben. Oh... Oh. 500 Euro für 14 Quadratmeter. Okay, das ist wenig im Kontext. Das ist wenig. Oh. Also wenig Fläche für viel Geld. Ich meine, ich bezahle 550, aber ich habe halt mehr als doppelt so viel. Eule? Eule. Mahogsar. That makes four out of the five realms that I've visited now. I wonder what kind of Lord we're gonna find there. It doesn't matter. They try to get in our way. We'll take them down and that'll be bad. Okay. So ready? Ah, nö. Wo Eule? Ah, ich habe Rinwell nicht. Ah, ich habe Kisada nicht in der Party. Ja, okay. Das ist okay. Damit kann ich leben. Da muss ich ja links drücken. Das ist eine Besenkammer. 40 Quadratmeter ist halt wirklich nicht viel. Also für 500 Euro, da würde ich halt auch lieber weiterschauen. Vor allem, ich weiß ja auch nicht, wie die Lage ist, wenn die Lage dann noch nicht nice ist oder so. Oh, da ist sie. Komm her. Yeah, dämonischer Schwanz. Okay. Bye. 15 Eulen schon gefunden. Warte mal. Hieß es nicht, es gibt 36 oder so? Also ich habe fast die Hälfte aller Eulen. Die Grundsprecherin für die Eule hatte ihren Sass. Wolltest du das sagen? Mit SZ? Ach, Spaß. Ah. Ah, Outfits. Ich wollte mal ganz kurz schauen. Haben wir eigentlich für dich was? Nö. Nö. Yeah. Auch eine Sonnenbrille. Nee, du hast halt auch nichts, ne? Nö. Ja gut. Das Wichtigste haben wir hier gefunden. Eine Blume passt ihm. Das stimmt. Aber wir haben ja Dingen schon eine Blume gegeben, ne? Hallo? Geh mal aus dem Weg hier, Kyla. Vor allem was für Kyla. Mal drei. Kyla sind Einzelgänger. Willst du mich verarschen? Aua. Brille? Was stimmt mit der Brille nicht? Hier ist der Brille nicht. Officer Law. Sie wollen wohl Kyla? Absolut. Hallo? Mach doch deinen... Dankeschön. Oh. Wie komisch das abgebrochen ist. Scarlet and Fert! Das habt ihr auch so gehört, ne? Oh, wir können jetzt angeln. Ah, Kisarrakans. Hm. Ich weiß nicht, dass da ein Pond hier war. Ja. Das ist Taka Pond. Und es hat mir gesagt, dass ich mein Leben habe. Mal ein Mal ein Mal ein Mal ein. Hm. Was du meinst? Our rations back then weren't enough to live off of. You had to take matters into your own hands if you wanted enough food to survive. But how did you catch them? With your bare hands? That might take a while. Fish are prone to swim away at the first sign of trouble. I'd put bait or a lure on a line and use it with a fishing rod. You must not be familiar with fishing if this sounds new to you. Here, let me show you how it's done. Informationen zu diesen Schritten findest du unter der Angelsteuerung. Okay. Okay, wir sind am Angeln. Where might those fish be? Würde auswerfen, na? Okay. Not my lucky day, I guess. Okay. 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 I've got something. Was? Was passiert hier? We've got to know when to quit. Us? There we go. Ich bin so verwirrt. Well, that wasn't much of a challenge. Hm. Not too shabby, friend. Okay. Ich hab'n Fisch gehangelt. Toller Barsch. Das, äh, ist wohl das Angelmini-Spiel, ha? And that's all there is to it. Wow. It seems like you need to have good reflexes to catch anything. I don't know if it's really for me. Kisara? I think I've seen enough. Oh, oh. Sorry. I guess I'm just in my own little world when I go fishing. Looks like we're going to be here for a while. Na, 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 na. That's how the mission goes. You wait for a bite, and then the real battle begins. McGall told me that different fish live in different regions, and you have to pick the right rod and lure for what you're hoping to catch. But that doesn't change the fact it's a giant time sink. Of course, each fish has its own unique flavor, too. And some of them are supposed to be extremely delicious. Leckeren Fisch? Maybe it's worth me trying my hand at fishing after all. You're just in it for the food. I was hoping we'd get to fish during our travels. And it just so happens, I made sure to grab my brothers old rod before I left Vicente. So, if you ever feel like fishing when we've got a little downtime, just let me know. Good to hear. Thanks, for showing us. Yeah, yeah, die Brille steht Dohalim sehr gut. Das ist wahr. Okay! Hey, du schaltest ja zu wissen, wie man mit deiner Route richtig umgeht. Ich angle schon lang und habe mittlerweile richtig gute Ausrüstung. Ich teile sie mit euch, wenn ihr mögt. Ich hätte als Gegenleistung gern nur eine Sache. Ich bitte nur darum, mir Aufzeichnungen von jedem gefangenen Fisch zu zeigen. Je mehr ihr fangt, desto mehr Ausrüstung werde ich euch geben. Wenn ihr irgendwas braucht, ich bin immer da. Habt keine Angst, herzukommen und mich anzusprechen. Okay. Angelexperte. Der Angelexperte am Teika-Teich bringt dir die Grundlagen des Angels bei. Zeig ihm dein Angelnotizbuch für Tipps, wo du Fische findest, die du noch nicht hast. Er schenkt dir neue Ausrüstung, je nachdem wie viele du gefangen hast. Migals Angel. Anfänger, äh, Popper. Okay. Ich kriege ich Titel dafür? Really? Ne, das ist fürs Angeln aber, oder? Ne. Das ist halt voll nützlich. What the fuck? K.O. Schutz? Ja, gönn dir. Natürlich sagt es der Pesketarier. Joa, warum auch nicht? Das Fischen ist auch nicht kompliziert. Es ist nur sehr ungewohnt, dass du nicht auf die Fische wartest, sondern ein Rhythmus-Spiel spielst, damit die Fische zu dir kommen. You okay, buddy? Nope. Oh, ihr habt mir das Leben gerettet. Jetzt kann ich mich wieder meinen Miss... Äh, vergesst, was ich gesagt hab. Geht nur weiter. Infanterieschild. Oh, wir haben mittlerweile 300 HP. Nämlich bisher an das Angeln gespielt aus Yo-Kai Watch 2. Ich war erstmal so, hä, warum passiert hier gerade gar nichts? Ich war ein bisschen confused. Naja, das Bild der vollen Gruppe jetzt. Auch ganz cool. Ähm, so, ich denke, das Schild... Ja, deine Waffe ist mehr das Schild, ne? Der Infanterieschild ist ja schlechter als dein Base-Ding. Warum bekomme ich dann... Hä? Warum kriege ich dann den Schwachsinn? Was soll das denn? Wo Fisch? Go Fisch! Können wir die Farm besuchen? Die Brille! Was soll das denn? Oder haben die zwei gar nicht gesagt, ein Wort zu einem anderen gesprochen? Ich weiß, aber nach dem alles mit Migal passiert ist, ist es wirklich ein Wunder? Es stellt sich die ganze Zeit auf die ganze Zeit, oder? Wie lange Sie denken, dass sie das hier aufhören? Wenn Sie sich das sehr interessieren, warum Sie sie nicht fragen? Warum muss ich sie fragen? Wie kann man sich zusammen gehen wie das? Sie wirklich nicht beendet sind. Sie sagen, Kisara und ich? Du hast nicht gesehen? Du hast praktisch genutzt, seit wir von Vicente verlassen sind. Ich denke, es ist ein Geheimnis, wahrscheinlich. Ich war immer bereit, um ihn zu retten, wenn er die Neue entsteht. Es kam irgendwie mit der Job-Description. Genau, von der in den Älder Menensea-Guard. Obwohl, Dohalim ist ziemlich glücklich, nicht er? Warum bist du so angry? Sie ist so ragey. Sie ist halt wirklich genau das Delirium. Blumenbande? Was ist das so? Ja. Oh. Kann ich gar nicht leihen, ja. Also kriege ich jetzt dodgy Gegner auch noch. Cool. Hey Darkness, willkommen zurück. Äh, jetzt mal finanziell geregelt und dann hat meine beste Freundin in zwei Wochen ein neues Auto. Oha. Okay. Krass. Ja. Krass. Ja. Krass. Ja. Ach. Chian. Oha. 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 kann keinen Pilz mehr machen. Gemüsesuppe. Oh. Ich kann aber die Gemüsesuppe machen. Ähm. Na, na. Kocheffekt Dauer. Mehr seltenes Erd. Höhere Elementarverteidigung. Wir haben Gnocchi. Käse Fondue. Mehr verdiente Kampfpunkte. Hm. Das ging eigentlich ziemlich gut. Speckbrötchen. Erhöhter Angriff. Erhöhter Angriff. Let's go. Gutes Speckbrötchen. Das war nichts. Nice. Oh Gott. Wir haben Lock, Kisara oder Dohalim. Mit wem verbringen wir... Mit wem verbringen wir Zeit, Shad? Wir können nur einen wählen. Kaufe mir eine Ocarina. Gitarre, Berimba und Violine. Okay. Dohalim? Okay. Dohalim. Care if I hang out for a while? Wir sind viiden. You worried about what's going on with Menensea? What makes you think that? Well, you were speaking to Kisara earlier, weren't you? It's rude to listen in on others, you know. Das stimmt. I'm sorry. I didn't hear what you two were actually talking about, though. I just figured it was Menensea since it was the two of you. I am but a former lord who has abandoned his post. I'm no longer in a position to lead the realm in any capacity whatsoever. Yet Kisara still seeks out my opinions, knowing full well that is the case. This despite the fact I am no longer her master, either. Couldn't it be precisely because you're not her master anymore? It's natural for friends to want to hear each other's opinions. Friends? I hadn't considered that possibility. It's funny what you miss sometimes. Hardly uncommon among artistic types such as myself. When lordships are decided based solely on one's astral energy, it can lead to funny results. But even so, you still took your job as lord seriously, didn't you? Certainly. I learned to perform my functions. However, I was less interested in ruling so much as avoiding life and death decisions. Yeah. Of course, such a mentality in the end led only to sickening pain and death taking place elsewhere out of sight. I pretended not to see or hear any of it. Content to let our supposed peace and equality keep me blind and deaf to reality. I was a fool. But you're making amends. I would like to think so. The path ahead is dark, yet I still walk on. I merely pray that I shouldn't fall down any holes along the way. Du hast eine tiefere Bindung zu Doha, Halim. We best get ready for tomorrow. Okay. Aufstehen! Shall we get moving? Warum ist der Weg wohl finster? Tja. Ich würde sagen, das finden wir heute aber nicht mehr raus. Sondern wir haben hier eigentlich perfekt das Ding gemacht. Und ich würde sagen, hier ist perfekt zum Feierabend machen, I guess. Oder? Was hat ihr jetzt, Chad? Ich denke, man kann hier perfekt Feierabend machen, oder? Hat bestimmt nichts mit der Brille zu tun. Na, der kann gut sehen. Das passt schon, denke ich. Das ist okay. Gutes Ende? Gutes Ende. Wir haben drei Streams, drei Rams. Ist doch nice. So. Äh, wenn ihr... Feierabend? Genau. Wenn ihr noch irgendwie was gucken wollt. TTT gibt's auf dem Watch Channel heute. Und alle N64-Spiele aus NSO hab ich auch schon mal gespielt für 10 Minuten. Falls ihr das Konzept gestern cool fand und nachholen wollt. Äh, könnt ihr das auch dort gerne nachholen. Ist bestimmt ganz nice. Auf jeden Fall, danke fürs Dabeisein. Hat Spaß gemacht. War heute... Leider, ich hoffe, das bleibt nicht so. War leider heute eine sehr kleine Runde. Ähm, aber vielleicht auch blöder Tag. Wer weiß. Wir sehen uns vielleicht morgen wieder. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht mach ich morgen Rando oder so. Mal schauen, vielleicht hab ich Bock. Tja, auf dein neuer Monat, ne? Und ihr habt ja eh Feiertag. Also easy peasy. Also, ab auf Watch Channel. Haut da rein, ihr Hübschen. Und, äh, wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschü, tschü. Tschü, tschü. Tschü, tschü. Tschü. Untertitelung des ZDF, 2020